Herzlich willkommen, bienvenue zum zweiten Swiss Photo Day. Heute dreht sich alles rund um die Fotografie und um die Kreativität. Wir senden den ganzen Tag live und euch erwarten ein unglaublich spannendes Programm. Wir haben spannende Gäste, neue Ideen, Live-Shootings, Musik und viel, viel mehr. Wir sind immer noch total überwältigt vom Erfolg des ersten Swiss Photo Day letztes Jahr. Und heute knüpfen wir an das an und wir packen sogar noch einiges obendrauf. Swiss Photo Day wird heute auch live simultan auf Französisch übersetzt. Und selbstverständlich, wie schon beim letzten Jahr, könnt ihr auch wieder mitmachen. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt den Swiss Photo Day mitgestalten. So, jetzt habe ich genug darüber gesprochen, jetzt wollen wir direkt starten. Das ist der zweite Swiss Photo Day 2022. Let's go! Und die von euch, die letzte Jahr schon dabei waren, die kennen es. Wir gehen jetzt dann gerade in unsere Living Room, in unser Wohnzimmer, Studio. Und dann tauchen wir ein, unser grosses Kernthema von heute, Passion und Performance. Wir gehen jetzt gerade rein. Es ist ein Thema, das uns alle beschäftigen, nicht nur in der Fotografie, sondern auch im Leben. Unsere Leidenschaften und das, was wir täglich leisten. Und da sind wir jetzt schon, da ist unser Living Room. Und bevor wir aufs vollgepackte Programm schauen, möchte ich euch natürlich zuerst unsere Organisatorin vorstellen. Selin Wehermann, der schon da sitzt. Hoi Selin. Hallo Silvina. Wunderschön, dann können wir heute ein Jahr später wieder da sitzen. Selin, etwas so grosses einmal zu organisieren, wie letztes Jahr, das ist immer etwas. Man wagt, man nimmt auch ein bisschen ein Risiko, es könnte auch alles in die Hose gehen. Aber jetzt ist es, wie wir sehen, nicht so. Ihr habt das Ganze ein zweites Mal auf die Beine gestellt. Was ist das für ein Gefühl? Es ist eigentlich ein unglaubliches Gefühl. Vor allem, wir haben das letztes Jahr geplant. Wir hatten einen kleinen Vorteil von der Pandemie. Wir haben nicht genau gewusst, wie es sich dieses Jahr verhalten wird. Und wir sind total wieder überwältigt von den Anmeldezahlen. Und es ist für uns wirklich eine tolle Bestätigung auch gewesen, dass es letztes Jahr super funktioniert hat. Und umso schöner, dass wir dieses Jahr entsprechend nochmal ausbauen durften. Letztes Jahr war es wirklich ein Sprung ins Ungewissen. Man wagt einfach mal etwas. Jetzt könnt ihr an das anknüpfen. Wann ist für euch klar gewesen, das machen wir nochmal. Und wann haben Sie dann mit der Planung angefangen? Also eigentlich gewusst, dass wir nochmal machen wollen, haben wir schon relativ früh. Eigentlich schon vor dem letzten SwissFotoDay, wo wir gesehen haben, wie viele Anmeldungen noch reinkommen. Und wie die Community eigentlich auf diese Art von Event reagiert. Entsprechend haben wir auch letztes Jahr ja announced, dass es eben heute wieder stattfindet, ein Jahr später. Es macht aber natürlich dann extrem Spass, wenn tolle Feedbacks kommen. Wir haben zum Beispiel gestern E-Mails von Teilnehmern von letztem Jahr bekommen, von denen haben wir gesagt, hey, viel Spass und hoi, hoi, hoi. Und es ist super und sie freuen sich. Und das, das zu spüren, dass das von aussen reinkommt, das ist eigentlich das schönste Kompliment für alle, die da mitschaffen. Und das Programm, das wir dieses Jahr auf die Beine gestellt haben, ist ja wirklich überwältigend. Wir haben einige bekannte Gesichter wieder da von letztem Jahr, aber auch unglaublich viel Neues. Und ein spannendes Thema, auch Passion und Performance. Das ist etwas, was wirklich, glaube ich, heute jeden Menschen beschäftigt. Ein Teil von der Selbstverwirklichung auch. Wie sind ihr auf das Thema gekommen? Ich glaube, in der Fotografie oder allgemein in der kreativen Szene ist das sehr naheliegend, weil es fängt eigentlich meistens mit der Passion an, mit der Leidenschaft. Man fängt an, vielleicht in den Ferien zu fotografieren, sich eine gute Kamera zu kaufen, fängt es vielleicht auch ein bisschen auszutesten. Und dann merkt man schnell, dass man da eigentlich mehr daraus rausholen kann. Und ich glaube, da kommt relativ schnell in der heutigen Zeit mit Social Media auch ein bisschen den Druck von aussen, sich zu beweisen, sind meine Bilder genug gut, sind sie gut genug für einen Markt. Man fängt vielleicht an, dass sie in einem Nebenbusiness irgendwie semi-professionell aufziehen. Und ich glaube, diesen Weg, den kennen ganz viele Fotografen und Kreativschaffende oder allgemein Leute, die sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit begeben. Und darum finden wir das eigentlich ein sehr passendes Thema. Ich glaube, es trifft einen Zeitgeist. Sehr. Ich denke, wenn man an Performance denkt, dann könnte gerade noch ein anderes Wort kommen. Pressure. Und das kennt auch jeder Mensch. Und wir werden heute auch spannende Themen und Beiträge zu genau dem Aspekt hören. Und wir sind wirklich gespannt, wie unsere Speaker das für sich miteinander vereinfacht. Jetzt, bevor wir auf das Programm schauen, noch das Letzte. Was ist gleich geblieben von Letzte? Was ist das ja neu? Also wir haben natürlich bewusst SET ähnlich gestaltet wie letztes Jahr. Unser Living Room, ein bisschen gemütlich. Und es soll wirklich cozy sein. Genau. Es soll ein bisschen ein Heiko sein und auch einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Wir haben natürlich wieder die gleichen Chatfunktionen, Netzwerking-Tools, aber da wird Thomas da sicher noch etwas darüber erzählen. Wir werden aber das mal eben wirklich simultan auf Französisch übersetzt. Und das ist sehr technisch anspruchsvoll. Und auch unsere zwei Damen, die die simultane Übersetzung live machen. Also Hut ab, das ist eine rechte Geschichte heute. Das ist sehr ein strenger Job, wenn man das wirklich mal live übersetzen. Selin, also wir haben es schon ein paar Mal angetönt. Das Programm ist richtig vollgepackt. Jetzt wollen wir aber auch zuerst schauen, was uns heute Morgen erwartet. Wir blenden das Programm ein. Also das Programm ist extrem gross. Wir haben schon am Morgen ganz viele, die wir sehen werden. Wir haben internationale Gäste. Der Johan Wiebeck zum Beispiel ist extra aus Schweden angereist. Wir haben Marco Niedelsbach von Brack.ch bei uns. Dann natürlich wieder unsere Daten-Spezialisten von DQ Solutions sind auch wieder mit dabei, mit spannenden Beiträgen. Der Maximilian Gierl redet genau über das Thema, woran wir schon gesprochen haben. Work-Life-Balance. Wir tauchen ein in die Welt der Farben. Wir tauchen auch ein ins Leben eines internationalen Fashion-Fotografen. Und wir haben am Morgen schon das erste Live-Shooting mit der Luftakrobatin Rahel Merz. Also Highlights nach Highlights hackelt schon am Morgen. Und am Nachmittag geht es genau gleich weiter. Und ein weiteres Highlight, muss ich sagen, finde ich, dass du wieder da bist, Thomas. Herzlich willkommen. Thomas, du bist eine ganz wichtige Funktion, weil du bist eigentlich das Gesicht der ganzen Community. Du kommst immer wieder zu mir hier aufs Sofa und bringst mir die Fragen und so mit. Und es ist mega schön, dass wir dich wieder dabei haben. Jetzt magst du uns gerade als erstes kurz erzählen, wie kann die Community heute eigentlich den Tag mitgestalten und mitagieren? Also ein bisschen gleich wie das letzte Jahr. Also am besten wieder über den Chat direkt die Fragen einfach reinholen, reinschreiben. Ich werde sicher auch schauen, dass ich tolle Umfragen noch machen kann. Auch über die ganze Fotoszene, wie sie sich bewegt etc. Vielleicht gibt es da technische Fragen, die auf die auftauchen. Die kann man direkt stellen. Und ich probiere das Ganze so ein bisschen zusammen und dann kann man den Persönlichkeiten, die hier vorbeikommen, die bei dir Platz nehmen dürfen. Ja, darf ich Ihnen eine Frage geben? Wir dürfen alle hier in diesem wunderschönen Studio. Es ist ein Ehre, um hier zu sein für uns alle. Also du wirst dann immer hierherkommen und quasi die Fragen hier weitergeben. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt diese stellen. Der liebe Thomas tut das dann wirklich hier live reinbringen. Wir sind den ganzen Tag live. Und dann wird eure Frage auch hier unseren Speaker gestellt. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt, damit die Zuschauer alle Funktionen nutzen können, müssen Sie da etwas Bestimmtes machen. Der Swissphotoday wird ja unglaublich vielen Orten übertragen. Ja, also genau, wirklich ganz viel. Also grundsätzlich einfach ins Hopping anmelden. Dort mit dem Ticket hat man auch den Link bekommen. Also dort einfach draufklicken, dann ist man automatisch drinnen. Und auf der rechten Seite auch die Chatfunktion nützen. Dort sind auch die Umfragen drinnen. Auf der linken Seite hat man schon schon die Möglichkeit, mit dem Networking, also so eine Art Speed-Dating zu machen, wenn man das macht. Also noch ein Highlight. Also Sie können sich heute noch kennenlernen. Ja, genau. Wirklich, das Ganze auch virtuell von zu Hause aus. Das soll direkt machen. Zusätzlich hat es aber dann auch noch so einen Stammtisch. Ich will gar nicht noch viel erzählen, ich will es noch ein bisschen spannend halten. Nützt das, das ist eine ganz coole Geschichte. Ja, und natürlich auch das Ganze en français. Mega. Ja, also ich verzichte darauf. Ich bin froh, dass es übersetzt wird. Genau. Also, und wenn Sie wollen, ich spreche ein bisschen französisch. Wow. Wow. Ich kann leider wirklich nicht anknippen, Thomas. Es kämpft gar nicht gut. Jetzt eben der Swissphotoday einerseits auf der Website selber und dann nachher aber auch noch an vielen Orten gestreamt, wer jetzt z.B. auf park.ch auf den Stream kommt und sich noch nicht registriert hat und jetzt einfach spontan quasi jetzt gerade eingeschaltet hat. Wie kann man sich? Kann man sich überhaupt jetzt noch registrieren? Ja, ja, sicher, das ist überhaupt kein Problem. Also, die Tickets kann man direkt lösen und da hat man wie die Erlaubnis, dass man reingeschreiben kann, reingesteilen kann, also, ja, das geht ganz schön. Danke vielmals, Thomas. Das ist das Erste, du wirst immer wieder da auf dem Sofa Platz nehmen und ich freue mich schon sehr auf die Fragen aus dem Publikum. Und wir legen gerade los, direkt mit dem ersten Gast. Zuerst kommt ein kleiner Spot. Und es geht schon los am Swissphotoday, der erste Gast ist schon bei uns auf dem Sofa. Er ist bekannter Fotograf und er ist auch verantwortlich für die Kategorie Foto und Video bei bragg.ch, das ist der offizielle Partner-Shop vom Swissphotoday. Marco Niedlisbach, herzlich willkommen, guten Morgen. Guten Morgen. Marco, als erstes, warum habt ihr bei bragg.ch gesagt, am Swissphotoday müssen wir unbedingt dabei sein? Weil wir finden, das ist eine tolle Plattform, wo man etwas daraus machen kann und wo man die Fotografen mal auf einem anderen Weg, weder an einer herkömmlichen Messe ansprechen kann. Und wir als Onliner haben sowieso das Problem, wir haben nicht einen Kundenkontakt wie im Fachhandel. Aber ihr bietet ja das eigentlich auch aus. Ich glaube, was viele Leute vielleicht nicht wissen, die nicht so oft bei euch einkaufen oder unterwegs sind, die denken vielleicht, man bestellt etwas, Warenkorb, Onlineshopping und zahlt und dann wird es heimgeliefert. Aber ihr bietet ja wirklich auch so Beratungsfunktionen. Kannst du uns erklären, was alles möglich ist bei bragg.ch? Ja, wir wollen eigentlich, das ist auch mein Ziel, bragg.ch nicht nur einfach als reinen Onlineshop darstellen, sondern wir wollen eigentlich einen Anlaufpunkt für Fotobegeisterung und Fotografen werden, der mehr ist als einfach nur ein Onlineshop mit Beratung. Wer schon mal ein Problem gehabt hat, der weiss auch, dass man eine super Reparaturabteilung hat. Oder wenn Fragen auftauchen und das können banale Sachen sein, wie schwer ist ein Zusatzgurt für einen Rucksack, den wir dann beantworten können und das auch machen. Also wenn ich auf der Website am Surfen bin, ihr seid zwar ein Online-Händler, das ist so, aber ich versuche genau die gleiche Beratung anzubieten wie im Store. Wie würde das funktionieren? Darf ich anrufen? Darf ich chatten? Wie komme ich mit jemandem in Kontakt, der mir weiterhelfen kann, wenn ich jetzt nicht weiss, welche Kamera, welcher Blitz, welcher Gurt für den Rucksack? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es geht entweder über einen Chat, den wir direkt auf der Webseite haben, oder über ein Mail oder einfach anrufen. Einfach anrufen kann man machen, also wunderbar, das werde ich das nächste Mal machen, weil das kennt man wirklich immer, man hat das Produkt gar nicht in der Hand, man sieht nur ein Bild. Wie ihr das dann fotografiert, das werden wir dann auch noch sehen. Du bist selber als Fotograf auch sehr bekannt, du hast aber ursprünglich Automechaniker gelernt und jetzt Kategorieverantwortung bei brand.ch. Unser Kernthema heute ist Passion und Performance. Wie bringst du deine Passion und Performance unter einen Hut? Ja, also ich habe auch Automechaniker gelernt, was überhaupt nichts mit Fotografie eigentlich zu tun hat. Ich habe aber immer schon ein bisschen fotografiert und habe dann wirklich das Glück gehabt, dass ich 2008 eine Stelle anfangen durfte, weil mein Portfolio gepasst hat beim Brack und dort durfte helfen, das ganze Fotostudio aufzubauen. Also dank Brack eigentlich zum Traumjob oder ist Automechaniker auch dein Traumjob gewesen oder hast du doch das Gefühl, dass du jetzt näher bei deiner Leidenschaft bist? Ich glaube, ich bin jetzt näher bei der Leidenschaft und zwar einfach, weil bei den Autos hat mich die alten Autos fasziniert und nicht die modernen, weil ich nur noch Teile auswechseln. Das ist auf Tour nicht lustig. Also du hast eigentlich quasi den schönen Oldtimers rumgelaufen und jetzt sind die neuen Autos da. Das kann man verstehen. Jetzt, ihr habt über 7'000 Artikel bei euch auf dem Onlineshop. Es ist ja logistisch eine unglaubliche Herausforderung. Wie behaltest du diesen Überblick? Also ich mache das nicht alleine. Ich habe ein Team umgekommen. Ah, nicht? Nein, das kann man nicht alleine machen. Nein, ich habe wirklich ein gutes Team umgekommen, darunter auch sehr erfahrene Leute, die mich dort unterstützen. Wir haben eine riesen Logistik, weil das ist auch nicht zu unterschätzen, weil das Päckli und man muss dann auch noch zur rechten Seite beim Kunden sein. Schnell am besten Morgen. Genau. Ganz genau. Und dort habe ich eine Menge Unterstützung in einem Team, wo mir hilft. Also dank Brack eigentlich bist du zu deinem Traumjob gekommen, hast du deiner Leidenschaft nachgehen. Und man sieht ja auch, wie schnell die Firma wächst. Es ist eine richtige Erfolgsstory. Und dann kommen wir gerade an die zweite Komponente für das Kernthema Performance. Wenn man so schnell wächst, da ist doch auch ein gewisser Druck dabei. Ja, der Druck ist immer dabei. Ich glaube, jeder im Leben, der etwas macht, kennt, dass das ein Erfolgsdruck da ist. Wichtig ist. Und ich glaube, das ist etwas, das den Brack herauszunehmen. Man darf auch mal einen Fehler machen. Man darf etwas probieren. Und die Sicherheit haben, um zu sagen, man probiert etwas und vielleicht auch scheitern. Das hilft. Und das habe ich auch als Fotograf. Manchmal muss man ein Risiko eingehen. Und das gibt dann den Erfolg. Kann man sagen, als Fazit, als Live-Advice. Der Mut, etwas auszuprobieren, muss grösser sein als die Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Oder wenn jetzt mal irgendetwas nicht erreicht würde. Definitiv. Wunderbar, Marco. Danke viel, viel Mal. Das ist schon inspirierend. Schon am Morgen, muss ich sagen. Du hast uns auch ein kurzes Video mitgebracht, wo wir sehen können, wie es so abläuft, wenn diese Produkte fotografiert werden bei Brack.ch. Und in diesem Video wollen wir doch jetzt rein schauen. Jetzt Marco. Vielleicht möchte auch Thomas noch zu uns kommen, falls es schon Fragen aus der Community gibt. Bitte schön. Wir haben das Video nicht gesehen. Hallo, Marco. Hast du trotzdem schon Fragen aus der Community? Kann man vielleicht schauen, dass wir das Video später einspielen können? Genau. Ein wenig improvisieren würde ich doch sagen. Also die erste Frage, Marco. Wo bekomme ich eine Beratung? Gibt es Filialen? Haben Sie da Möglichkeiten? Nein. Weil wir ein Onlineshop sind, haben wir wirklich keine Filialen. Okay. Aber du kannst anrufen, du kannst chatten. Direkt. Gut. Also das klingt schon mal sicher interessant. Auch eine Möglichkeit, wenn man sich so mit euch austauschen kann. Dann eine persönliche Frage, die auftaucht ist. Mit welchen Marken fotografierst du? Gibt es eine Marke, wo du sagst, das ist es? Ja, also ich habe... Darfst du das überhaupt sagen, oder ist das Befangenheit nachher, wenn ihr alle Produkte habt? Nein. Also ich fotografiere mit einer Marken. Hauptsächlich, wo ich schon etwas sage, die haben wir leider im Sortiment. Das ist mit der Hasselblad. Hasselblad. Ja. Cool. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Hasselblad, den habe ich auch schon von Thomas mal so etwas gesehen. Thomas Biasotter. Sehr interessant. Denen, wo auftaucht Black Friday. Kannst du da schon etwas erzählen vielleicht? Ja, viele noch nicht, aber wir werden spannende Angebote haben. Das definitiv. Also. Unbedingt. Ja. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Also. Vielleicht ist Regie schon bereit, oder? Vielleicht ist Regie bereit, um das Video einspielen. Dann könntest du auch noch etwas darüber kommentieren. Und sonst hätte ich doch grundsätzlich einfach Fragen, Marco. Wie viele Produkte werden zum Beispiel bei euch täglich fotografiert? Und wie viel Aufwand betreiben die Betriebe, um so ein einzelnes Produkt zu fotografieren? Ähm. Das ist noch eine schwierige Frage. Weil ich habe ja mal im Fotostudio gearbeitet. Wir haben früher mehr fotografiert. Das weiss ich noch. Mittlerweile bekommen wir sehr viel Bildmaterial von den Herstellern. Und es wäre nicht gut jetzt gerade in der Kategorie Foto, wenn die Hersteller keine Fotos hätten. Also die liefern das eigentlich schon für dich. Und die müssen es nur noch ins Produkt hineinfüttern. Ja. Also quasi die Website hineinladen und dann ist es schon gemacht. Aber jetzt das Video, ich weiss nicht, ob wir das Video noch einspielen, dass du vielleicht etwas darüber erzählen könnt, was wir sehen, ob das möglich ist. Das Video läuft. Jetzt kannst du erzählen, was wir da sehen. Also das war ein Kampagnen-Shooting mit unserem Testimonial. Und Produkte, die wir fotografieren, das machen wir immer noch. Aber wir nutzen natürlich das Fotostudio auch, um so Kampagnenbilder zu schiessen. Und das ist dann halt meistens auch die spannende Arbeit. Weder einfach nur Produkte auf einem weissen Hintergrund abfotografieren. Also du bist eigentlich nicht nur verantwortlich für das Kamera- und Foto-Equipment, das ihr auf der Seite habt. Sondern ihr macht in eurem Studio in-house eine Werbekampagne? Nicht alles. Aber wir machen einen Teil in-house. Und das Fotostudio ist natürlich nicht nur für meine Fotokategorie, sondern für alles. Und dort gibt es halt schon immer wieder Produkte, die noch keine Bilder haben. Und dort ist dann auch unser Team im Fotostudio gefordert, das zu fotografieren. Und dort bist du dann auch noch mit involviert in dieser Kampagne? Das ist eigentlich schon ein sehr aufregender Job. Nein, also jetzt nicht mehr. Ich bin ja wieder zurückgekommen zum Brack. Beim ersten Mal, als ich dort war, bin ich für das verantwortlich gewesen. Jetzt ist das ein anderes Team. Weil jetzt leite ich wirklich die Fotografie, die Kategorie, wo es mehr um den Verkauf und den Einkauf geht. Man kann ja nicht alles machen. Man muss sich immer etwas konzentrieren auf das, was man am besten macht, was man am liebsten macht. Marco, Brack.ch ist offizieller Partnershop heute vom Swiss Photo Day, was ich auch schon erwähnt habe. Und es gibt ja noch Promotionsangebote, die aufgeschaltet sind. Die findet man auf Brack.ch Swiss Photo Day. Jetzt müssen die Teilnehmer da etwas Spezielles machen, damit sie profitieren können von diesen Angeboten. Also es gibt einen Promotionscode, den man einfach beim Warenkorb eingeben muss und profitieren von diesen Angeboten. Den kann jetzt jeder eingeben. Und der ist nur heute gültig? Oder hat man noch etwas länger? Der ist zwei Wochen lang gültig. Wunderbar. Danke vielmal Marco, bist du heute Morgen bei uns gewesen? Danke Thomas. Ihr habt es gehört, liebe Community, es lohnt sich besonders heute bei Brack.ch vorbeizuschauen. Es gibt sehr tolle Angebote für euch, wenn ihr für Fotografie interessiert seid. Und auch wenn der eine oder andere Speaker heute kommt, Sachen zeigt, von etwas erzählt und ihr gerade etwas mehr wollt wissen, dann könnt ihr auf Brack.ch schauen und findet eventuell gerade noch einen speziellen Deal. Jetzt machen wir einen kurzen Werbespot und danach darf ich schon den zweiten Gast begrüssen, Johan Wiebeck, der extra aus Schweden angereisst ist. Er ist Sales Manager bei Profoto und aus Stockholm für den Swiss Photo Day bei uns. Es geht weiter nach einem Spot. Musik Liefert Vorfreude. Brack.ch Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 www.frack.ch 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 Nur am Amateur level, aber ich habe alles versucht. Es ist toll, jetzt zu sein, in einem Unternehmen, mit Fotografie und Lighting zu arbeiten. Und wenn du angefangen hast, dein eigenes Fotografie, was hat dir angefangen? Du hast eine spezielle, wie du fotografierst? Oder in der Natur? Ich denke, ich bin eher ein Natur-Guy. Ich liebe Natur viel. Ich bin auch ein Techniker. Ich liebe die kleinen, feine Tweaks, um die perfekte Exposur zu bekommen. Und dann, wenn digitale kam, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, verschiedene layers zu tun, um die Details in den Skyen zu bekommen. Ich bin wahrscheinlich eher ein Techniker. Even wenn ich auch andere Dinge habe, wie Wedding Photografie habe ich auch ein bisschen. Und das ist also, Light ist sehr wichtig. Es ist wirklich wichtig, die Mood der Bildung des Bildes. Warum ist es, dass alle, von aspiring Fotografie, Hobby Fotografie, zu den Professionen in der Welt, und die Flaschläge, von ProPhoto, von ProPhoto? Was macht sie so großartig? Erstens, es ist so easy, zu arbeiten mit unseren Licht. Und es ist so wichtig, zu haben, zu haben, in jeder Image. Sie wissen, die Licht kann fantastisch sein, ohne Flaschläge. Sie haben eine perfekte Sky, mit ein bisschen klaut. Du kriegst dieses sehr, sehr, nice look of Licht. Aber manchmal, es ist nicht so. Sometimes, es ist dark. Cloudy. Und du hast noch die Qualität der Licht. Und dann, du hast die ProPhoto-Produkte. Du kannst simulieren all types of Licht mit verschiedenen Light-Shapen-Tools. Und Light-Shapen-Tools, das ist unsere Tools, die können diese Soft-Light mit der Hard-Light und so weiter. So, like the painter, they have different brushes when they make their paintings. ProPhoto have different Light-Shapen-Tools to create that special feeling. Would you say, especially as a photographer who likes to photograph in nature, that actually the natural light and just the authentic light of the situation is the best? And when you can't work with that, you start bringing in the lights and Light-Shapen-Tools to kind of mimic that a little bit? Or is there a special advantage to always adding light? I mean, sometimes actually, the available light from the sun is perfect. You don't need anything more. But a lot of times you need to enhance the image to add some light here and there, to paint like the painter is painting with some light to fill something in the background or so. But of course, then it's also a creative tool where you can really add a lot of your personality into the image. You can add a lot of colors, vivid colors to make it very fashion-style, cool image, or yeah, so you can do whatever you want. What would you say is the key factor for a good image? And why? I mean, of course, I would say great light that makes a good image. But of course, yeah, of course, I mean, everything needs to fit. I mean, the background, the foreground, everything needs to fit. And if you shoot people, you need to have that special feeling of the model that you're shooting. But light is always key for a good image. Without great light, there is not a good image. And I already spoke before what makes the success of Profoto and you said that the products are very easy to use. Do you think that is really the secret for the success, that people don't like a lot of complicated tools that they want to just intuitively understand how the product works? I mean, that is one of the keys. we have always developed and designed very easy to use products. We came from the studio photography many, many years ago. The company is more than 50 years. But we are a young company. We are not the old company. But in that time, in the dark studios, you needed to have easy to use products that you can really feel in the darkness how to change the settings. And we are the same core values we use today. It should be easy to use them because if it is easy, then it's also more fun and you create better images. But then, of course, we have other values. Very high quality. Very high performance. We have availability around the world. You can find Profit everywhere. So it's a lot of small bits and pieces that create our success. What would you suggest to some photographers who have a little bit of a resistance to using flash or maybe a little bit afraid of it, of the effect? Is there any advice you can give? Yeah, I mean, a lot of our partners around the world, they offer try units. So you can go there and try it for a weekend. Normally, it's free of charge. So then you can try it. Then we have a lot of inspiring material and instructional material on our website so that you can try to learn and increase your competence in lighting. So yeah, go out, go try it. It's easy. And I also saw that you brought some products today from like some of the latest products that came out. That's correct. This is the A2, is that correct? That's correct. What is so special about this flash? I mean, it's super compact, super small. This is easy. When you go out on location, then you need something that's super lightweight. It's also very fast and easy to work with this one. It's this mount here is magnetic. So you just click on the light shaping tools. So there is no really hustle anymore. Yes. So it's fast. You don't have to screw and click. No, no, no. Exactly. Yeah. And I mean, you don't have so much time. If you shoot, normally every shooting is quite stressful. If you shoot weddings, if you shoot, whatever you shoot, you have little time. If you need to work, you don't need to have time to. And the packaging is also quite small. The case. Yeah. So this is a case for the different accessories. Yeah. So most of our products, they come in a nice protecting case. and it's also all the user interface in our products are deadly simple. And I feel very safe to say that our products are the easiest to use products in the lighting industry. So it's clean. You don't need to read the manual. I think that is a big advantage. And it also looks really cute. And do you know what I also think is really cool about this product? No. is that our community can win one of them today with an air remote. It's a really, really cool prize, I think. And before we move to the Q&A, I think Thomas is going to join us in just a minute. We will show a short inspirational video that will show the versatility and the use cases of light. Let's have a look. in a minute. And then we will be So you can hear Amen. Amen. SWISS TXT AG – 2021 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 Das ist interessant für Sie, für Ihre Instagram-Achein. Ja, es ist sehr, ja, es gibt die Kamera, weil die Licht ist alles. Ja, die nächste Frage ist von der Community. Warum sind die Produkte so günstig? Ja. Ja, natürlich, es hat eine höhere Preis-Tag. Aber wir versuchen, die beste Produkte zu entwickeln. Wir haben eine Premium-Produkte. Sie haben ein bisschen höherer Preis-Tag. Aber wir kaufen in etwas mit mehr Qualität. Wir haben eine Service-Center hier in Deutschland, in Österreich. High-Qualität, das kostet normalerweise ein bisschen mehr Geld. Aber unsere Kunden sind wirklich glücklich. Als sie in unsere Systeme kommen, sie sind glücklich. Sie sind nicht glücklich. Nein, sie sind nicht. Ich denke, die Frage wir immer noch fragen müssen, ist es nicht, warum ist es günstig? Aber ist es wert der Preis? Ja. Ja. Und manchmal ist es mehr Premium-Tag. Aber wenn du es glücklich mit dem, ich glaube, es funktioniert. Und die letzte Frage ist, woher kann ich sehen und probieren alle Produkte? Live in Deutschland. Wir haben zwei Plätze in Deutschland, wo Sie können sie live testen. Sie sind in Bern und Sie sind in Zürich. Okay. So, da haben sie auch diese Try-Before-You-Buy. Oh, okay. Die Produkte können Sie eine Lange. Sie haben eine Professional-Service. Sie können whatever Sie wollen. So, ich würde auch gerne sagen, dass, wenn Sie Fragen haben, über unsere Produkte haben, in der Virtual Booth, da ist ein Link zu dieser Landingpage. Auf der BOTTOM, da ist ein Bild, wo Sie können E-Mail oder Telefonnummer wenn Sie wollen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie in die Formen und wir werden helfen und helfen. Zum Beispiel mit einem Try-Unit. Ja, okay, das ist cool. Dann können wir es, dann können wir es, dann können wir es, dann können wir es. Exactly. Praktisch. Vielen Dank. Wir haben noch Fragen von der Community? No, das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für uns hier, Johan, und für uns, wie wir mit uns hier arbeiten, wie wir mit der Light arbeiten, mit den Inspirationalen Videos, mit der Story, mit der Background. Das ist super interessant. Und ich muss auch sagen, dass das Flash ist super cool. und ich bin froh, dass jemand von unserer Audience gewinnen kann. Wow. Ja, dass Sie mich dann nachher verlassen, Ja. Wir wechseln jetzt auch wieder auf Deutsch und unser nächster Gast, der ehemaliger Arzt und ist jetzt Vollzeitfotograf und auch noch Abenteurer. Also wirklich ein schöner Werdegang. Wir reden über genau das Thema, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit, die Work-Life-Balance, so der Grade zwischen der Passion und der Performance mit ihm. Er ist der Dr. Maximilian Gierl und er ist jetzt dann gerade bei uns, beim Swiss Photo Day. Zuerst machen wir aber noch mal eine kleine Werbepause. Das Schönste nach den Ferien sind die Erinnerungen an die unvergesslichen Momente. Fotobücher von Bookfactory.ch Wir stehen für Schweizer Qualität und die beste Fotobücher mit Tradition. Bookfactory.ch Baratio. . . . . . . Das war's für heute. 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 Mir ist irgendwann aufgefallen, die Ärzte sagen den ganzen Patienten immer, du musst mehr auf dich achten, du musst was für dich tun, du musst schauen, dass deine Gesundheit in Ordnung ist. Und die Ärzte sind wahrscheinlich die schlechtesten Beispiele, die man sich so vorstellen kann für das Ganze. Die befolgen den eigenen Rat überhaupt nicht? Viele nicht, ja. Und wann hast du angefangen, das irgendwie umzudrehen? Was war das für ein Weg? Ja. Das war's für heute. Genau, das ist sicher so über die Zeit, so 2018 hatte ich so meine ersten Jobs in dem Sinn, so für Tourismusunternehmen oder Trailrunning-Camps begleitet. Und habe so ein bisschen langsam meinen Weg dort gesucht, auch ein bisschen, wie es funktioniert. Und in der Selbstständigkeit ist die Preisgestaltung, weil sich ja so ein Riesenthema für mich ist ganz schwierig am Anfang gewesen. Und ja, dann war eigentlich irgendwie so ein bisschen der, das hat sich natürlich ein bisschen intensiviert von den Aufträgen. Aber es war auch vieles, was ich nicht machen konnte, auch vieles, was ich in der Entwicklung, weil wenn man heute als Fotograf selbstständig ist, muss man Video auch anbieten. Aus meiner persönlichen Perspektive. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Gerade im Social-Media-Bereich ist das was, was immens wichtig ist. Dass man aber dort noch zusätzlich besser wird, braucht man auch Zeit, auch die Dinge umzusetzen. Und das war eigentlich irgendwie klar. Irgendwann kommt der Moment, wo ich das nicht mehr schaffe, obwohl ich am Ende nur 50 Prozent gearbeitet habe. Und ja, 2022, ich habe das jetzt nicht geplant. Am Ende sind so ein bisschen verschiedene Dinge zusammengekommen. Ich bin dieses Jahr noch Vater geworden. Wir sind umgezogen. Es war klar, ich würde meinen Job aufgeben, den ich dort hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn nicht jetzt, wann dann? Also es ist quasi wie so ein Moment gekommen, wo du gesagt hast, du hast jetzt nicht auf bestimmte Faktoren gewartet, bis du jetzt irgendwie so und so viele Kunden hast oder bis dies und ein anderer Meilenstein erreicht ist, sondern du hast jetzt einfach gesagt, du probierst es mal, hast aber schon 2016 auf 50 Prozent reduziert und so quasi. 2020 habe ich auf 50 Prozent dann reduziert. Und hast das so ein bisschen angefangen zu kombinieren. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du jetzt arbeitest als Fotograf? Ist das anders als der Job als Arzt? Ja, ja, selbstverständlich. Also es gibt immer, in jedem Beruf gibt es Dinge, die machen nicht so viel Spass, wie die Buchhaltung und solche Dinge. Aber es ist völlig anders als Arzt. Es gibt viele Zeiten, wo man auch wartet, wenn ein Patient nicht kommt. Oder man hat einfach seine fixen Anwesenheitszeiten und das habe ich jetzt nicht. Ich arbeite jetzt. Es ist eigentlich auch egal, ob ich zwölf Stunden Tage habe, aber ich arbeite, weil es Arbeit hat. Genauso habe ich aber auch die Freiheit, wenn ich gerade nichts habe, dass ich mir das auch frei einteilen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mein Leben maximal bereichert und der mich ganz nah zu diesem Punkt bringt, wo ich sage, ich habe jetzt ein Live-Work-Balance. Weil das, was ich mache, ist keine Arbeit, obwohl es trotzdem anstrengend ist. Aber es fühlt sich nicht so nach klassischer 9-to-5-Arbeit an. Und das ist so ein bisschen die Freiheit, auch die Flexibilität, eben etwas einzuteilen oder auch einfach mal Tag X sagen, ich will jetzt da frei machen oder so. Was man als Arzt vielleicht nicht einfach kann, weil man irgendwie auch eingeteilt wird und einfach nach Plan arbeiten muss. Ja, absolut. Wobei, wie gesagt, also auch jetzt, wenn ich einen Job habe, habe ich einen Job, dann kann ich auch nicht frei machen. Also das ist aber jetzt auch nicht grundsätzlich das Problem. Aber ich habe natürlich gewisse Freiheiten mehr, die mir natürlich das Leben deutlich erleichtern. Ich glaube, es träumen viele Menschen davon, dass man als Fotograf selbstständig sein kann. Es gilt so als Traumberuf, weil es halt auch wirklich was Kreatives ist. Und du hast vorhin ein bisschen angetönt, da kommt auch noch ein bisschen die Buchhaltung. Und man muss auch mit den Kunden teilweise verhandeln und Verträge machen. Kannst du das so ein bisschen vielleicht so aufzeigen für Menschen, die sich das überlegen, was da so auf einen zukommt? Wie oft ist man wirklich auf dem Berg mit der Kamera? Wie oft ist man in der Nachbearbeitung vor dem Computer? Und wie oft macht man die Buchhaltung? Ja, ich glaube, das ist für viele ein Irrglaube. Da gibt es auch entsprechende Memes auf Instagram dazu. Und ich würde sagen, am Ende ist es, sagen wir mal, 30 Prozent, was man real wirklich an der Kamera verbringt und was wirklich die Produktion betrifft. Und die restlichen 70 Prozent sind Akquise, Büroarbeit in jeglicher Form nach Bearbeitung, Editing. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie weit man sich das aufteilt. Man kann vieles outsourcen. Das ist sicher etwas, was man als Möglichkeit hat. Ich persönlich genieße es eigentlich, meine Bilder selber zu bearbeiten und das so ein bisschen zu machen. Das muss man am Ende für sich ein bisschen herausfinden, wie viel Zeit man dann wirklich vor dem Computer verbringen möchte. Aber es ist einfach der überwiegende Teil, wenn mehr als 50 Prozent ist, vor dem Computer oder in irgendeiner Form mit Calls. Also man ist immer noch, wie sagen wir, ein Bürogummi, wenn man als Fotograf arbeitet. Ja, mein Büro ist mein Zuhause. Ja, okay. Also es ist doch noch etwas anders. Hast du Tipps für Menschen, die sich auch selbstständig machen möchten? Was ist wichtig? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, das Ziel zu formulieren und einfach egal, was von außen kommt. Mich hat man ausgelacht. Also ich habe 2016 damals zu meinem Chef gesagt, ich möchte gern weniger arbeiten. Ich möchte mich nebenher in der Fotografie weiterbilden und da habe ich ausgelacht. Ja klar, als Arzt. Also ich will Fotograf werden. Ich glaube, viele haben dich auch aus dem Umfeld und in der Familie vielleicht viele Leute nicht so ernst genommen. Nein, da habe ich eigentlich überhaupt kein negatives Feedback in der Situation gehabt. Mehr wirklich eher natürlich von der ärztlichen Seite. Und wo ich jetzt das letzte Mal noch einen Dienst gemacht habe im Krankenhaus, habe ich natürlich auch alte Kollegen quasi getroffen, die gefragt haben, ja, wo arbeitest du jetzt? Ja, ich bin jetzt selbstständig. Und dann ist das so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Unverständnis und Bewunderung, glaube ich, die Reaktion. Und Neid eventuell auch? Neid kommt immer grundsätzlich, wenn man in irgendwelchen Dingen Erfolg hat. Aber ich denke, das muss man nicht überbewerten. Ich glaube, das ist immer ein bisschen die Problematik, was ich vorher angesprochen habe. Die Leute sehen nur, dass ich irgendwie auf den Berg hoch renne und irgendwie ein paar Bilder mache, den Sonnenaufgang genieße und danach wahrscheinlich gemütlich mit der Familie frühstücke. Aber die sehen natürlich nicht das Ganze, was dahinter steckt, dass man auch mal bis nachts um drei da sitzt und seine Sachen on point zu Ende bringt. Deswegen muss ich das eigentlich nicht überbewerten. Aber das ist natürlich etwas, was immer mal wieder im Leben auftritt. Über den Druck, der auch entstehen kann, wenn man selbstständig ist, möchten wir nachher noch ein bisschen sprechen. Jetzt möchten wir aber zuerst mal schauen, wie es aussieht, wenn du in schwindelerregender Höhe mit deiner Kamera unterwegs bist. Du hast uns ein Video mitgebracht und das möchten wir uns jetzt gerne anschauen. Mein Name ist Maximilian Giel. Ich bin Alpinist, Fotograf und Arzt. Der Arztberuf bedeutet lange Arbeitstage. Umso wichtiger ist der Ausgleich in der Natur für mich. Mit der Kamera im Gepäck bin ich oft vor- und nach der Arbeit unterwegs und arbeite mittlerweile als freiberuflicher Foto- und Videograf für verschiedene Brands. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass man für atemberaubende Erlebnisse nicht immer weit fahren muss und dass es sich lohnt, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Details matter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du erzählst, du bist immer noch Spagat gewesen, Arzt und Selbstständig. Es ist viel passiert und es hat sich verändert. Jetzt bist du ganz selbstständig. Bist du jetzt mehr in der Natur als dort? Das hat sich eigentlich nicht verändert, weil ich eigentlich für mich so ein bisschen die Maßgabe habe, egal wie das Wetter ist. Ich versuche eigentlich für mich jeden Tag eine Stunde draußen zu sein, weil ich für mich einfach weiß, dass mir das persönlich gut tut. Grundsätzlich, das hat aber gar nichts damit zu tun, der Schritt in die Selbstständigkeit, ich gehe nicht mehr bei jedem Wetter raus. Also ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang mit blauem Himmel ohne Wolken, da fehlt mir mittlerweile das Spezielle. Also jetzt im Hochgebirge ist das schön und gut, da möchte ich das Wetter gerne so haben. Aber wenn ich jetzt wirklich fotografieren gehe, suche ich eigentlich eher andere Stimmungen und danach richtet sich dann, wie viel ich quasi rausgehe. Grundsätzlich ist natürlich, da es in dem Moment voll selbstständig ist und Produktionen macht, für verschiedene Brands ist das Rausgehen ein bisschen was anderes. Das heißt, es geht ja wirklich darum, in der Zeit X entsprechenden Content oder Bilder zu produzieren, Videos zu produzieren. Das heißt, du läufst nicht mehr alles vielleicht immer hoch, sondern du fährst vielleicht an den Spot, der leicht zu erreichen ist und der dann aber sehr, sehr gut als Szenerie grundsätzlich möglich ist. Das ist natürlich sicher ein Unterschied, weil sich das natürlich ein bisschen verändert. Also es wird ein bisschen mehr Performance, man hat Tag X und man muss es irgendwie möglich machen, egal wie das Wetter ist. Es muss einfach dann umgesetzt werden, weil man auch teilweise ein Team hat oder der Kunde einfach auch das an diesem Tag möchte. Oder schaust du auch da zum Beispiel mit den Kunden und sagst, hey, ich brauche Flexibilität. Ich kann irgendwann in diesem Zeitraum diesen Job machen, aber es wäre vielleicht doch ideal, wenn wir eben den schönen Himmel hätten. Ja, also das denke ich, das versteht auch der Kunde, weil der Kunde prägt ja nach einem spezifischen Setting oder spezifischem Produkt oder mit einem bestimmten Thema irgendwie transportieren. Und dann ist klar, dass der mir die Flexibilität gibt, weil ich bin nicht Herr über das Wetter und er ist es auch nicht. Also das ist sicher jetzt nicht grundsätzlich die Problematik. Und ja, ich besitze die Möglichkeit dann halt auch kurzfristig durch die entsprechende Fitness was umzusetzen, wenn das Wetter passt. Das ist mein Vorteil. Kurzfristig durch die entsprechende Fitness. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen? Ja, also ich bin ja grundsätzlich auch noch irgendwie ein Athlet und bin durchaus nicht relativ fit oder fitter als viele anderen. Das heißt, sagen wir mal eine Wanderung, wo andere jetzt vier, viereinhalb Stunden brauchen, die kann ich in unter zwei Stunden absolvieren. Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht oben irgendwo schlafen, sondern kann das in der Früh von zu Hause losfahren und da schnell hochrennen. Das erlaubt mir einen guten Spielraum, Dinge zu produzieren. Ich produziere halt dann auch relativ viel alleine. Und war das auch der Vorteil? Ja, weil sonst bräuchtest du nochmal ein ganzes Team, was auch in zwei Stunden da hochgehen könnte. Außer man kann irgendwo, manchmal gibt es ja auch andere Möglichkeiten, Seilbahnen und so weiter oder mit dem Auto hochzufahren. Aber war das auch so ein Grund, ein Vorteil, warum du dich selbstständig machen konntest, weil du eben einem Kunden einfach so Job X in einem Tag anbieten könntest und ich müsste vielleicht drei Tage da irgendwo rumtümmeln? Klar, das ist eine absolute Nische, die ich bediene. Da gibt es europaweit nicht viele Leute, die das anbieten, was ich anbiete. Und das ist ganz klar, dass das ein Grund ist, warum ich auch gesagt habe, okay, ja, ich glaube, jetzt ist der Punkt, irgendwie mal zu springen. Aber ich glaube, der Punkt ist auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, was ich den Leuten mitgeben kann, ist, ich bin überzeugt, dass wenn man nicht mit der Tür einfach mal zumacht, dann wird es schwierig, dass sich eine neue aufmacht. Und deswegen habe ich einfach bewusst jetzt nicht nach einem neuen Beruf oder Job als Arzt gesucht, was ich ja morgen hätte. Das wäre ja nicht das Problem, es gibt genügend freie Stellen, sondern ich habe gesagt, nee, ich schaue jetzt nicht. Ich will wirklich das durchziehen, weil ich will ja auch für mich herausfinden, ist das das, was ich die nächsten 40 Jahre machen möchte. Hat das aber auch vielleicht ein bisschen geholfen, dass wir uns im Moment in einer Lage befinden, wo man als Fachkraft eigentlich gesucht ist und wo man weiss, der Fallschirm wäre da, falls es jetzt wirklich nicht klappen würde mit der Fotografie, hätte ich quasi morgen wieder einen Job als Arzt. Hilft das oder wäre es sowieso keine Option für dich? Grundsätzlich hilft das und das muss ich haben als Familienvater. Es wäre unverantwortlich, nicht über diese Option nachzudenken, aber mein höchstes Ziel ist, den nicht zu brauchen. Okay, ja, das hilft. Und hattest du am Anfang auch überhaupt etwas wie Existenzängste oder konntest du damit umgehen? Konntest du so planen, dass du ein bisschen Polster hattest? Wie hast du das gehandelt? Ja, ich glaube, Existenzängste oder Ängste gehören, glaube ich, zu einer Selbstständigkeit immer ein bisschen dazu. Und ich glaube, es ist am besten, oder es ist immer ein bisschen die Frage, wie wir das am Ende einordnen. Du hast vorher so ein bisschen den Druck angesprochen und den Druck von außen zu leisten zu müssen. Und die Frage ist, ob man das negativ oder positiv bewertet. Und ich empfinde, oder ich bin ja ein Mensch, der in Situationen, wo Druck existiert, wo man performen muss, wo ich sehr, sehr gut performen kann. Das kenne ich aus meiner medizinischen Laufbahn. Das sind Situationen, die mir schon immer gelegen sind. Und so ist es auch da. Und deswegen werte ich jetzt so eine Situation, wo ich merke, oh, jetzt muss ich aber schauen, dass es umgeht oder dass wieder Geld reinkommt. Nicht negativ, sondern denke mir einfach, okay, ja, hier ist die Challenge. Und ich muss aber sagen, ich war sehr, sehr glücklich in der Situation, wo ich angefangen habe. Ich habe eigentlich die ersten drei Monate ab Juli quasi durchgearbeitet. Ich bin nur von einem Job zum anderen. Also, muss ich natürlich sagen, war aber für mich natürlich auch ein bisschen planbar, weil ich ja gewusst habe, wann der Stichtag ist, wann ich meinen Beruf aufgeben würde. Dann hast du alles darauf gelegt quasi. Genau. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann würde ich sagen, für die Selbstständigkeit ist es wichtig, dass man Passion und Performance mitbringt. Würdest du das so unterschreiben oder reicht Talent alleine oder muss man eben auch in der Selbstständigkeit einfach richtig hart arbeiten? Also, ich glaube, dass wenn man eine Passion hat, dass die Performance automatisch da ist. Also, wenn keine Performance folgt, dann fehlt die Passion. Also, das ist zumindest meine persönliche Meinung, weil eine Passion eigentlich immer eine Motivation sein sollte, was zu einer Performance führt. Ich glaube, das hängt wie irgendwie zusammen, dass man in der Selbstständigkeit arbeiten muss und hart arbeiten muss. Das müssen wir nicht diskutieren. Dafür hat man aber auch Freiheiten. Aber dass wir nicht mehr über einen 8,5-Stunden-Tag reden, ich glaube, das sollte jedem bewusst sein, der in der Selbstständigkeit geht. Kann ich absolut so unterschreiben. Also, auch Selbstständige, das ging mir genau gleich. Du hast jetzt auch noch eine Slideshow mitgebracht, wo wir ein bisschen einfach anschauen werden. Du kannst uns einfach sehr, sehr gerne kommentieren, wo wir so ein bisschen sehen, was du machst. Schauen wir doch mal ein bisschen in diese Slideshow rein. Und das sind ja unglaubliche Bilder, auch vorher im Video. Sind das alles Bilder, die du dann auch noch selber gemacht hast und auch du teilweise drauf bist? Oder was passiert da so? Da sind jetzt schon andere Leute dabei. Ich habe letztes Jahr ein Projekt gemacht, wo es darum ging, 21.000 von der Schweiz zu besteigen. Und das sind viele Bilder von dort. Und ja, wenn man natürlich so viel im Hochgebirge unterwegs ist, dann entstehen oder ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort am Ende. Wie jetzt zum Beispiel hier, das ist Amaletschhorn. Das ist einer der abgelegensten 4.000er von den Berner Alpen, wo ein Kollege von mir gerade hochsteigt. Hatten wir den ganzen Berg für uns allein an dem Tag zum Beispiel. Wunderschön. Und da brauchst du auch einiges an Equipment. Und du hast ja da neben dir einen Rucksack. Kannst du erzählen, also du rennst mit diesem Rucksack Berge hoch und was ist da drin? Was nimmst du da? Ja, eben, also ich laufe mittlerweile im gehobenen Alter schon am Stock. Also ich habe schon Stöcke dabei. Okay. Das hilft natürlich gerade. Wirklich, das hilft, okay. Mit so einem Rucksack hilft das schon immens. Das ist so ein bisschen so ein Basissetup. Wenn es irgendwann mal 1.000 Höhenmeter sind, habe ich ungefähr das dabei. Ich habe am Ende eine Kamera dabei im Regelfall. Jene kennen EOS R5 mit einem 50 Millimeter. Ich arbeite sehr, sehr gern professionell für Produkte mit dieser Objektiv. Und damit machst du dann die Videos und die Fotos auf derselben? Ja. Dann hast du dann auch nicht so ein Mix-up mit den Files? Nein, das ist kein Problem. Und mein Lieblingsobjektiv, was ich einfach sehr, sehr schätze, sind Teleobjektive wie das 100-500 hier von Canon. Das sind sicher wahrscheinlich 30, 40 Prozent der Bilder, die man bei mir sieht, sind wahrscheinlich mit so einem Objektiv geschossen. Weil das für mich einfach die Möglichkeit ist, kleine Details zu sehen in der Landschaft oder von dem Produkt oder was auch immer, die sonst vielleicht nicht auffallen. Und das finde ich unglaublich spannend, die Möglichkeit zu haben, weit weg zu stehen und trotzdem ganz nah hinzuschauen. Hast du viele verschiedene Kameras ausprobiert oder wie hast du dich für die Canon entschieden und auch dieses Objektiv? Ja gut, ich habe beim Studium mal meine erste Canon gekauft, weil ein Studienkollege eine Canon hatte. Ich habe versucht, zu anderen Herstellern zu wechseln, bin damit nie warm geworden und bin am Ende zurück zu Canon gekommen. Und ja, von dem her ist das eigentlich so ein bisschen, ich meine, eine Kameraentscheidung ist immer eine emotionale und man muss einfach mit seinem Werkzeug umgehen können. Und was hast du sonst noch dabei im Rucksack? Ansonsten haben wir im Regelfall hier noch eine Drohne. Ja. Die haben wir hier noch und wir haben hier noch an der Seite drin eine 360-Grad-Kamera, wo man relativ häufig noch gefilmt wird. Es gibt einem halt relativ viele Möglichkeiten grundsätzlich in der Nachbearbeitung dann den Engel oder den Winkel so zu stellen, wie man es möchte. Das ist halt sehr, sehr her. Und das ist die, die man so halten kann und wo man nachher gar nicht sieht, dass eine Kamera da ist und denkt so, wer… Wird entweder gehalten oder sie wird auf dem Helm montiert. Auf dem Helm montiert und dann kann man die Berge runterspringen auch. Zum Beispiel, ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, I see, I see. Und dann natürlich eine Down-Jagge. Eine Down-Jagge. Also das heisst auch, ah, das ist das Orange ist quasi die Jacke. Das ist die Down-Jagge, genau. Sehr, eine kleine Down-Jagge. Also das hast du quasi immer dabei oder variierst du manchmal auch mit den Equipmen? Das ist so das Standard-Setup. Vielleicht tausche ich das schwere 50 Millimeter gegen ein leichteres aus. Aber das ist so das Standard-Setup, was ich dabei habe. Und wie schwer ist dieser Rucksackreis? Also 10 Kilo ist das Minimum. 10 Kilo Minimum und damit den Berg hoch. Das ist schon eine grosse Leistung. Ich bin ganz, ganz gespannt, ob Thomas schon hier… Ja, er kommt. Ich denke, die Community hat sicher ganz, ganz viele Fragen. Ja, da kam was zusammen, kann man so schön sagen. Schwierig zum Auswählen wahrscheinlich. Ja, genau. Also es hat eine gewisse Schwierigkeit, hat es schon gehabt. Aber ich glaube, wir schaffen es, dass wir alles schön zusammenpacken können. Es gab auch Fragen zum Equipment. Die hast du jetzt schon beantworten können. Vielleicht, wenn ich gerade dort ansetzen kann, wie wichtig ist dir das Gewicht, Maximilian? Ich glaube, es ist ihm gar nicht wichtig, weil er hat das Riesenobjektiv ausgeführt. Also mir ist das Gewicht logischerweise schon wichtig. Das hängt ein bisschen von dem Terrain ab am Ende, wo man sich bewegt. Dann darf man nicht vergessen, wenn der Rucksack schwer ist, ist es gerade im technischen, beim Klettern, nicht ganz risikofrei. Weil wenn einmal das Momentum da ist, dann wird man sich nicht mehr halten können. Also das ist einfach etwas, was man bedenken muss. Sonst grundsätzlich ist es am Ende die Frage, was habe ich vor? Also wenn das Bild das wert ist, weil es irgendwie eine Idee ist, die ich umsetzen will, dann ist mir das Gewicht grundsätzlich nicht so wichtig. Okay, interessant. Mega interessant. Ich schaue schon, dass meine Wasserflasche schnell leer ist, damit ich nicht so viel tragen muss, aber okay. Genau. Dann ist noch eine weitere Frage gekommen, ob man bei dir das Praktikum kann machen. Grundsätzlich biete ich verschiedene Zoom-Meetings an, aber man kann einfach mit mir mal in Kontakt treten auf Instagram oder über meine Webseite. Und dann lässt sich was organisieren. Sehr gut. Dann weisst du schon mal keine Mühe. Und dann ist noch die Frage aufgekommen, wo man deine Sachen, die du anbietest, kann abonnieren, lösen, kaufen. Wo findet man das? Ich habe natürlich verschiedene Social-Media-Kanäle. Zum einen ist mein Instagram-Account mit Maximilian Giel, ganz einfach, so wie ich heisse. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heisst ebenfalls Maximilian Giel Photography hinten dran. Und ansonsten, wenn da irgendwelche Fragen sind oder was, dann einfach mir auf Instagram oder per E-Mail schreiben. Ich antworte eigentlich immer. In den DMs, du antwortest immer schön, das finden wir doch gut. Sehr gut. Und welche Drohnen nimmst du mit? Oh, jetzt wird es sehr technisch. Sehr technisch. Im Regelfall habe ich meistens, wenn ich gar nicht weiss, ob ich sicher fliege, habe ich eine Mini 3 Pro von DJI dabei. Cool. Und mittlerweile tatsächlich häufig noch eine zweite, und zwar DJI Yavata. Wieso eine zweite noch? Das ist eine FPV-Drone. Mit einer FPV-Drone kann man Loopings machen. Und ja, eigentlich wirklich sämtliche Manöver fliegen. Und das gibt einfach noch mal mehr Möglichkeiten, gewisse Dinge darzustellen. Und deswegen habe ich oftmals die noch dabei. Also auch dieses Inspirational-Video, was wir gesehen haben, das hast du selber auch gemacht? Ja. Mit den Drohnen. Boah. Das sieht so hochwertig produziert aus. Wenn ich da gerade anfrage. Persönlich. Wie viele Stunden, wie viel Zeit investierst du für das Know-how, alles zusammenzuentwickeln? Also ich fliege ja auch zwischen drei Drohnen, aber FPV-Drohnen, das braucht ja noch ein bisschen mehr. Meine Drohne ist im ersten Flug direkt im Baum. Ja, aber. Ich kann es nicht mehr probiert nachher. FPV-Drohne ist grundsätzlich so, dass man sicher 20, 30 Stunden am Simulator verbringt, bevor man dann fliegt. Und dann in der Woche drei Stunden. Wow. Wow. Am Simulator, okay. Da muss man wirklich einige Skills haben. Ja. Aber es ist, mich bin halt eben, das sind wir wieder die Passion, was Neues zu lernen. Das ist immer was, was mich grundsätzlich inspiriert und motiviert. Und so war es eigentlich für mich klar, dass ich sage, nee, das probiere ich jetzt aus. Und es ist, glaube ich, schon so, wenn man sich selbstständig machen will, dann muss man einfach auch Skills mitbringen, weil es gibt ganz, ganz viele, die das wollen. Und dass man wirklich sich bei den Kunden quasi durchsetzen kann und kann rausstechen, die USPs hat, muss man einfach ein bisschen ein Skillset dabei haben. Im Kopf und auch im Rucksack. Ja, genau. Hast du noch eine Frage? Ja, eine letzte technische Frage und zwar, ob du mit Filtern tust du auf den Bergen arbeiten? Also tust du noch Filter drauf oder schauen? Ja, das mache ich, ja. Natürlich beim Filmen mit variablen ND-Filtern, zum Beispiel von PolarPro, die Peter McKinnon-Variante oder ansonsten natürlich bei Langzeitbelichtung mit Wolken, mit Steckfiltern von Breakthrough. Okay. Cool. Danke vielmals. Sehr, sehr spannend und inspirierend gewesen. Ich glaube für alle, die sich auch vorstellen oder damit liebäugeln, dass sie selbstständig sein wollen. Ich glaube, da gehört man, was alles möglich ist, aber was eben auch alles dazugehört. Dr. Maximilian Gill, danke vielmals für den Besuch. Wir machen jetzt einen kleinen Werbe-Break und dann sind wir schon wieder zurück und es geht direkt weiter mit dem nächsten Gast. Tschüss! Susten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, gut. Ah, alles klar. Gut, also, was ich euch ganz kurz schnell zeigen will, die ganzen Möglichkeiten sind natürlich extrem gewachsen in den letzten Jahren. Vor allem, ich glaube, in den letzten zwölf Monaten. Und ich zeige einfach einen kleinen Ausschnitt aus Photoshop und den anderen Tools, den ich jetzt per se benutze, wo mir das Leben einfach vereinfacht oder leichter macht. Gut, also, als erstes nehme ich einfach ein normales CR3-Foto, gehe in die Kamera-Raw hinein, mache jetzt hier noch nicht wahnsinnig viele, es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, nehme das hinein und gehe da mal auf die Ebene weg. Und als erstes... Ich mache das mal ein bisschen grösser. Ups, ein bisschen zu zoomen. Und was ich jetzt als erstes mache, und bitte, verbringe mich dann nicht auf dem Scheiterhaufen, ist, ich arbeite als erstes mal mit dem Portrait Professional. Das ist eine Software, wo ich es ganz, ganz spärlich einsetze, wo man am Ende vom Tag wirklich sehr, sehr viel auch, ich sage jetzt mal, verbarbifizieren kann. Also der Mensch sieht da nicht mehr wirklich wie ein Mensch aus, sondern eher wie ein Ken oder eine Barbie eben. Und das Lustige ist jetzt, man sieht auch insofern, dass die AI eben nicht immer richtig liegt. Das ist jetzt Lorina, das ist unsere Social Media Managerin. Und eigentlich ist es eine Frau, aber die Software erkennt es als Mann. Also, klar kann man das natürlich dann abändern und kann die weibliche Version daraus machen. Es wird dann einfach noch ein bisschen mehr blurred. Ich setze hier mal schnell ein bisschen runter. So. Und auf der rechten Seite haben wir einfach verschiedene Tools. und die wähle ich jetzt alle mal schnell ab, weil es gibt einem eine gewisse Vorgabe, um zu schauen, was man wie es aussieht. Und wir haben als erstes zum Beispiel Form. Und wenn ich das anklick, dann sieht man, dass die Gesichtsform ganz wenig angepasst wird. Das heisst, man wird ein bisschen verschönert. Mh. Wird fast nicht nötig. Also, ihr seht, wenn ich da in- und ausschalte, dann wird das Kini ein bisschen schmöler gemacht. Ich gehe weiter zu der Hautglättung. Ich weiss nicht, ob man es dann online sieht. Und da regle ich den Basisregler meistens ganz runter. Und tu und die Augen genommen einfach ein bisschen aufhelle, damit die schwarzen Ringen, damit ich nicht so viel Arbeit habe dann nachher. Dann geht es weiter bei der Beleuchtung und Farbgebung. Das ist jetzt wirklich ein Schuss gewesen, den ich gemacht habe. Dann mal ganz kurz bei einem Retreat, den wir hatten. Und da kann ich jetzt zum Beispiel auch Beleuchtung und Farbgebung einschalten. Und das Gesicht wird in dem Sinne neu modelliert. Das auch eher ein bisschen weniger. Und am Schluss gehe ich noch in die Augen, um die einfach noch ein bisschen rauszupuppen lassen. Und da hilft mir das Tool auch sehr, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache die Pupillen ein bisschen abdunkeln bzw. vergrössern. Könnte ich noch die Augen weissen, reinigen usw. usf. Gut. Und dann am Schluss gehe ich noch Mund und Nase. Und da mache ich in dem Sinne, die Basisregel lasse ich so. Zähreinige ich eher ein bisschen weg, dafür ein bisschen mehr weissen. Und das hilft einem schon sehr, damit man nicht wirklich in den einzelnen Zahn bearbeiten muss. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. Das heisst, ich gehe da wieder zurück. Gut. Und ihr seht jetzt, wenn ich da würde, vorher, nachher, sind das ganz feine Änderungen, die ich in dem Sinne jetzt gemacht habe. Als nächstes dupliziere ich die ganze Ebene und nenne das ganze Heal. Und da kommt in dem Sinne ins nächste Plugin, das ich erst letztens entdeckt habe. Was ich extrem spannend finde. Es nutzt eben auch Artificial Intelligence. Und jeder, der das kennt, zum Bücken wegmachen. Das hat sie zum Glück nicht wahnsinnig viel. Man ist da stundenlang dran, um irgendwie auch die einzelnen Sachen weg zu retuschieren. Und ich kann da auf Filter gehen. Die Dinge heissen Retouch for me. Das ist ein Russklub, der das programmiert. Und da mache ich als erstes mal Heal. Und ihr seht jetzt, innerhalb von 10 Sekunden, versucht er herauszufinden, wo sind da die Hautunreinheiten. Ich mache eine Maske daraus. Ich applique das. Jetzt seht ihr, wenn ich das auch ein- und ausschalte, dann sind zum Beispiel die ganzen Summersprossen weg. Aber auch hier kleine Pückel auf der Nase. Das ist alles weg. Ich finde jetzt aber okay, ihre Summersprossen, das ist etwas, das zu ihr gehört. Das heisst, da kann ich eine Ebenenmaske machen. Jetzt müsst ihr ihn auch über den Linsen. Ich kann da den schwarzen Pinsel nehmen mit der schwarzen Farbe. Und kann da zum Beispiel ihre Mutter mal wieder reinnehmen. Gut. Dann mache ich hier nochmal ein Duplikat aus dem ganzen Schieb. Das nennt das Touch and Burn. Und jeder Fotograf, der Touch and Burn kennt, der weiss, an einem Gesichtsretusche sitzt man, je nach Auftrag, zwei, drei, vier Stunden den ganzen Tag. Oder kann man daran sitzen. Und das habe ich vorhin gesagt. Wenn ich jetzt da Retouch for me Touch and Burn auswähle. Er macht das zu 70-80% schon sehr, sehr gut. Das heisst, von dem aus kann ich dann weitergehen und brauche nicht mehr so die grosse Zeit, um das Ganze zu machen. Gut. Ich mache einen Soft-Layer. Ich gehe wieder da auf Apply. Und jetzt seht ihr, er hat die ganze Touch and Burn Maske gemacht. Ich gehe also wieder da auf Weiches Licht. Jetzt seht ihr da, wenn ich es ein und ausschalte, dann hat er da wirklich ein sauberes Touch and Burn gemacht. Nach mir ist das jetzt zu heftig. Sie sieht jetzt schon wieder ein bisschen puppenhaft aus. Das heisst, ich gehe da vielleicht auf 70% runter. Ich gehe da mal ein bisschen raus. Noch mal gerne ganz schnell die beiden ausschalten. Also Heel, wo ich den Böckel rausnehme. Touch and Burn, um mir dann einfach so ein bisschen die ganze Geschichte zu geben. Um ein extremes Beispiel anzuschauen. Das Foto muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich aus dem Internet. Das ist jetzt etwas, wo sie wirklich sehr viel Akne hat. Und wenn ich jetzt da ganz schnell das Duplizieren mache. Noch mal ganz schnell den Filter, den Heel darüber laufen lassen. Wie ihr seht, das braucht gleich noch ein bisschen Zeit, bis ihr das Ganze berechnet hat. Ich mache hier wieder meine Maske. Ich mache noch mal schnell ein Duplikat. Und setze da noch mal Touch and Burn ein. Je nach Gesichtsstruktur oder je mehr das auch rum ist, desto weniger schnell geht das auch. Oder 5.20 ist gut. Jetzt setze ich das da oben drauf. Hier noch mal das Soft Layer. Nein. Und ihr seht also, wenn ich da jetzt die beiden Sachen wegnehme. Das ist vorher, das ist jetzt wirklich ganz schnell und rudimentär gemacht. Alle Böckel bringt man nicht weg, weil sie doch sehr starke Akne. Das heisst, dort müsste man wirklich auch noch von Hand dahinter. Inklusive Touch and Burn. Also man hätte dann doch relativ, ich sage, innerhalb von einer Minute hätte man etwas machen können, wo man sonst doch sehr viel Zeit hätte sich nehmen. Gut. Das nächste zum Beispiel ist, ich nehme mal die beiden Bilder noch rein. Photoshop. So. Das ist auch so etwas typisch, wo man sagt, okay, schöner Shot, aber so blauer Himmel, wenn man da nicht noch ein bisschen Wolken reinbringen. Und es gibt im Photoshop eine Funktionalität, die ist aber nur bedingt gut. Und zwar habe ich da bei der Ebene Blödsinn Bild, wo haben wir es jetzt da. Himmel austauschen. Das ist erst, glaube ich, seit zwei Versionen drin. Und da kann ich jetzt sagen, hey, was für einen Himmel will ich. Bei diesem kleinen Icon kann ich noch weitere Himmel laden. Und jetzt kann ich sagen, hey, ich will einfach Wolken rein tun. Also mir ist der Himmel ein bisschen zu langweilig und jetzt hat er die Wolken rein genommen. Die Problematik jetzt beim Photoshop ist, in der Spiegelung vom Wasser nimmt er das nicht. Und für das gibt es wieder ein anderes Tool. Genau, das ist das. Und zwar nennt sich das Ganze Luminar Neo. Und das ist vor allem auf AI basierend. Oder basiert das. Und es hat noch 100 Millionen andere Sachen drin, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ich gehe also hier ins Bearbeiten. Ich habe hier auch wieder Himmel. Ich kann hier den Himmel auswählen und sage, ja mal schauen, was passt jetzt hier am besten. Vielleicht das hier. So. Bam. Und damit man es besser sieht, nehmen wir die hier oben. Gut. Und wenn ich jetzt nochmal auf Himmel gehe und ihr seht... Äh... Also, Moment. Ich komme schnell zurück. Änderungen. So, da sind wir. Und wenn ich jetzt vorher... Nachher... Also, ihr seht... Luminor Neo macht in dem Sinne auch in der Spiegelung vom Wasser berechneten das. Das heisst... Das heisst... Ähm... Ich kann da in dem Sinne wirklich eine sehr fotorealistische Geschichte machen. Und natürlich kann man es auch bis auf die Spitze treiben. Dass man sagt, man nimmt hier irgendwie so ein Sunset. Ähm... Zwei Minuten. Zwei Minuten. Gut. Ähm... Photoshop hat auch sehr coole Geschichte. Und zwar... Retuschen von alten Fotos. Hm. Da hat sicher irgendwie von den Eltern noch etwas drin. Ich kann also da... Ähm... Auf Filter. Und dort haben wir die neuen Neural Filters. Und deswegen arbeite ich jetzt auch mit dem Photoshop Beta. Weil dort sind gewisse Sachen drin, die in der Normalwesen noch nicht da sind. Und da habe ich Bildwiederherstellung. Und da kann ich zum Beispiel sagen, Kratzreduzierung. Und ihr seht... Je nachdem wieviel Kratzen das drin hat. Braucht er schnell ein Zeitchen. Jetzt müsste man schnell einen Führerschein spulen. Oder? Und ihr seht, er hat das schon relativ gut gemacht. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, kann man auch sagen, Hey, ich will die alten Fotos noch einfärben. Also da hat man die Möglichkeit, die Farben dann auch zu ersetzen und so weiter und so fort. Wie ihr seht, das wird alles teilweise auch in der Cloud oben, also in dem grossen neuronalen Netzwerk, das da oben ist, berechnet. Und Photoshop nimmt da sehr viele Ressourcen von dort oben. Da braucht man teilweise auch eine Internetleitung für das Ganze. Ja, das wäre so ein ganz grober Überriss von dem, was möglich ist. Wie gesagt, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich denke, ja, einfach mal ausprobieren, was die Tools sind. Das ist sehr spannend, Mischa. Unglaublich, dass man jetzt alle Bilder quasi, die schwarz-weiss Bilder, wieder farbig machen kann. Genau. Super, super interessant. Thomas, ich glaube, es sind sicher extrem viele Fragen. Ja, also die Liste ist wieder extrem lang. Es hat auch die Frage, ob es eine Liste gibt mit all den gezeigten Funktionen und Programmen. Vielleicht können wir das im Nachschluss noch als Antworten hinzufügen. Ja, weil es ist doch sehr, sehr viel. Es gibt sehr, sehr viele. Und man muss sich da auch ein bisschen selber, wie kann ich sagen, durchdrucken, was braucht man wirklich dann schlussendlich. Und ist es wahrscheinlich auch so, dass immer wieder neue Sachen kommen und entwickelt werden? Und auch Apps, die man schon sieht und auch auf dem Computer. Ich habe gerade gesehen, es braucht doch einiges an Reckenleistung. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, den Mischa jung hält, dass er immer so am Baum bleiben muss. Nein, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo, ich sage es mal wieder kreative Leute, sei es Fotografen, Videografen oder überhaupt Künstler oder so, man setzt sich immer mit den neuesten Sachen auseinandersetzen und das behalten der Jung. Wie gesagt, das ist etwas, wir sind die ganze Zeit im Wandel hier oben. Und ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, es braucht eine Zeit, bis KI irgendwann wirklich so weit ist. Und ob sie wirklich Emotionen, das tiefst menschliche, darstellen kann, im Moment sage ich, das wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Also im Moment ist es ja vielleicht einfach so, dass der KI vielleicht erkennen kann, das ist ein Bild von einem Hund, wo man schon sagen muss, wie er das erkennen kann. Da muss man einiges Bilder von Hunden ihm zeigen, dass er das von der Katze unterscheiden kann. Es ist gar nicht so einfach, aber es ist extrem viel im Garten. Wie testest du eigentlich die neuen Programme? Oder wie viel Zeit investiertest du dich, um dich damit auseinanderzusetzen? Oder wartest du, bis dir etwas empfohlen wird? Oder wirst du wirklich alles anschauen, was neu kommt? Ich bin so ein verdammter Nerd. Du bist ein Nerd, okay. Say no more, say no more. Es ist wirklich so. Nein, Technik hat mich schon immer fasziniert und interessiert. Und alles, was mir das Leben erleichtert, was ich dann eben auch kreativ sein kann. Deswegen sage ich immer, man muss Technik kennen, um kreativ zu sein. Weil dann muss man sich nicht mehr mit den ganzen Sachen auseinandersetzen. Vielleicht auch noch eine Frage, die ich hier passend zu stellen kann. Hat der Unterschied zwischen AI und KI? Das ist die gleiche Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Das Englische oder das Dänische? Genau, richtig. Okay. Das war so eine Frage, die so aufgetaucht ist. Darum denke ich, das passt gleich. Super. Du hast viele Plugins gezeigt. Woher hast du diese? Eben, wie gesagt, ich gehe immer wieder YouTube. Ich habe meine YouTube-Guys, die ich immer wieder schaue. Die stellen wieder irgendetwas vor. Ich bin immer am Suchen, am Machen. Mein Job ist auch ein bisschen mein Hobby, blöderweise. Deswegen hört man fast nie aus, zu arbeiten. Und wenn man schon so lange dabei ist, dann weiss man, wo man suchen muss. Und was für einen wirklich funktioniert. Okay. Und daheim oder beim Beruf? Was brauchst du als Equipment? Wenn ich so eine Frage habe. Okay, also wie gesagt, hier ist das normale Foto-Ding. Sonst arbeite ich mit Canon mit der RF5-C, weil das für mich so eine Hybridkamera ist, die 8K filmen und 45 Megapixel fotografieren kann. Also für mich die perfekte Kamera. Klein, leicht, handlich. Nicht wie früher irgendwie Ari auf der Schulter. Man hat dann irgendeinen Genick gebraucht. Das haben wir schon zweimal heute kennen. Die anderen müssen aufholen. Ich muss zu ehrlicherweise gestehen, dass ich sehr, sehr gerne, um die anderen auch ein bisschen zu Wort kommen, ich fotografiere sehr, sehr gerne mit Fuji. Also das sind zwei Hauptmarken, die ich habe. Aber ich mag das Bild vom Film her einfach in das Bild von Canon. Und auch die ganzen technischen Hilfsmittel, die ich halt auch brauche. Und du hast auch ganz viele Tipps und Tricks gezeigt. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man bei den Schulungen buchen kann? Ja, ja, darüber kann man sicherlich reden. Okay. Und wie kann man denn auf dich zukommen? Das ist alles eine Frage. Ja, voilà. Genau, genau. Nein, also auf jeden Fall kontaktieren. Ich glaube, ich weiss nicht, ob unsere E-Mail-Adresse dann irgendwann mal eingeblendet wird. Aber einfach über Deko-Solutions kann man mich sicherlich erreichen. Prominent in Zürich, gerade beim Hauptbahnhof. Man kann nicht dran für mich kommen. Genau. Wobei das sind die Dreizehler-Shops. Wir, also Garmini und Komi, sind ja in Valiselle, die ganze B2B-Abteilung. Also dort kann man nicht noch etwas lernen? Doch, wir haben auch Schulungen usw. Also von dem her, ja, fragt an. Also machbar ist sicherlich etwas, ja. Wir haben noch Platz für eine Frage. Ähm, ja. Wie viel Zeit hast du bereits investiert in das ganze Know-how, das du hier gezeigt hast? Ähm, ich habe 1991 angefangen auf Apple zu arbeiten. Cool. Also seit dort. Das ist eine kurze und bündige Antwort. Nehmen wir doch. Da sind sicher einiges an Sachen zusammengekommen. Danke vielmals, Mischa. Du bist ja bei uns gesehen. Es ist ja noch nicht vorbei. Du kommst ja am Nachmittag nochmal. Ja, am Nachmittag noch ein bisschen als Zeitkick, aber nur. Wir sagen nicht tschüss, wir sagen nur bis später. Und bei dir sowieso nicht, du bist den ganzen Tag. Also es ist wirklich auch, ich bin jetzt schon gespannt, was du nächstes Jahr wieder mitbringst. In welche Richtung, dass sich AI weiterentwickelt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ist es Zeit für einen kleinen Networking Break. Also jetzt könnt ihr wirklich ohne schlechtes Gewissen an die Kaffeemaschine gehen und euch etwas holen. Ihr verpasst jetzt nichts in den nächsten 10 Minuten. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ihr könnt natürlich, ja, der Thomas schüttelt schon den Kopf. Ihr könnt natürlich auch in dieser Zeit jetzt networken. Wir haben virtuelle Stände. Ihr könnt euch untereinander miteinander verbinden. Ihr könnt auf brach.zr vielleicht mal die speziellen Angebote anschauen. Also ihr könnt euch auch wirklich weiterhin ein wenig austoben. Etwas ist klar, egal wie ihr die Pause verbringt. Wir sehen uns wieder hier in 10 Minuten. Ich freue mich. Wir sehen uns mal die Software. Die mehr Intuitive der Kamera-System ist, die mehr du einfach wirst. Never break your flow. EOS R System. 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 EOS R EOS R EOS R System. EOS R System. EOS R EOS R System. EOS R EOS R EOS R System. EOS R System. EOS R EOS R System. EOS R 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 EOS ISO 100 to 125 second f1.8 ISO 1600 and now we can safely introduce flash in our portrait. Let's get back to me in the gym. Let's look at the second problem when the background has the right exposure but your talent becomes too bright. Okay so let's take this image just to see where we are at. So you can see that the background is really really great but our talent is way too overexposed. So what we need to do is to recreate those perfect shooting conditions and the easiest way in this situation and many of these situations are just to block this light so Jöram becomes too dark then we can flash then we can put our flashlight on him. Okay so I see if I can find something that can block Jöram. Oh this one. Something that just block this light so Jöram becomes too dark. Something like that perhaps. And let's see where we are. I take a picture. Great I move it so it doesn't it's in my frame. Like that. Another picture. Yep there we are. Now you can see that the background is perfect and he is too dark. So now we can put on our light. Now we have created the perfect shooting conditions. So I turn on my flash which is an A1 bouncing on a wall and let's see what we got. We get this. Oh that's nice. It's perfect. Jöram, a big smile. Even better. Cool. This is the location where we have chosen to shoot Madeleine. And to our help a stand-in. Anders will be the person instead of Madeleine. So I can read the light here and I will tell you what I'm planning to do. So we have this punch bag and Madeleine is going to hit the punch bag exactly like that. And to put some light on this I have I have some thoughts about the background. Because the background as always dictates how we do the light on our objects or subjects. And we have a lot of windows and we want the windows to be to create the light on Madeleine Boehner or so it looks like it is the windows who creates the light on Madeleine. So we will do a kicker. A kicker light that will be placed around here. Maybe a B1 or so. One kicker light. And to enhance that the light from the windows are very bright I will even do a light from straight into camera from behind. Maybe back here. Here. So we will get some nice flares perhaps. I don't know. But a light straight into camera. So we have the light from the window and we have the light from the kicker light. And then we do a main light. And I will not do it like this. Boom. I will do it from here. So it's from the same side as the kicker light. Then we get a nice shadow on Madeleine facing the camera as you can see we have now. We will just continue the natural light. Main light here and we got a shadow from the bag that will enhance this shadow even more to create this natural look we are looking for. So that's the light on Madeleine. But we will also do you see this orange part here on the on the sack. The orange part is from a light behind this camera that is from a bar. And I will enhance this orange light with another flash maybe a one with orange gel on. So we get this orange line here too. And that's quite it. So let's get started and rig this. Please pick up a B1 and meet me over there. We start with the light in the back. As always in the back. Start from the back and light forward. So my thought was that we put this B1 here to create this backlight. So if you just make this stand a very small one we can tape it back. Tape it up to this pole. And maybe in this height I your eye height here. And then I think that we will get a nice backlight into camera like this. Maybe some flares maybe some exciting things happening behind Val's face here. Can be interesting. And the kicker light. I would say that. Where's the camera? The camera is there. Okay. You are so intensive. That's great. Okay. Group D right? Group C. Group C. Of course. The bar. Sorry. I want power level 5. And if you could run to me and be here. So I can see the effect in camera. And maybe even put it on power level 8. Sorry. Let's crank it up from the start. Sorry again. It's very sensitive this camera. So if you pretend to be Val. Madeleine. Okay. There we are. 3, 2, 1. Just to see where we are. Okay. That is where we are. It's number C. See. Let's go even further up just to see what we have. There we go. And some 3, 2, 1. Okay. That's some really flurry version. So that's interesting because we could go all the way up to this depending on where she will be when she hits the camera. And if I go down a bit. Then I am here. So that is great. That's perfect. So let's continue with the kicker light. I would like to have a A1 somewhere around here. Just frame it so it doesn't show in camera. And since we have windows all the way up we can have the kicker light come a bit from above. I don't think that will be any problems. And Anders if you are here I can put the light in a perfect position. I put it on and I use the modeling light to see where I am. And this is a tip Anders. I can show you. If we angle this down like that. Then we can have a really great movement and still see the numbers. Yep. I know. Okay. So let's go like this. Let's even make it a bigger pattern of the light. So we have some on the body. Maybe something like that. And I have to go to camera. If you are still there I can see. Should I go and turn off the back light? I can actually turn it off from here. So it's off. And we have B and I think if you push the bag a bit just to see how much. I should put the light a bit more in that direction. I think I will try to hide the light behind the bag. And if that doesn't work then I have to back it up a bit more. But I go for this now. Let's see if this is okay. Do you see the power number on the A1? How much is the power on the oh sorry yeah on the A1? Two. Cool and it's group B right? Yes. Let's go up to maybe two stops more and I have a test shot. Let's see where I am. That's the kicker. It's a bit too strong. So I go down. A1 is a bit too strong. So I go down to 2.0. Compare those two. Still a bit too strong. Can you see? Can you see the numbers? Cool. No. I fixed it. Bye. Maybe we are going since we have so such a low power. We have so long shutter speed to mix the ambient lights. Let's try it without the modeling lights. Maybe that was too strong. Now it is actually the flash. That's quite cool. Let's turn it off just to get a feeling of it. Without the flash and with the flash. That's cool. So I will make it a bit darker by actually doing something that I think many people doesn't think about. If I just aim this a little bit off. So the main pattern of the light is over there. You will be in the edge of it and we have a lot less light on you. Aha. 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 Yes. Smart again. Let's see where we are at. So it's better. Maybe that is quite good actually. I think that's okay. Okay. Yep. And what's next then? Then we do the main light. I just turn off the modeling light. The main light will be one by three around here. Okay. Yeah. So I have to see where the edge of the of the the framing is. So you can turn on the modeling light so I can see clearly. Okay. So if you back it up in that direction quite a lot. Okay. I think that we should have it maybe here somewhere like like this. Since we are doing this wide angle shot we have a lot of We have some space. If I I just loosen it. If you stand there like a boxer like Madeleine. So if we did a closer shot then I could have the light maybe around here. But we're doing quite a wide shot. So I need to be a bit further away. So let's try this. Sorry if I'm walking away here but Now I look at the face of Madeleine just to see where the light starts to come into her face. I mean if I'm over here it's a way to frontal. So I want it to come from this direction. So I think maybe here. I suppose this pole isn't in the in the frame. So if you place it here. Yep. You could actually have it a little bit higher and even aim it a little bit upwards. Yeah. When we're aiming flashes up upwards then we get a little darker effect on the body. So we get a little bit focused on the face. But since this light is quite far away. The light pattern is quite big. So I don't know if we will go. I don't think the light will be too dark below. So I think that's great. Yeah. Let's go for A. I'll just push test once to get a feeling of it. 2.8 on that. 4.8. 4.8 on that one. That's where we are right now. Yeah. I just take a test shot on that one just to see where we are. That is where we are. Anders. Actually I think that. That's quite good. I just lower it just a tad. I go down a half stop. 3, 2, 1 and go. Cool. I turn off the modeling light so I don't get confused by the. Right. So I know. Yeah. Cool. And then we have the kicker upon that. Yeah. That's nice. Should I set up the bar light? Let's do the bar light please. Could you please do the bar light? What do you want in the back? The bar light is you see this orange part here. That is what we are going to enhance with the bar light. So you see the lamp up by the bar. That is what is creating this one. So we do that light but even bigger. So we get an even bigger reflection. So just behind that lamp and up in the ceiling in the bar. And we will get a reflection like this. So let's try it. Yep. I've done that. Turn on the bar light. Bar light is on. Okay let's try it. 3, 2, 1. Oh that's great. Just the orange little touch of an environment. Yeah. To see how it if it interferes with you in any way we don't want. No it doesn't. You could actually even go a little bit back for the back just so I can get a feeling of it. There we go. And great. So do you see the orange light on the image? It is perfect. That's the bar light. Let's do it with all. I turn on all the lights. I go for that one and I go for that one. A, B, and C. Model, model, model. I'll try one. Okay if you raise your arm. Great. Cool. So we have the flash in the back. I turn that one up. C I think just to enhance that effect a lot. Three, two, one and go. Yeah and then that's the maximum value. We will I think we will play around with that. I take it down just a tad. I think it's more or less tighter grid. To to do what? To what it was the. To the tighter grid it eats some light. But I thought that we had the tightest grid on now. Yeah so you take it less tighter you get more light. If you want more light. Yeah I know I know the amount of light is no problem. So it does not problem. Thanks for the ID though. Okay let's see if I if you are I can see a stand from the A1. So that is just a small minor problem that maybe will disappear when she's hitting the bag. But that leg is shown. Yeah. So we could actually maybe put up some weights in front of it. Because the weights are really nice looking in this environment. Just to hide the leg. I can help you. I am not an evil photographer. Maybe like this. Oh hey. And if you punch the bag just a bit. Just to make that's a great one. Did it hurt? A lot. Cool and if you let the bag hang. Let's see if the other leg might come up. That shouldn't be a problem since the bag will never be in that direction. Actually I think that we could. I think we are done. Okay so we have time for coffee and waiting for Madeleine. Yes coffee waiting for Madeleine. Yes cool. Excellent thank you. Great thank you. And today we are going to take some really great kick ass pictures. But first take some makeup on and I will prepare the lights. Okay so see you in a bit. Sounds great. Great bye bye. Bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 The thing is that you exhale. Okay. So everyone is exhaling, but I suppose people sound different from the exhale. Yeah, as they do. So you don't practice the sound, you just practice to exhale. Okay, so if you would do that sound really, really high, what will happen? Can we try that one with your exhale sound? I want to feel the raw energy. Okay, so let's do some hitting with a lot of exhalation. The motor exhalation. Yes, motor exhalation. Okay, so when you are ready, I'm ready. Great. Thank you. Thank you. Now I start to sound. Yes, I really love the sound because you can almost feel it in the image. Let's see where we are. I ended up totally... There we are. Okay. Okay. So when we do this now, I think that we are getting really, really close to the perfect situations here. Some exhalation I think is great. But don't forget to look up. So the eyes are a bit higher. And even, let's add a lot of more water on the bag. You see, because it's spinning, so we lose the water on the bag. So, more water on the whole bag all around. I saved the camera, like that, all the way around. So just... Great. That's nice. So, I take one more image just to see if the water is... Yes. And as everybody knows, the waters are... Bags are always wet in these situations. So, let's try some and do some exhalation. When you are ready, I am. Yes. That's great. That's cool. Thank you. Thank you. I don't want to stress you out. Make you tired here. Now, let's go to your expression. We have the bag. We have the fight. We have the... Can you hate the bag? I want to see the hate, like... Because you have done this for so many years. And now you are so tired of that bag. So, the only thing you can do is to kill it. So, I want to see, you know, the... Like with the eyebrows, like... You want me to look at the bag? Yeah. At the bag. At the bag. Exactly. And really, you know, tensed eyebrows, like... So, because this is... It's you and the bag. You and the bag. And you hate the bag. And the bag actually doesn't hate you because it's just a bag. But let's pretend it hates you back. Exactly. Exactly. You hate the bag. Okay. So, let's try now. With some real big hate in those eyes and those eyebrows. And kick the bag out of this room. Okay? So, when you are ready, I am ready. Yes. Great. Great. That's cool. That's perfect. So. That's nice. That's nice. Kick it. Yes. Perfect. And every time you hit, I bite my teeth. So, I get, you know... Let's see. Let's see. Let's see. Actually, maybe I said something funny because I can see like a small smile. Is that... Or maybe that's just a coincidence. It's like, you're like... And I can feel some kind of smile. Is that possible? So, if you remove that... Okay. More hate. Even more hate. So... Because it's some images when you... Exactly. So, let's do it again. And even more hate. Actually, you know, where I... Are you... I mean, as you have been in the big movies and stuff. Is it possible for you to actually... Don't be afraid of everyone in here. If you are like screaming at the bag. Like... So, you get to know... That feeling to the bag. Would that be okay? So, we have the exhale including like a... I want you to talk to the bag so I can see the... Was it clear? I can show you. I don't understand what you're saying. I'm just trying to... Yeah, to get into... If that's possible. I wouldn't do that. Yeah. Like... Of course. I would not do that when I'm training. So, I'm just trying to... Yes, because... And if it feels strange, that will show. So, then we can't do it. So, I'm just trying to find where you're... What's okay so it doesn't look straight. So, I'm like... So, I can... Because the image is like one image. We won't see that you are sounding. But I think that if I can, you know, Exaggerate even more the connection to the bag. Like... Maybe just some sounds in front of it. And then... So, you get that connection. Okay? We try. Yeah. I am down on my knees. Bitch. Okay. So, when you are ready, I am ready. That's great. 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 That's great. That's great. This. This. Come on. This. 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 Thank you so much. Thank you so much. Yes. And I bite my teeth. Yes. Madeleine. Thank you so much for participating in this crazy thing. Pounding a... Pounding bag. It's been a real honor. Thank you so much. Thank you. In this course, I have shown you the three-step process of exposure. How to add flash and improve existing light conditions. How to create motivated lights. These are all techniques you can start using today, no matter what equipment you are using. Remember that learning is a lifelong journey. Profoto Academy offers a wide array of courses and now it's your turn. Go out there and try these techniques yourself. Here are three challenges for you. Take a portrait in a darker environment where you have exposed the camera for the background and balanced the flash. Take a portrait with a motivated kicker light where there is something in the background that justifies it. Take a portrait with the main light being motivated by how the ambient light falls in the background. In the next course, Lighting the Face, we will dive deeper into the five pitfalls of lighting the face. Different face lights. Different face lights. And the three note chord. Tricks of lighting the face to make portraits really stand out and much, much more. Check it out. And speaking of out, I'm out. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist der Swiss Photo Day 2022. Willkommen zurück. Wir hatten eine schöne Mittagspause. Hoffentlich habt ihr gut gegessen oder den Workshop genossen. Am Morgen war es schon extrem spannend. Wir haben über Fotografie gesprochen, über Kreativität, viele spannende Gäste hier bei uns im Studio im Living Room. Und ich kann nur so viel sagen, der Nachmittag geht genauso spannend weiter. Als allererstes schauen wir, was uns alles erwartet. Wir werfen einen Blick auf das Programm. Das ist wirklich ein Highlight nach dem anderen. Wir haben zuerst den Philipp Klemm. Wir wollen ein Live-Auto-Shooting sehen, da bei uns im Studio. Wir schalten auch live auf Genf raus. Wir reden mit dem Anwalt über juristische, vielleicht höheren Problemlösungen für Kreative. Dann auch wieder von morgen mit Deku Solutions nochmal zurück und reden über Datenmanagement. Wir haben Live-Musik-Act heute Nachmittag. Wir reden über Vor- und Nachteile von Kleinbild-, Vollformat- und Mittelformat-Kameras. Wir hören etwas über Online-Marketing, das auch für jeden, der selbstständig als Fotograf, Fotografin tätig ist, extrem wichtig ist und fast immer wichtiger wird. Und wir stellen euch eine Schweizer Lösung für File-Sharing und Bildauswahl vor. Also so viel kann gesagt werden und das werden wir auch definitiv einlösen, das Versprechen. Es wird sehr, sehr spannend sein, den ganzen Nachmittag. Und darum starten wir direkt, weil wir können überhaupt keine Zeit verschwenden, sonst mögen wir mit diesem Programm nicht durch. Für mich ist der erste Gast, der ist ein alles bekanntes Gesicht, Canon Academy Speaker, Philipp Klemm. Herzlich willkommen, schön bist du wieder bei uns. Danke, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, schön, dass du dich nochmal zurückgetraut hier in das Studio. Ja, kommen wir immer gerne. Sehr schön, das höre ich sehr gerne. Letztes Jahr haben wir über Architektur und Interieurfotografie hier gesprochen und dann hast du mir ja so ein bisschen verraten, dass du eigentlich auch sehr gerne und regelmässig Autofotografieren möchtest. Jetzt, wie kommen die zwei Bereiche zusammen? Warum gerade diese zwei Sachen? Das ist eine gute Frage. Inzwischen, wenn ich den Leuten erkläre, was ich mache, dann sage ich, ich fotografiere ruhig und langsam. Also ich mache wenig, ich mache manchmal auch ein Event hier und dort, aber ich mache eigentlich wenig Events. Architektur ist langsam fotografieren und Autos fotografieren ist auch langsam fotografieren. Auch im Studio fotografieren ist für mich langsam fotografieren. Also ich fotografiere eigentlich langsam und bedacht. Also keine Menschen, keine Sachen, die sich bewegen? Ja, wie gesagt, das ist nicht ganz richtig. Ich mache das schon auch, aber ich glaube, das, was ich am liebsten mache, sind wirklich eigentlich ruhige Sachen. Ich mache eigentlich gerne Bilder und auch Bilder gestalten und mir überlegen, was möchte ich wie machen. Ich zeige das dann auch anhand des Autoshooting, das wir machen, verschiedene Lichter setzen und überlege, was für Highlights ich draussen habe und so. Und so würde ich gerne sehr ruhig und langsam fotografieren. Was sind für dich so ein bisschen die Vorteile in dem drin? Hast du dann wie mehr Kontrolle, ein Model, sprich das Auto oder der Raum wird nicht müde und gelangweilen, du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du willst? Du bist vielleicht der Introvertierte, der so ein bisschen für sich selber gerne arbeitet oder was ist das? Ich arbeite, also ich habe beides gerne. Ich gehe gerne raus und habe gerne Stress und viele Leute um mich herum, aber ich bin dann auch gerne wieder im Studio und habe meine Ruhe. Und ja, ruhig fotografieren ist schon etwas, was ich einfach gerne habe. Ich bin schon lieber ruhig am Arbeiten, als dass ich mich irgendwo in einem Gewusel inne muss, irgendwie zurechtfinden. Und zum Beispiel Hochzeit ist für mich absolut ein Horror. Ich weiss, dass es viele Fotografen gibt, die das gerne machen und toll machen, aber für mich ist das einfach irgendwie zwölf, vierze Stunden Stress und das ist irgendetwas, wo ich eigentlich immer mehr so das Gefühl habe, eigentlich habe ich keine Lust auf das. Und der absolute Erwartungsdruck auch, weil das ist der erste Tag im Leben von diesen Menschen und dann sind Emotionen im Spiel und viele verschiedene Parteien, die mitreden und ich glaube, das ist schon viel Fotograf stressig, wo hingegen, wenn du ein kontrolliertes Setting hast, ein Studio hast, kannst du dir Zeit nehmen, um es nicht richtig zu spielen. Ja, aber die Erwartungshaltung ist natürlich auch hoch. Also das ist auch sehr stressig. Ich habe jetzt wieder eine Shootingliste bekommen für nächste Woche, wo wir irgendwie 16 Autos fotografieren und ich halte pro Auto. Also wenn ich zwei Stunden Zeit habe, ist es viel. Und es ist dann, ja, es muss dann gleich eben auch alles stimmen und super fotografiert sein. Also auch dort ist eine Erwartungshaltung da, auch dort ist ein gewisser Druck da, das, nur weil ich sage, ich tue gerne ruhig und langsam fotografieren, heisst das nicht, ich habe alle Zeit von der Welt. Also du kannst nicht herumplämpern? Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Und ich muss wissen, was ich mache. Also du bist vor einem Jahr da gewesen und hast darüber erzählt, dass du auch gerne Autos fotografieren tust und dann einen kleinen Ausschnitt dabei und dann schauen wir uns doch jetzt gerade schnell an. Ja, ich habe Freude daran. Und wenn ich Events fotografiere, Züge und Sachen mache, mache ich es immer seltener, aber auch ab und zu, dann geniesse ich die Technik dort drin. Autos ist ein bisschen das Thema mit Autofokus wieder, aber sonst... Vielleicht reden wir nächstes Jahr ja dann über die Autos. Ja, warum nicht, warum nicht. Man darf das mal so in das Geld verschreiben. Jetzt wirst du gut, Thomas. Ich bin sehr gespannt. Leg los. Ja, also Philipp, ich fahre gerade direkt an. Was ist das längste Projekt gewesen, das du je hattest, fragt der Thomas. Ja, das ist ein Projekt, wo ich eigentlich gar nicht groß darüber reden darf. Kein Projekt, das ist immer so. Es gibt so ein Projekt, wo ich zuerst ein NDA unterschreiben muss, bevor ich davon arbeiten darf. Und ich habe dieses Jahr ein riesiges Projekt. Ich kann nur sagen, ich habe wahnsinnig viele Autos fotografiert für ein einziges Projekt. Du hast vorhin gesagt, du fängst erst mit dem an, aber du bist ja schon zu uns drin. Ja, nein. NDA sagt, danke, du hast nichts genaues verraten. Vielleicht dürfen wir das nächste Jahr drüber. Philipp, also, das Studio sieht genau gleich aus. Für die, die letztes Jahr nicht dabei waren, ihr seht wirklich, das ist genau so. Wir sind genau da im gleichen Living Room. Aber wir zwei sehen ganz anders aus. Das ist wahr. Du hast einen neuen Look und erzählst auch vom grossen Projekt. Kannst du uns da unterdessen mehr beraten? Ja, das grosse Projekt habe ich letztes Jahr ja in diesem Sinne abgeschlossen. Aber es geht jetzt wieder weiter, weil es wieder grösser wurde. Aber ich darf nachher nicht wirklich darüber reden. Okay. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht nächstes Jahr, ja. Okay. Dann reden wir heute über die Autos. Ja, sehr gerne. Wie ist denn das mit den Autos? Wie kommst du zum Auto? Bist du selber auch Fan von schönen Autos schwimmen? Ich habe sehr gerne Autos. Aber ich bin jetzt nicht ein Autofreak, der dem nachspringt. Und mich dort als Autofotografen will positionieren, überhaupt nicht. Ich habe gerne schöne Sachen. Aber das ist auch in der Architektur. Ich habe gerne schöne Architektur. Ich habe gerne schöne Räume, schöne Autos. Ich habe gerne schöne Sachen. Solche Design. Ja. Ein gutes Design. Gut überlegte Innene, Richtungen und so Sachen. Und das Thema Auto ist halt etwas, das für einen als Mann ist es schon faszinierend. Und ich habe schon einfach auch das Glück gehabt durch einen Freund von mir, der mich dort so ein bisschen reingebracht hat. Und der sehr eng mit Autos handelt und Züge und Sachen macht. Und der hat eigentlich Zugang zu den, ich kann wirklich sagen, schönsten und exklusivsten Autos, die man sich hier so vorstellen kann. Und darum habe ich als erstes Autos, das ich fotografiert habe, das ist ein Königsec Gemera, das mehrere Millionen kostet und nicht einfach ein Fia Cinquecento. Und dann ist natürlich die Faszination, das Fotografieren schon auch einfach riesig. Also es spielt für dich schon eine Rolle, welches Auto du fotografierst. Liebes Schöne. Ja. Liebes Schöne. Die, die dir gefallen und dann kannst du etwas daraus rausholen. Was ist denn so die Schwierigkeit oder die Herausforderung beim Fotografieren eines Autos? Dass es eigentlich Produkte sind, die mega gross sind. Und das ist, ich meine, wir haben jetzt hier ein riesengroßes Studio. Ich habe selber auch ein Studio, aber ich bringe da keine Autos rein. Das ist ein bisschen eine Challenge, oder? Und was bei den Autos auch ist, das werden wir nachher auch sehen, ist, dass die so Lackierungen, die unglaublich stark spiegeln. Wir fotografieren heute ein schwarzes Auto. Das ist eigentlich extrem schwierig, weil schwarz eigentlich alles schlückt und nichts rausgibt von diesem Licht. Und es ist noch dunkel hinten. Genau, wir werden es sehen. Wie löst du das? Ja, wir haben jetzt schon eine Lösung für heute. Das zeige ich euch. Aber das ist eigentlich die Challenge. Riesige Objekte, die wahnsinnig stark spiegeln und wo man das Licht sauber muss führen. Und das spiegelt eben auch alles rundherum. Weil es oftmals auch runde Formen sind. Und wenn ich ein Licht dort hinten oben habe, dann habe ich das irgendwo in der Spiegelung drin. Und das sind eigentlich so die Challenges, die ich habe. Stimmt, man kann ja das Licht eigentlich gar nicht gut aus. Wie oder wo würdest du das Auto am besten fotografieren? Ja, oftmals ist es so, dass ich gar nicht selber wählen kann, sondern ein Kunde mir anrufen und sagen, Hey, kommst du vorbei, ich muss meine Autos fotografiert haben. Weil das sind teilweise Autos, die man nicht so einfach bewegen kann. Oder es sind teilweise Sammlerobjekte oder so, wo man nicht einfach schnell irgendwie da auf Däniken fahren kann. Sondern wo man dann ein Lastwagen organisieren muss, um das sauber aufzuladen und so. Es sind teilweise auch Rennautos, die eine Rennstrecke-Zulassung haben und nicht eine Strassenzulassung haben. Und auch die kann man nicht bewegen. Und dann muss ich vor Ort eine Lösung finden. Dann muss ich meistens in die grosse Garage und dann kann ich sagen, Hey, da möchte ich gerne eine weisse Mauer. Und das machen sie jetzt in einem Moment in einer Garage, dass mir einen weissen Raum gemacht wird, für mich zum Fotografieren. Und das ist immer eine Herausforderung vor Ort. Also du gehst zum Kunden, gehst in eine Autogarage, schaust das an und sagst, Super, ich kann den Job machen, aber müssen wir da noch eine Wand weisse machen? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das hat so stattgefunden. Das ist natürlich nicht überall so. Es gibt andere Kunden, die ich schon lange zusammenarbeiten wollte, weil wir genau wissen, dass wir unten in Minus 2 eine Betonwand haben. Und dort fotografieren wir eigentlich alle Autos mehr oder weniger gleich vor und dran. Und dort haben wir natürlich mit den Gegebenheiten, die wir haben, ein Setup gemacht, das irgendwie cool aussieht. Und dort ist dann auch immer wieder das Gleiche. Und fotografierst du lieber so still, wie man es jetzt nachher sehen will, oder manchmal so fahrend in Action? Schon auch in Action, ja. Aber die Autos, die ich fotografiere, sind oftmals Produkte. Die Autos, die nicht so oft herumfahren. Autos, die nicht fahren. Ja, Autos, die nicht fahren, genau. Aber die fahren dann vielleicht schon mal auf der Rennstrecke. Ich habe gesagt zu meiner Kunden, ich will sie dann mal an der Rennstrecke begleiten und vielleicht komme ich dann nächstes Jahr mit Rennstreckebildern. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ja, vielleicht haben wir dann da ein Rennstrecke-Auto in der Halle bei uns. Mal schauen. Jetzt wollen wir natürlich unbedingt mal reinschauen, wie das dann schlussendlich auch aussieht. Also das hat jetzt schon mal interessant klingt, dass Philipp das so erzählt. Und wir haben ein kleines Video da, wo wir sehen, wie seine Arbeit ausgeht, wenn er normalerweise so ein Auto fotografiert. Oh, das ist's. Oh, oh! Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung. BR 2018 Das hat sehr, sehr spannend ausgesehen. In diesen Momenten sind wir hier innerhalb des Studios gewachsen, zu unserem Live-Shooting-Bereich sozusagen. Und da, da, da hinter uns ist ein wunderschöner Auto. Das ist der neue Ranger Rover mit Schnee bedeckt. Ist das echter Schnee? Das ist Kunstschnee. Aber macht man das auch wirklich, dass man Autosaison mit Kunstschnee fotografiert? Nein, ich habe das so noch nie gemacht. Aber es ist eben, es ist eigentlich mega gut mit dem schwarzen Auto, weil es ein bisschen Konturen herausbringt. Gerade jetzt, wenn man so vor dem schwarzen Hintergrund fotografiert, ist das genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass schwarz auf schwarz wahnsinnig schwierig ist. Und so tut es eigentlich sehr gut, das schwarze Auto ein bisschen mit Weisheit zu kleiden. Und wir haben gedacht, wir machen es nicht einfach nur so einfach, sondern mit ein bisschen Schnee drauf. Weil der Range Rover ist ja durchaus ein Auto, wo man dann im Winter durch Berge fahren kann. Im Schnee, genau. Im Winter kann ich Berge laufen. Das Ganze passt natürlich auch noch ein bisschen zu unserer Saison. Es ist ein bisschen winterlich angehaucht. Und aber eben, wir wissen jetzt, es ist auch ein kleiner Trick, um das Hindernis oder diese Herausforderung zu lösen, dass es eben ein dunkles Auto ist. Ja, auf was achtest du jetzt, wenn du jetzt ein Auto fotografieren würdest? Ähm, ja schlussendlich werde ich das ganze Auto ausgeleuchtet haben. Ich meine, wir haben da eigentlich... Du kannst im Fall auch sofort anfangen, kann man erklären? Eigentlich ein einfacheres Setup. Das Ding ist, ich will das ganze Auto zeigen. Es ist ganz klar eine Studiosituation. Also wir dürfen das Auto in einem Studio inszenieren. Wir sind nicht draussen, das Auto ist nicht fahrend. Wir wollen das sauber ausleuchten. Und für das habe ich jetzt schon mal drei Blitze aufgestellt, wo ich jetzt einen nach dem anderen aktivieren werde. Und ich werde euch zeigen, wie wir das machen. Was für mich ganz wichtig ist, ist die Front, wo das Range Rover Logo auch drauf ist, wo er eigentlich angeschrieben ist. Das ist etwas, was ganz klar muss ersichtlich sein. Ähm, und dann von der Seite werden wir sehen, dass es immer schwierig ist mit Reflektionen. Weil das ist irgendwie eine Lösung, dass wir eben so das Schwarze ein bisschen raus schaffen können. Aber ich glaube, ähm, ja, ich schalte mal den ersten Blitz einschalten. Das kann ich von da aus machen. Und dann machen wir mal die ersten Bilder. Ähm, schauen wir da mal rein, was ich im Moment habe. Ich glaube, das sieht man dann vielleicht schon. Ich mache jetzt einfach mal ein Bild vom Auto alleine. Das ist eigentlich ohne Blitzlicht. Es ist eigentlich ziemlich schwarz. Was man sieht, ist das Frontlicht, das jetzt eingeschaltet ist. Genau. Jetzt schalte ich da das geschwind noch abschalten, das noch abschalten. Jetzt haben wir eigentlich den ersten Blitz, den ich dreischiesse von links vorne. Und jetzt sieht man eigentlich schon, dass wir von links her eigentlich ein klars Licht drin haben, das die Front beleuchtet. Und die Front ist natürlich immer etwas sehr Schönes. Das ist der Kühler, den man vorne hat. Das Nummerenschild muss auch immer schön sein. Oftmals ist bei mir das Garage-Logo drin und nicht eine Autonummer. Genau. Was man jetzt hier sieht, ist, dass das Range Rover ein bisschen ersichtlich ist, aber in meinen Augen noch etwas zu wenig stark. Also werde ich den Blitz links noch etwas weiter rauf nehmen, dass das noch etwas besser sichtbar ist. Ja, also du schaust immer quasi auch noch auf dem Laptop, wie das Resultat wird, damit du gerade die Anpassungen machen kannst. Ja, genau. Und gibt es auch immer so einen bestimmten Winkel, wo du das Auto gerne quasi nimmst? So vorne, leicht seitlich, dass man es so vorhanden sieht? Ja, man kann natürlich schon auch das Auto, oftmals, wenn ich Autos fotografiere, heisst es eben auch, ich muss vorne, also Front 45, Back 45, dass man so die Frontseite hat wie jetzt, oder das Ganze auch von hinten. Ja. Und dann das Gleiche natürlich auch von der Seite, rechte Seite oder linke Seite. Und dann, jetzt sieht man, dass das Range Rover ein bisschen besser ersichtlich ist. Allenfalls könnte man den Blitz so ein bisschen weiter vorne nehmen, aber ich glaube, wir nehmen jetzt mal den zweiten Blitz dazu, weil das hilft dann vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Ich aktiviere den zweiten jetzt mal, das ist der hier vorne links. Jetzt sehen wir das hier. Genau. Geht da schnell ein bisschen raus. Wir sehen jetzt, dass wir eigentlich in der vorderen Partie ein bisschen mehr Licht innehalten haben. Weil das ist eigentlich eine Partie, die man sonst eigentlich sehr absaufen würde, wenn ich von rechts und links fotografiere. Ja. Das ist eigentlich die vordere Ecke. Ähm. Da sehen wir schon Schwierigkeiten mit dem Studiolicht. Ja, genau. Das ist eigentlich schon eine Reflexion drin. Und was man jetzt auch sieht, eigentlich da vorne unten, ist, dass sich da wieder die Softboxen spiegeln, die uns schlussendlich beleuchtet da hinten. Genau. Das ist jetzt auch so etwas, was man dann eigentlich in einer Studiosituation eigentlich nicht wollen wollen. Aber ähm. Also für unser Kamerabild quasi. Genau. Was ich jetzt noch mache, ist rechts hinten einschalten. Das ist ein Blitz, der mega wichtig ist. Weil das eigentlich so die ganze Seite beleuchtet. Siehst du es jetzt gerade? Ja. Genau. Und der ist jetzt noch recht stark. Ja. Aber ich habe den extra so drinnen gelassen. Man sieht jetzt auch, dass man da den Blenderstern drauf hat. Also wirklich Reflexion im Auto drin. Ich habe den auch so positioniert, dass der eigentlich da, in diesem Bereich, ähm, sich reflektiert. Und nicht weiter unten. Wenn ich ihn nicht weiter runter würde, dann hätte ich das irgendwie voll in der Tür drin. Und das wäre sicher sehr, sehr wüsst. Aber was ich jetzt machen würde, ist, dass ich auf der Seite ein bisschen mehr Konturen habe. Und das Schwarze, wenn ich das so absaufte, würde ich dort jetzt noch so eine dünne Softbox vorne dran tun. Also wie einen Strich machen aus dem Licht. Dass ich da auf der Seite einen Strich drin habe. Und nicht einfach so die punktuelle Spiegelung. Und das mache ich jetzt, glaube ich. Okay. Perfekt. Ich schaue dir zuschauen. Also du tust wirklich einfach einmal ein Beispiel machen. Und dann siehst du quasi so etwas, was du anpassen musst. Und dann hast du so quasi ein Set. Das ist jetzt so eine Softbox. Die ist irgendwie 30 x 1,20 m lang. Das gibt eigentlich einen schönen Strich. Und ich tue die jetzt da an das Blitzlicht, das ich hier habe. Ich kann ihn einfach vorne nachher klippen. Und dann anmachen. Und so habe ich jetzt eigentlich einen Strich. Der ist natürlich jetzt so quer Richtung Auto gerichtet, dass der sich nachher wieder richtig spiegelt. Es ist interessant. Der Schnee sieht täuschend echt aus auf dem Bild. Ja. Und das ist extrem gefährlich, weil es ist eisglatt unter dem Schnee. Besser nicht. Voilà. Jetzt schauen wir mal, was das gibt. Etwas ganz anderes nämlich. Ah, ich sehe es. Und das ist jetzt eigentlich der Strich, den wir drin haben. Durch das, dass wir eigentlich eine lange Softbox haben, gibt es einen Strich auf der rechten Seite, wo wir eigentlich, wo ich jetzt noch entscheiden kann, ich möchte ein bisschen weiter hinten haben, ein bisschen weiter vorne haben. Ich könnte auch schauen, dass ich noch einen längeren Strich machen könnte. Das heisst, dass ich noch schmälere und noch länger machen könnte. Das kommt irgendwie darauf an, was für Softboxer ich zur Verfügung habe. Allerfalls könnte man auch zwei, drei Bilder machen und das einfach verschieden positionieren und nachher im Photoshop zusammensetzen. Das sind auch schon Sachen, die ich teilweise gemacht habe. Was auch noch schöner ist, ist hier die Spiegelung am Kotflügel auf der Front. Hier haben wir den Stern. Und hier haben wir jetzt eigentlich so eine Fläche drin. Und das sind eigentlich so, das ist so die Art und Weise, wie ich fotografiere. Hier sehe ich jetzt auch im Glas, also in der Scheibe, dass sich das wieder spiegelt. Das ist etwas, das ich jetzt nicht drin haben würde. Also würde ich jetzt die Softbox wahrscheinlich noch ein bisschen runternehmen und noch ein bisschen rechts runterdrehen und schauen, ob wir dann das noch wegbekommen. Okay. Und das ist das Setup, das du immer hast, so drei Blitze. Dann vielleicht eben noch so Softboxen, um so einen Strich zu machen oder so. Hast du manchmal mehr Blitze oder weniger? Nein, es ist schon immer ein bisschen anders. Immer ein bisschen anders, okay. Das ist jetzt einfach ein einfaches Setup, das ich jetzt so gewählt habe für heute. Was wäre das komplexeste Setup? Wie viele Blitze, wie viele Lichter? Nein, Komplexität ist nicht in der Anzahl Blitze, sondern was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich halt so verschiedene Positionen separat blitzt habe und es nachher dann wie mit Blendings zusammengesetzt habe. Okay. Und dann gibt es natürlich so teilweise, dass ich z.B. ein Licht brauche nur für die Felge. Dann habe ich nur die Felge ausgeleuchtet, die vordere und dann nur die hintere. Und dann eigentlich das Auto und dann innen ausgeleuchtet. Übrigens. Und dann leistet es übereinander. Genau. Etwas, was ich noch nicht gesagt habe, das habe ich einfach gemacht. Da innen habe ich das Licht am Steuerrad. Und das ist ein ganz kleines Profot-Lichtchen, das ich vorher hier auf das Armaturenbrett gelegt habe, wo unten das Steuerrad beleuchtet. Das ist einfach ein kleines Detail. Es beleuchtet zwar hier oben auch die Sonnenblende und das finde ich nicht schön, weil die Sonnenblende, die gefällt mir irgendwie nicht. Die würde ich dann vielleicht im Photoshop wieder abdunkeln, aber das Steuerrad und vielleicht sogar auch den Sitz des Autos, dass man den ein wenig sieht, finde ich doch okay. Das ist noch schön. Jetzt schauen wir schnell, ob die Softbox besser positioniert ist da hinten. So voilà, das ist doch viel besser. Jetzt sieht man sogar noch den Türgriff des Autos. Sehr schön. Ja, so mache ich das. Sehr, sehr stimmig. Und es ist lustig, wie man sieht auch das Steuerrad, sieht man gar nicht von da aus, dass es beleuchtet ist. Nein, das geht natürlich auch erst mit einem Blitz. Das ist auch ein kleiner Blitz, wirklich so ein kleines Profot-Blitzchen, den ich noch drin habe. Es ist, glaube ich, gleich geschaltet, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit dem ersten Blitz. Ich nehme den schnell raus, um zu zeigen, wie das sonst aussieht. Nein, jetzt habe ich eigentlich den vordere Blitz, den rechten, aber ich sehe hier im Steuerrad ist einfach schwarz. Das heisst, der ist wirklich geschaltet mit dem ersten Blitz vorne links. Was sind die grössten No-Gos oder Fehler, die Menschen machen, wenn die Autos fotografieren? Gute Frage. Also, was ich immer sehe, sind die Panning-Shots, wo sich das Auto bewegt, wo die Schärfe einfach nicht stimmt. Oder wo die Schärfe nicht rum ist. In meinen Augen, wenn ich jetzt hier ein Auto fotografiere, das sich bewegt im Fahren, dann muss ganz klar die Front scharf sein, und das Frontnummer-Schild. Und eben der Kühler-Grill mit dem Logo und so, das ist das, was scharf ist. Hinteraus kann das von mir aus vergewackeln. Aber ich habe auch schon Shots gesehen, wo es halt hinten scharf war, das Heck scharf oder so und solche Sachen. Man muss sagen, ja, das ist eigentlich ein bisschen falsch. Du hast vorhin angetönt, in dem Teil weiss, du auch einzelne Sachen einzeln aufnehmen, du hast Sachen quasi wie Blende zusammengefügen. Wie viel Zeit tust du etwa so in eine Nachbearbeitung nach so einem Bild investieren? Es kommt schon ein bisschen darauf an, wie du es fotografierst. Das ist jetzt eigentlich ein Bild, wo man mir das ganze Bild anschaut. Eigentlich schon recht sauber fotografiert ist. Was ich hier machen würde, ist vielleicht hier den Schnee ein bisschen bützeln, weil ich bin dann hier, bevor wir gestartet haben, noch einmal drüber gelaufen, zu mein Auto reinzugehen. Den Hintergrund vielleicht noch ein bisschen auszuarbeiten. Hier am Heck könnte man sicher noch etwas machen. Das würde ich in der Nachbearbeitung machen. Das würde ich in der Nachbearbeitung machen. Und eben auch hier die Sonnenblende rausnehmen. Also ich würde sagen, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde daran arbeiten und dann ist das gut. Eine halbe Stunde. Okay, gut. Wenn man nur drei Stunden pro Auto Zeit hat, dann... Ja, gut. Nachbearbeitung könnt ihr nachher machen. Das Fotografieren ist das eine. Und Nachbearbeitung... Ich habe schon Monate verbracht mit Nachbearbeitung, wenn wir so eine grosse Kollektion fotografiert haben. Und ja, es kann schon zeitaufwendig sein. Wir haben heute Morgen noch gehört, dass es so künstliche Intelligenz auch langsam helfen kann bei der Bildbearbeitung. Hast du so etwas auch schon genutzt? Oder könntest du dir das vorstellen? Nein, noch nie genutzt. Ich wüsste gar nicht, was für ein Programm das mir da helfen könnte. Ja, vielleicht, wo der Schnee automatisch aufräumt. Ja, warum nicht? Das wäre doch gut. Das wäre doch gut. Du kannst nachher mit Mischa reden. Er ist einfach. Also was ich immer wieder probiere, wenn ich Autos fotografiere, es gibt zum Beispiel auch im Photoshop das Tool, das Motiv freistellen. Und das ist etwas, je nachdem, wie man das Auto fotografiert hat, funktioniert das sehr gut. Und es gibt es ab und zu, dass ich das Auto freistellen muss, das heisst, dass ich es ausschneiden muss, vielleicht einen anderen Hintergrund rein tun oder den Hintergrund separat bearbeiten und dann muss ich das Auto sauber ausschneiden. Jetzt so, wenn das schwarz auf schwarz ist, wird das niemals funktionieren. Also Photoshop wird dort nicht genau checken, wo die Kanten sind. Aber wenn man das anders ausleuchtet und einen anderen Hintergrund hat, wenn es heller ist, dann kann Photoshop zum Beispiel solche Sachen schon sehr gut auch selber erkennen und auch ausschneiden. Und dadurch kann dann auch irgendwo Artificial Intelligence oder dass die Programme immer besser werden. Und dadurch, Hilfe gibt es natürlich schon in der Nachbearbeitung. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, noch letzte Frage. Die Blitze sind so perfekt positioniert, sie sehen gerade super aus. Hast du das schon ein wenig vorbereitet oder musst du in der Realität noch oft den Blitz umstellen? Oder hast du das schon so im Gefühl, dass du eigentlich weisst, wo der Blitz hin muss? Ja, es gibt schon so Positionen. Also ich meine, links, vorne, rechts, hinten, das sind schon so Positionen, wo eigentlich irgendwo klar sind. Aber die definitive Position, genau wie hoch und wie weit weg, mit welcher Stärke ich blitze, das sind schon Sachen, die ich dann eigentlich bei jedem Auto vor Ort wieder neu einstellen muss. Auch übrigens die Position jetzt von der Kamera. Ich bin eigentlich recht hoch, als ich aufs Auto runter schaue. Mir ist es aber auch darum gegangen, dass ich eben das Range Rover, der Schriftzug von vorne noch wollte, sichtbar haben. Wenn ich die Kamera tiefer nehmen würde, was ich oft mache bei sportlichen Fahrzeugen, dass ich eigentlich weiter unten bin, dass das Auto ein bisschen böser, ein bisschen brutaler aussieht, dann habe ich einen ganz anderen Kamerawinkel und dann spiegelt sich auch alles wieder anders. Und wenn ich einen runden Porsche fotografiere, oder irgendeinen eckigen Range Rover, das spiegelt alles dann sehr, sehr anders. Und darum muss man wirklich bei jedem Auto wieder neu justieren. Da hilft es, dass du schon ein paar Mal Autos fotografiert hast. Ich werde immer besser. Das ist schön. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Das ist die letzte Frage von mir. Aber natürlich, da ist ja schon Thomas. Unsere Community hat natürlich noch Fragen. Schüsse los. Gut. Schön. Wenn wir gerade darauf kommen, wegen dem Licht, Philipp, was für ein Pro-Foto-Licht würdest du jetzt nehmen, für das Lenkrad zu beleuchten? Ich habe hier das kleine, ich weiss gar nicht, ich gehe es schnell holen. Ich weiss gar nicht, wie das heisst. Achtung mit dem Schnee! Achtung! Das ist wirklich wirklich Arschglatt! Du hast eigentlich den Autoschlüssel dort! Du kannst mich nicht schnell aufmachen! Ui! Wirklich! Arschglatt! Ich sage es nicht! Man kann sich das gar nicht vorstellen! Es ist viel rutschiger als Schnee! Ok! Jetzt bewege mich aus der Gefahrenzone raus! Jetzt ist es gut! Voilà! Es ist wirklich, es schläft wie weiss! Ja, es ist wirklich! Also probiere es nicht! Im Eis kommst zu laufen! Genau! Das ist eigentlich das kleine Ehm, Achtung, Ja, Achtung, Achtung. Der A2. Ah, der ist der, den wir verlassen? Super. Ist das so? Cool. Den haben wir heute Morgen schon kurz drin. Ja, sensationell. Den kannst du überall platzieren und der ist recht stark. Den brauche ich manchmal auch für solche Sachen. Irgendwo ein Auto reinlegen, von unten hoch. Teilweise unter das Auto, um von hinten unten noch leicht zu geben. Also kleine Sachen sind super. Handy, Handy. Hast du bei diesem Shooting an sich, hast du da Polfilter gebraucht? Nein, habe ich nicht. Nein, nein. Könnte man machen, um die Reflektionen, also die Sachen, die wir jetzt hier drin haben, die sich eigentlich vom Raum widerspiegeln und so, solche Sachen können wir im Polfilter sicher rausnehmen. Im Studio brauche ich Polfilter sehr, sehr selten, aber wenn ich draussen bin, eigentlich schon oft. Okay, gut. Hast du ein Geheimrezept für die Spiegelungen, die du allgemein pauschal so sagen kannst, wenn du Autos fotografierst? Ausprobieren. Ausprobieren. Es kostet ja nichts, einen Shot mehr zu machen. Das ist das Schöne mit der digitalen, in der digitalen Welt heute. Und so Sachen wie jetzt eben das Striplight auf der Seite, dass das so einen Streifen drin gibt. Ich habe auch schon Sachen gemacht, ich habe mit Lightpainting Sachen gemacht, das ist das, was ihr vielleicht vorher gesehen habt, im Einspieler. Ja. Als ich mit Lightpainting Sachen gemacht habe, also Langzeitbeleuchtung, und dann einfach mit einem Leuchtstab oder was auch immer das Auto beleuchtet. Und dort kannst du zum Beispiel auch, wenn du einen Streifen von Leucht hast, kannst du zum Beispiel Klebi dran tun, dass du verschiedene kleine Lichtchen hast, und dann ist eigentlich ein ganzes Rechen von Leucht, das drüber reingeht. Und das kann eben auch cool aussehen, dass du mehrere Streifen hast, die als Lichthighlight drüber reingehen. Und solche Sachen einfach ausprobieren, weil es einfach auch Spass macht. Kreativität. Ja, mega, mega. Also man merkt es wirklich mit dem ganzen Ausprobieren. Wie viele Stunden hast du jetzt da investiert für die ganze Vorbereitung? Wenn nicht, hast du gewusst, dass es ein Range Rover ist? Ja, für den Range Rover. Ich war gestern schnell da. Aha, ganz kurz. Ja, ich war gestern schnell da, und habe das Auto zuerst mal gesehen, und habe das Licht gesetzt, und schnell musste schauen, dass ich auf der Seite so irgendwie Highlights rausbekomme. Das ist eigentlich das, was wir gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist auch irgendwie ein einfaches Setup. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert, aber wir müssen ja auch einigermassen vorwärts kommen. Ja, man merkt, du bist routiniert. Du hast das schon ein paar Mal gemacht. Es ist schon nicht das erste Auto, das ich finde. Ja, das sieht so aus. Ja, gut. Wenn du jetzt einen Auftrag hast, für ein Auto zu fotografieren, wie viel Zeit investierst du für die Vorbereitung? Das kommt im Fall ganz darauf an. Ich habe jetzt gewisse Kunden, die seit Jahren immer wieder kommen, wo ich genau weiss, man fotografiert das so, so, so. Und dann weiss ich, ich kann pro Tag vielleicht 5 Autos fotografieren. Einfach weil ich genau weiss, das Setup ist so. Natürlich muss ich dann auch ein wenig justieren mit dem Licht, aber ich weiss, wie das Resultat muss aussehen. Wir wissen genau, wir gehen das eben im zweiten Ugego machen vor dem Hintergrund. Und dann sind wir eigentlich recht schnell. Und wenn es dann andere Sachen gibt, andere Kunden, ja, es kann auch Kunden geben, die einfach wahnsinnig komplizierte Sachen wollen. Und dann wird der Job natürlich auch grösser und komplizierter. Aber es kommt wirklich schlussendlich auf das davon, was der Kunde einfach will. Das sind dann eben die interessanten, grossen Projekte, die du hast. Ja, das ist dann auch das, was Spass macht. Oder eben, auch so Sachen, dass ich vor Ort gehe und sage, eigentlich wollen wir nicht eine komplizierte Sache machen, aber wir haben keinen schönen Hintergrund. Vor Ort. Und man kann die Autos nicht gut bewegen oder es sind einfach so viele Autos, dass das Bewegen mega schwierig ist. Das heisst, okay, wir müssen das ausschneiden und den Hintergrund ersetzen. Und dann wird es halt einfach ein grösseres Projekt, weil es einfach in der Postproduktion viel mehr Aufwand ist. Dass es solche Sachen gibt, dass man vor Ort einfach schauen muss, was haben wir für Gegebenheiten. Und ich bin nicht immer ein Studio wie hier. Das wäre sensationell, wenn man einfach alle Autos hier reinfahren können. Zagt, zagt, fertig. Du kannst direkt reinfahren, wenn ich aufbauen. Das wäre natürlich cool, oder? Aber das ist oftmals eben nicht möglich. Und darum Kreativität vor Ort. Und dann auch entscheiden, was braucht es für einen Aufwand, um das zu machen. Sehr spannend. Ich glaube auch, dass die ganze Sache sehr individuell ist auf Auftraggeber von dir. Mhm. Ich kann schon nicht sagen, okay, jetzt habe ich dafür zu fotografieren, habe ich irgendwie 20% vor der Zeit, 50% nach der Post. Mega schwierig zu sagen. Mega schwierig. Also teilweise ist es wirklich so, dass man ein Licht-Setup macht, das einigermassen kompliziert ist und dann selten sauber fotografiert. Und dann muss man in der Postproduktion nicht mehr viel machen. Und teilweise ist es eben wirklich so, dass Gegebenheiten, ich sage jetzt mal, so schlecht sind, dass man einfach viel oder nur basteln. Sehr, sehr spannend. Danke vielmals, Thomas, für die spannenden Fragen aus der Community. Also auch danke euch, dass ihr da immer so fleissig Fragen stellt und mitkommentiert. Und danke natürlich auch Philipp, dass du heute noch dabei bist und uns live eine Kostprobe gegeben hast. Von deinen Erfahrungen, wo man wirklich merkt, du hast das schon ein paar Mal gemacht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht bei uns schon weiter und die nächsten Gäste kennen wir schon von heute am Morgen. Also zumindest die eine Hälfte davon. Mischa Korsak ist wieder zurück mit dem Kevin Blanc und das Thema ist Datenmanagement und bei Filmproduktionen spezifisch. Genau. Zuerst gibt es aber eine kleine Werbepause. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Liefert Vorfreude. frack.ch Die nächste VHS VHS Die VHS Die VHS Die VHS Die VHS Herzlich Willkommen zurück zurück zum Swiss Photo Day 2022. Was für ein unglaublich spannender Tag bis jetzt. Und es geht genauso spannend weiter. Bei mir sind schon die nächsten Gäste. Und wir kennen den einen von heute Morgen, Misha Kojak von Decu Solutions. Er ist hier mit seinem Gast, Kevin Blanc von der Agentur Lauschsicht. Und Kevin macht unglaublich viele Sachen. Er ist Regisseur und Filmemacher. Er hat den kreativen Lead, macht Regie hinter der Kamera. Und er ist auch verantwortlich für die ganze Infrastruktur. Willkommen, Kevin. Willkommen zurück, Misha. Schön, dass ihr hier seid. Danke. Also Film und Fotografie erfordern sehr viel Kreativität und auch einen zuverlässigen Workflow natürlich. Denn die Idee ist immer sein, dann muss man es auch noch effizient umsetzen. Und ihr habt alle eure Workstations umgesetzt auf M1 MacBook Pro. Ihr habt diesen Wandel ersetzt. Warum habt ihr das gemacht? Und was sind die Vorteile davon? Also sie sind erstens schlicht und einfach schneller. als unsere vorherige Workstations. Und es ist eigentlich das erste Mal, seitdem ich mit Laptops arbeite, dass ein Laptop für die aktuellen Filmformate gelangt. Also ihr merkt das auch wirklich? Ja, ja, voll. Und man ist flexibel. Also etwas, das man wollte auserändern, das vorhin wie lange ging, geht jetzt wie lang? Schneller. Wie viel schneller kann man irgendetwas sagen? Wenn es vorhin eine Stunde ging? Sehr individuell. Aber Teile sind zehnmal schneller, andere sind doppelt so schnell. Es ist wirklich merkbar besser. Und es ist mobil. Also es hat sich gelohnt in der Wandel. Genau. Mischa, wie sieht eure Zusammenarbeit eigentlich aus? Also wir kennen uns schon relativ lange. Und wir bei der DECO haben ja eben, wie wir heute Morgen schnell angeschaut haben, nicht nur die Retail-Shops, sondern wir haben ja Business Unit, Edu Unit und Enterprise Unit. Und da versuchen wir natürlich auch kleinere Agenturen und eben auch wirklich einzelne Fotografen im B2B-Bereich zu unterstützen in den ganzen Sachen, die es einfach braucht. Und eben, wie wir heute Morgen schon gesehen haben, die Daten werden immer grösser, die Kameras werden immer stärker. Früher war es noch 10,80, jetzt haben wir zum Teil 8 km. Und da haben wir mit Kevin eben damals wirklich gute Zusammenarbeit gefunden, weil er alles hat umbauen bei sich in der Agentur und haben dort wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt machen können miteinander. Und ja. Wie sieht denn das so aus? Geht ihr dann bei den Kunden vorbei? Schaut ihr an, was sie haben? Wie sie arbeiten? Was man optimieren kann? Wo eventuell auch Risiken vorhanden sind? Teilweise ja, auf jeden Fall. Also man geht analysieren, was steht schon da? Was gibt es schon? Was kann man machen? Was braucht es auch? Dass es auch wirklich Sinn macht. Ich habe ja keine Ahnung, was man dann noch zum Teil braucht. Bei Kevin war es ein bisschen anders. Und was sind das so die wichtigsten Bereiche? Oder was ist bei Kevin ein bisschen anders gewesen? Ja, das ist eben wirklich vier. Jetzt hast du mir gerade eine Frage. Weil bei Ihnen natürlich vier von euch Leute gerade wirklich miteinander wollten, auf dem Server arbeiten wollten. Und mit den Datenmengen, die sie auch machen und mit den Kameras, wo sie arbeiten, braucht man einen gewissen Datendurchsatz. Ohne das geht es nicht, damit wirklich in Realtime geschaffen werden kann, damit es auch kein Flaschenhals gibt und dort nicht noch mehr Zeit verlauert wird in dem Sinne. Wir schauen gerade ein bisschen in Kevin seine Arbeit hinein, damit wir uns da ein bisschen auch ein Bild machen können. Und du darfst sehr gerne einfach erzählen, wir sehen es auf dem Monitor. Und du kannst gerne erzählen, was man sieht. Ja, das sind ein paar Impressionen von mir hinter der Kamera, um ein Gefühl zu geben, in welcher Welt wir da sind. Das ist ein Projekt, das wir für Breitling geschossen haben. Wir haben sehr unterschiedliche Kameras, die wir brauchen. Aber gemeinsam ist eigentlich, dass sie immer sehr viel Daten zu Hause bringen. Und darum ist unsere Zusammenarbeit eigentlich recht wichtig. Also du bist wirklich quasi mit der Kamera in der Hand an der Produktion dabei und nachher dann auch noch in der ganzen Post-Production von A bis Z involviert. Oder wie sieht so deine Rolle aus? Ja, also wir sind, ich würde sagen, professionelle, wie sagt man, Generalisten. Also zum einen führe ich die Bude zusammen mit Muriel. Post-Production sind wir das dritte. Einer hat den Lead, ein anderer ist eher in der Musik. Ich reagiere schon eher als Creative Lead, Creative Director. Also auch Planung vorher schon? Ja, ja, die ganze Konzeption, genau. Aber ich mache halt auch gerne Bilder. Okay, also was machst du? Gibt es etwas, was du am liebsten machst? Ich glaube schon, der Moment hinter der Kamera ist so ein magischer irgendwie. Es ist Realtime, es zählt, man ist irgendwie in einem Flow. Und dann, wenn alles zusammenkommt. Wenn man merkt, okay, Teile, die man sich überlegt haben, kommen, Gott sei Dank zusammen und ja, es entsteht dann etwas. Auf was für Filmproduktionen habt ihr euch spezialisiert? Was macht ihr am liebsten? Wir erzählen Geschichten aus Unternehmen. Also so ein bisschen im Corporate Storytelling-Bereich, im Content-Bereich. Wir sind weniger die Werber, wir sind mehr die Verzähler. Immer ein bisschen dokumentarischer Touch, aber sehr hoher visueller Anspruch. Du hast so viele verschiedene Rollen, ist das manchmal stressig oder musst du manchmal auch etwas delegieren können? Bist du ein Micromanager? Nein, gar nicht. Ich finde vielseitigkeit in diesem Bereich mega schön. Das ist etwas, was ich suche und mich inspiriert. Nein, Micromanager bin ich nicht. Ich lasse gerne Leute selber wachsen. Das ist auch ein mega cooler Teil, dass wir ein tolles Team sind, in dem sich jeder entwickeln kann. Du machst gerne alle Rollen selber, aber kannst auch sagen, bei diesem Projekt ist jetzt jemand anders als zuständig. Damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, wir haben von vielen Daten gesprochen. Was machen die für ein Datenvolumen pro Tag? Oder habt ihr da irgendwelche Werte? Ja, ich glaube grundsätzlich irgendwo um ein Terabyte pro Drehtag werden wir nach Hause bringen. Manchmal sind es viel mehr, manchmal weniger. Aber das ist dann ein Richtwert. Und du hast uns auch noch ein Showreel mitgebracht, wenn wir über Datenmanagement reden. Oder das haben wir glaube ich sogar schon gesehen. Genau. Nein, Showreel kommt jetzt. Ich zeige das Showreel. Entschuldigung. Ja. 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 Ok. Ja. 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 ếb Das war ein spassiger Tag. All diese Tage, alle Dreh-Tage, alle Projekte generieren Daten. Zu viele Daten. Das ist nicht immer lustig, aber es ist total wichtig. Wenn wir sie verlieren oder keinen guten Flow hat, dann wird es sehr schnell mühsam. Und da möchte ich einen kleinen Einblick geben. Ich denke, Nummer 1 wäre, dass man gar nicht zu viel Daten generiert. Darum ist eine gute Planung wichtig, ein gutes Konzept, ein gutes Storyboard, eine Shotlist. Wir arbeiten dort sehr viel fotografisch. Das heisst, da unsere Welten meistens real sind und beim Kunden, gehen wir mit der Kamera, also mit dem Fotoapparat schon vorbei und versuchen sehr präzise eigentlich schon die Shots zu definieren und ein Gefühl zu geben, wie das nachher daherkommt. Wir definieren konkrete Handlungen und versuchen so eigentlich, die Datenflute zu reduzieren. Zum anderen bieten moderne Kameras eine Vielzahl von verschiedenen Formaten an. Und auch da lohnt es sich, das Richtige auszuwählen und auszuprobieren, was für einen stimmt. Zum Beispiel ein langes Interview muss man nicht unbedingt in RAW aufzeichnen. Und das ist auch, jetzt zum Beispiel an einem Projekt von Letzte, haben wir eigentlich unsere Daten statt 15, 16 TB auf irgendwie zwei reduzieren. Und der Output ist schlussendlich eigentlich sehr toll gewesen. Also moderne Kameras haben wirklich gute Codecs und die sollte man nutzen und das spart einem auch viel Daten. Dann kommt aber nicht darum, wenn man generiert die Daten, man möchte ja gute Möglichkeiten haben in der Post-Production. Das heisst man muss Backupen. Und zwar meistens schon am Set, weil die Memory Cards liegen vermutlich nicht. Das ist ein Bild von einem Dreh in China. Da waren wir zwei Wochen unterwegs. Und da mussten wir natürlich das Ganze offloaden. Wir machen zwei bis drei Kopien und wir nutzen Tools, die wir die Checksumme kopieren. Checksumme bedeutet, dass das Tool schaut, dass die Daten auf der Karte und die Daten auf der Harte dann wirklich die gleichen sind. Das Ganze läuft automatisiert ab und am Schluss sieht man, im Prinzip an einem grünen Balken, dass alles funktioniert hat. Der Transport von diesen HDs ist natürlich auch wichtig. Die trägt man nicht im gleichen Rucksack, sondern verteilt. Wir nutzen Hatch. Das ist ein Tool, das das erlaubt. Man sieht es im Hintergrund. Es gibt aber auch andere. Shotput oder SilverStacks sind solche, die man sich anschauen kann. Und die erlauben eigentlich so einen automatisierten Prozess. Vorher auf dem Bild hat man HDs gesehen. Die haben den Vorteil, sie sind gross, aber die haben den Nachteil, sie sind lahm. Und ich würde sicher empfehlen auf SSDs zu backupen. Aber dort Vorsicht, nicht alle SSDs sind gleich. Es gibt gewisse, die sind sehr schnell und nach ein paar Gigabyte ist der Cache voll und dann sind sie langsam. Also Reviews gut studieren, allenfalls testen und dann ist man auf der sicheren Seite. Zurück im Studio müssen die Daten natürlich auf den Server. Das ist ein kleiner Blick in unser Zuhause, hatte ich fast gesagt. Und wir sind ein Team und das heisst, wir wollen dort einen zentralen Speicher haben. Der Mischa hat das vorhin erwähnt. Wir wollen gemeinsam mit den gleichen Daten arbeiten und wir wollen sie an einem zentralen Ort haben. Drei von uns, fünf, arbeiten auch in der Post. Zwei sind tendenziell Management Projektleitung. Und wir wollen auf unsere Daten auch per Remote Access zugreifen können. Das bedeutet, wir brauchen irgendeinen zentralen Speicher. Und das ist ein Bild von unserem Server Rack. Das ist unser NAS. Das NAS ist eigentlich einfach ein am Netz hangende Storage, also Speicher. Und heutzutage ist es eigentlich fast nicht zu unterscheiden von einem Server. Das ist eigentlich ein Server. Wir haben nach ein paar Umwegen unser Glück, hätte ich fast gesagt, bei Synology gefunden. Und spannend ist eigentlich dort, dass Synology kommt eigentlich aus dem Konsumerbereich. Die haben eigentlich so kleine Geräte gemacht, wie man das auf der rechten Seite sieht. Eher so im Heimanwenderbereich, um seine Fotosammlung, also seine Fotos zu speichern. Oder die Musiksammlung früher. Und sind dann immer schneller geworden. Und die sind jetzt wirklich so schnell, dass wir als Team darauf arbeiten können. Gleichzeitig haben sie aber die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit behaltet. Ein zentraler Speicher ist, wenn ich mit Kollegen und anderen aus der Branche rede, noch nicht ganz so verbreitet. Und darum wollte ich auch den Einblick geben. Es ist wirklich einfacher zu managen. Es ist sicherer, weil ich muss nur an einem Ort ein Backup organisieren. Und es ist letztendlich auch schneller als viele lokale Harddisks. Es ist auf jeden Fall besser, als überall Daten zu haben. Es ist auch nicht so kompliziert. Man kriegt eine Box, man packt sie aus und tut sie allenfalls erweitern. In unserem Fall haben wir ein bisschen mehr RAM drin. In den meisten Fällen ist das nicht einmal nötig. Das ist alles gut beschrieben. Und dann muss natürlich das eigentliche Speichermedium hinzugefügt werden. Harddisks sind gross, günstig pro Terabyte, aber langsamer. Und SSDs sind schneller, etwas kleiner und natürlich teurer. Und wir haben jetzt in unserem Fall eine Mischung gemacht. Ein Teil vom NAS hat einen reinen SSD-Speicher und ein anderer hat einen Harddisk-Speicher. Und jetzt haben wir eigentlich das Gute von beiden. Wir haben viel Platz dank der Harddisks und schnellen Speicher dank der SSDs. Also alle aktuell laufenden Projekte sind auf den SSDs. Die Kombi geht übrigens auch mit kleineren Geräten. Also es muss nicht gerade 24 SSD sein. Dann kommt das Setup. Man erstellt seine Volumen. Man sagt, da und da möchte ich meine Daten ablegen. Man macht Benutzer. Und man kann noch viel mehr machen. Wir in unserem Fall machen das eigentlich nicht. Wir nutzen das NAS nicht richtig aus, aber wir nutzen die Power, die es hat als Fileserver. Dann ein Schlüsselpunkt in dem Ganzen ist eigentlich das Netzwerk. Und da hat sich viel getan. 10 Gigabit ist jetzt zugänglich geworden. Das heisst, man hat wirklich 1 Gigabyte pro Sekunde Durchsatz. Das ist 10 mal schneller als das weit verbreitete normale Gigabit Ethernet. Und das erlaubt uns, zusammen mit SSDs wirklich auf dem zentralen Speicher zu arbeiten. Die Voraussetzung ist, dass man die Säge-Gabit bis auf einen Laptop hat. Das sind so Kästchen, die man wie ein Thunderbolt anschliessen kann. Und dann nutzt man die ganze Bandbreite. Und man kann das messen. Also all die Bilder in der Presse sind bei uns geschossen. Man sieht da am unteren Rand auch wie gleichmässig der Transfer funktioniert. Und man kann sogar im Fall von unserem Gerät von mehreren Workstations gleichzeitig den Server da quälen. Oder das NAS. Und man hat dann über 3 Gigabyte teilweise Durchsatz. Also für so ein Konsumergerät, das jetzt quasi so professionell wurde, ist das wirklich bemerkenswert. Natürlich muss man innerhalb von dem Ding Ordnung haben. Und da gibt es viele Philosophien. Bei uns ist es so, dass jedes Projekt in sich selber geschlossen muss sein. Alles, was zu dem Projekt gehört, muss in Ordnung. Es gibt ein Päckchen. Und das erlaubt dann, dass man den ganzen Backup- und Archiv-Workflow auch besser strukturieren kann. Backup und Archive, was ist das? Ich kann es relativ schnell erklären. Backup ist eher so, scheisse, was sind meine Daten. Und Archive ist easy, brauche ich nicht mehr. Also im Moment. Und das kann ich auslagern. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Und es ist wichtig, dass man beides hat. Weil jedes noch so grosse Laufwerk wird quasi irgendwann einmal zu voll. Backup am liebsten täglich. Am liebsten nicht am gleichen Ort. Man kann zum Beispiel ein zweites NAS zu Hause anstellen und einfach via Internet das sinken. Auch grosse Daten sind so möglich zu speichern. Und Archive ist im Prinzip der Prozess vom Auslagern von diesen Daten von seinem NAS oder von seinem Server, sodass man Platz hat für neue Projekte. Ich habe vorhin erwähnt, etwa 1TB pro Tag. Das heisst, durchschnittlich haben wir 4-5TB für ein Projekt. Diesmal einige Projekte. Ganz viele TB pro Jahr und die müssen wieder weg. Wir nutzen Tapes für das. Das ist nicht so bekannt. Das sind LTO-Tapes. Die sind für das ausgelegt. Die sind sicher. Die haben viel Platz. 18 TB in der neuesten Version pro Tape. Und die sind auch sehr schnell. Also 300 MB pro Sekunde sind da möglich. Die haben in sich keine Mechanik. Also die sind eigentlich super zum Lagern. Und sind längerfristig deutlich günstiger als Harddisks. Aber man muss sich ein wenig eindenken und muss Setup machen. LTO-Tapes brauchen eine spezifische Software, um sie zu bedienen. Da gibt es eine Auswahl von denen. Zum Beispiel die P5 von Archive, die wir nutzen. Aber es gibt auch andere. Letztendlich hat man immer eine Art Browser, wo man seine Daten draufziehen kann. Weil auf dieses Tape kann man natürlich nicht von den Tapes aus direkt schneiden oder arbeiten darauf. Man muss immer drauf und drauf kopieren. Ja, wieso tun wir es nicht in die Cloud? Bei unserem Fall haben wir quasi Backup und Archive von gegen die 600 TB. Das wäre viel zu teuer. Das ist mega viel. Das ist im Filmbereich noch krasser als in der Fotografie. Aber viele, die fotografieren, kämpfen auch mit Filmdaten. Und da lohnt es sich, das wirklich anzuschauen und zu rechnen, ob das Sinn macht. Projektbezogene Files, also Projektdaten auf jeden Fall. Auch organisatorische Daten ist die Cloud eine gute Lösung. Man kann eigentlich zusammenfassen. Ja, es sind zu viele Daten. Probieren zu reduzieren. Das wird erstmal so bleiben. Das heisst, man muss sich eigentlich einen Workflow weglegen für das. Und es wird weiterhin Zeug passieren. Das heisst, du brauchst ein Backup. Das ist klar. Und es wird auch immer mehr. Das ist ein Faktor, den viele auf eine Art ein bisschen ignorieren. Also Hersteller oder Leute, die geile Sensoren machen mit vielen Pixeln. Das generiert auch viele Daten. Also Archive ist wichtig. Und die NAS-Geräte, die sind richtig schnell. Also ich bin selber kritisch gestimmt gewesen. Aber ich muss sagen, eigentlich ist das wirklich kein Thema mehr, seitdem wir das haben. Und die Zusammenarbeit da, um das zu finden, war eben mit der Deku. Wir haben dort einen Ansprechpartner, Mischa, wo ich anrufen kann, wo ich eine Frage stellen kann. Direkt einen Link zu den Herstellern. Mit den Spezialisten Inhouse, sich austauschen. Ich habe jetzt einen Hintergrund in Informatik. Das heisst, wir konnten auf einer Fach-Ebene kommunizieren. Aber das ist mega individuell. Und das ist mega wichtig. Es ist wie ein guter Buchhalter. Es ist ein guter Datenhalter oder so. Und ja, wie vorhin erwähnt, die letzte grosse Aktion war Anfang Jahr, dass wir alle unsere Workstations ersetzt haben durch Laptops. Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass das Team mega happy ist, endlich mal richtig remote arbeiten können. Und dank der neuen Architektur sind auch viele Programmoptimierter und erlauben uns wirklich 8k RAW zu schneiden auf dem Laptop. Das hätte es insofern eigentlich noch nicht gegeben. Das war jetzt ein High-Speed-Abriss durch die Datenwelt. Merci vielmals. Merci, dass ich hier sein kann. Hier sind wir zuhause und hier ist DQ zuhause. Genau, richtig. Und hier bist du zuhause. Hoi. Merci vielmals für die tolle Präsentation. Sehr interessant. Auch, wie du mir erzählt hast, mit deiner kritischen Ansicht, auf wo nah es mit diesen vielen Daten. Von daher sehr cool. Wir gehen ganz kurz in einen Werbespot, den wir euch geben. Und dann kommt Q&A. Jetzt bin ich richtig gespannt auf diese Fragen, Thomas. Schüss los. Die allererste, du hast es erwähnt, Kevin, mit diesen Tapes. Das hat auch für mich noch so einen interessanten Tönen. Das habe ich selbst schon nicht so gekannt. Bist ihr die extern irgendwie aufbewahren? Oder habt ihr das bei euch in der Firma? Oder macht das DQ? Nein, beides. Tatsächlich. Also, sowohl Backup haben wir eine Art Eis bei uns. Aber auch eins, den ich einmal pro Woche nach Hause nehme. Und da kannst du eigentlich immer das aktuelle Tape nehmen, das im Prinzip einlegen und sagen, das, was neu war, inkrementell hinzufügen. Mischa, die Runze ist ein bisschen zu spiel. Nein, alles gut. Alles gut. Okay. Ist das abgesagt? Ja, absolut. Nein, also ich meine, Kevin hat wirklich einen sehr guten Background. Und wie er vorhin gesagt, haben wir uns technologisch extrem gut gefunden. Und das Zusammenspiel ist auch für euch sehr spannend gewesen, die Datenmengen auch in ein Projekt reinzupacken, wo, wie gesagt, auch das, was er jetzt ist, ist natürlich eher etwas Grosses, das man kann nehmen und das Ganze auch verkleinern. Also, verkleinern, ja, nicht skalieren, sondern verkleinern. Also, es geht auch für nicht so grosse oder Agenturen, die jetzt nicht mit so viel Daten arbeiten. Aber er sagt etwas sehr, sehr was, das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Also, er macht das wirklich akribisch. Und das ist super. Backup, Archive ist einfach essentiell, weil diese Daten ist unser Geld schlussendlich. Und dort kommt es wirklich darauf an, dass wir denen Sorge halten. Und ja, das ist heutzutage immer leider noch nicht hundertprozentig so. Nein, es geht immer noch etwas vergessen. Es ist auch etwas Schwieriges, was man nicht wirklich daran denken möchte. Aber umso wichtiger, umso wichtiger, dass wir heute darüber reden und erzählen, wie wichtig es ist. Definitiv. Was sagt die Community sonst noch? Eine weitere Frage, die auftaucht ist, wie viele Stunden hast du investiert, um dein Team so zu organisieren, dass sie so strikt einhalten mit dem Ablagensystem? Ja, braucht es einen guten Kaffee? Nein, das ist tatsächlich ein Punkt. Also wir haben ein Team erweitert vor zwei Jahren und wir haben viel Zeit investiert, eine Art gemeinsames Verständnis, für wie wir die Sachen ablegen, wie wir die Sachen benennen entwickeln. Das ist eine Zeit, die wir uns bewusst nehmen wollen. Und es geht eigentlich immer so lange, bis jemand zum Beispiel ausfällt, oder krank ist, oder etwas passiert ist, und dann muss jemand anderes Projekt übernehmen. Und in dem Moment, wenn du das Projekt übernimmst, und das ist in einem coolen Zustand, und es ist so, wie du es kennst, dann fängt es. Und es fängt extrem nicht, wenn es nicht so ist. Und ja, das braucht Zeit, da muss man zusammenspannen, und auch rasch miteinander reden, wie schaffst du, wie schaffe ich, all das ist cool, das ist weiter, und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Okay. Und wie viele Stunden technisch hat Deku da unterstützt mit dem ganzen Ablauf? Wie viele Stunden hat das gebraucht? Ich sage jetzt mit Deku, das zu finden, die optimale Lösung, und dann hat man gesagt, jetzt geht man den Weg. Das ist schon ein längerer Prozess gewesen. Wir sind nicht direkt da gelandet, wie ich es heute gezeigt habe, und ein wenig Umweg gemacht. Da gehen schon fast Tage drauf. Aber vielleicht nicht im Telefonieren oder im Rausfinden, aber sicher auch bei uns. Hat es auch manchmal vielleicht einen Moment, wo etwas schief gelaufen ist, damit man daraus lernen kann? Ja, ja. Spannend. Das passiert schon. Also ich glaube, jetzt kann man eigentlich von diesen Learnings profitieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und darum haben wir auch gesagt, das ist ein spannendes Thema, weil die Erkenntnis, obwohl es jetzt quasi ein grosses System ist und wir haben viele Daten und so, wir sind trotzdem nicht riesig. Also man kann es wie beide richtig skalieren. Und jemand, auch eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show, die hat genau die gleichen Herausforderungen. Vielleicht sind es dann nicht ein Tier am Tag. Aber der Workflow ist der gleiche und die Geräte sind die gleichen. Und wenn die Daten verloren gehen, dann ist es gleich blöd. Es ist etwa gleich blöd, ja. Mit iPhone ist das so ein Thema, mit ProRes aufzunehmen allgemein oder bevorzugt ihr eher RAW-Aufnahmen? Also das iPhone wird schon immer besser, ja. Wirklich aktiv auf unseren Projekten brauchen wir es nicht. Okay. Ich finde es ein spannendes Instrument, um bei Kunden zu schauen, wie können sie mit dem, was sie haben, und eigenen Content produzieren. Und dort entwickeln wir auch in einer Art Coaching-Rolle dann Workflows entwickeln und das so weitergeben. Aber ja, das iPhone kann auch sehr schnell sehr grosse Daten kreieren. Ja. Ja genau. Das Auto ist schon anders. Und wird immer besser. Haben wir noch eine Frage? Ähm. Ich muss gleich schauen, nachher sehen wir, falls ja Erfahrung. Ja. Eine Frage ist noch gerade reinkommen. Ähm. Arbeitet ihr via MacBook Pro-Bildschirme oder verwendet ihr noch externe Bildschirme, falls ja Erfahrung in der Kombi Apple mit Einzel-Bildschirmen? Ähm. Ist so rein gekommen. Vielleicht ist es für den Mischa auch noch. Genau. Also wir haben schon externe Bildschirme natürlich dran. Ehrlich gesagt haben wir ganz unterschiedliche. Wir haben verschiedene Brands, die wir einsetzen. Wir haben jetzt auch zwei von den neuen Apple-Studio-Monitoren. Nur auf dem Laptop zu arbeiten reicht meistens nicht. Da hat man etwas zu wenig Platz mit den Timelines und so. Aber gerade in einem Remote-Setup ist das absolut okay. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir haben so ein Dock, so ein Thunderbolt-Dock. Ähm. Wo man den am Laptop eigentlich nur noch einen Stecker hat. Und dann laden sie ihn gleich. Und dann hat man alles mit einem Stecker eingesteckt. Cool. Praktisch? Sehr spannend. Ja, absolut. Und langsam können ja auch immer eigentlich alle Monitoren ziemlich schnell das Laptop irgendwie spiegeln. Genau. Und man steckt nur noch ein Kabelchen und sofort ist es aufgeschaltet. Wunderbar. Danke vielmals Thomas. Sehr gut. Danke vielmals natürlich euch. Mischa und Kevin waren da und haben uns über das erzählt. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und nachher geht es dann ganz spannend weiter. Wir haben sogar noch eine Live-Schaltung auf Genf. Bis gleich. Wir liefen uns über die Ballge. isure определine aus Gracch. Löffet vor. Prakch.Ch Die mehr Intuitive der Kamera System, die mehr you can just flow. Never break your flow, EOS R System. Never break your flow, EOS R System. Liefert Vorfreude. Rack.ch Ich fixe das Thema. Die mehr Int 노래를 Day. Das ist der Swissphotoday 2022 und wir machen Schlag auf Schlag weiter. Der Nachmittag ist auch vollgepackt mit einem super spannenden Programm. Und bei mir sind schon wieder zwei, nein ich kann sagen drei mega spannende Gäste. Und noch ganz herzige, kleine Gäste, die nachher wollen darüber reden. Ich habe so Freude. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich mich zu einer Kamera zeige. Aber es ist eben überhaupt nicht jö. Bei mir ist der Thomas Piasotto, er ist Berg- und Alpinfotograf. Und die, die letztes Jahr dabei waren und zugeschaut haben, die kennen dich. Er war aber dort via Skype eigentlich mir zugeschaltet. Die Verbindung auf Nepal, wo du unterwegs war, die hat gehalten. Und du bist Alpa-Fotograf und auch Ambassador. Also Alpa ist eben die Kamera, die sehr speziell aussieht. Und du bist sehr bekannt für deine Bergbilder. Und du hast auch schon mehrere wirklich grosse Bücher herausgebracht. Das ist ja glaube ich schon wieder ein neues, wir werden nachher noch darüber reden. Ich bin sehr sehr gespannt. Und neben dem Thomas ist Hans Käst. Er ist Geschäftsführer von Alpa Switzerland. Das ist eben die Liebhaber-Kamera-Marke, made in Switzerland, die wir hier sehen. Also wenn die Schweizer eine Kamera machen, dann sieht sie dann eben so aus. Du hast Alpa am 1. Februar eigentlich in diesem Jahr übernommen. Und du bist vorher Mechaniker gewesen. Wie hat es den Wechsel gegeben in der Fotografiebranche? Ja, das ist etwas, das man gar nicht planen kann. Das passiert einfach im Leben. Und das ist wahrscheinlich etwas, das einmal im Leben genau passiert. Also ich bin Maschineningenieur mit Mechaniker-Hintergrund. Ich habe ein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen an einer schottischen Universität. Und bin viel international unterwegs gewesen. Und da hat es jetzt eine Kombination gegeben, wo ich meine Erfahrungen aus der internationalen Seite reinbringen kann. Und zusammen mit dem Team und zusammen mit den Kunden und zusammen mit dem Thomas, das eigentlich jetzt eine weitere Zukunft zu bringen. Und die Tradition weiter leben lassen. Also wie könnte man sagen, bist du zur Fotografie gegangen oder ist die Fotografie zu dir gekommen? Ich habe ihn fotografiert einmal recht viel während dem Studium. Also schwarz-weiss, analog. Und dann lange nicht mehr. Und jetzt hat sich das wieder gefunden. Das ist ein glücklicher Zufall, ja. Ja, ein schöner Zufall. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Du bist letztendlich in Nepal unterwegs gewesen. Ist dort die Alpa auch schon dabei gewesen? Dort ist die Alpa dabei gewesen. Die ist seit knapp sechs Jahren mein fast täglicher Werkbegleiter. Und die ist immer dabei. Ja, warum? Ja, ein Alpa ist nicht einfach nur eine Kamera. Die Alpa ist ein Weggefährte. Man fotografiert anders. Es ist ein anderes Gerät. Es ist einfach, man arbeitet anders. Und ich mag mich erinnern, wo ich vor knapp 20 Jahren mein erstes Inserat gesehen habe, noch in einem Printmagazin. Und die Kamera gesehen habe mit dem braunen Palisander-Holzgriff. Ich vergisse das in diesem Moment nie mehr. Ich könnte heute auch sagen, welch ein Magazin das noch war. Ich wusste, das ist es. Dort möchte ich hin. Also du hast dich dann verliebt in die Kamera? Ja. Wie lange ging es dann? 15 Jahre. Wieso so lange? Ja, man muss auf eine gewisse Art und Weise bereit sein, um mit so einer Kamera zu arbeiten. Das ist alles andere als schnell die Frage. Hier geht es um das Geniessen, um die langsamen Momente und die Momente zu geniessen. Und da muss man so wie einfach auch dazu hinzukommen. Also es ist, genau. Man muss ein wenig bereit sein für dich. Genau. Sehr schön. Jetzt, ihr seid das Zweite bei mir auf dem Sofa. Aber wir haben natürlich auch noch einen Dritten bei uns im Bund. Und der ist zugeschaltet via Skype. Das ist der Daniele Andrich von Profot. Und er ist heute in Genf am Salon de la Foto. Und wir schauen gerade mal, ob die Verbindung zu ihm steht. Aber ich glaube, die Verbindung steht. Das sieht gut aus. Ich sehe ihn auf dem Monitor. Daniele, du bist Geschäftsführer bei Profot. Was hat Profot mit Alpa gemeinsam? Was sind da Verbindungsverkünfte? Ja, wir sind Vertreter in der Schweiz für Alpa. Es kommt ein bisschen aus der Vergangenheit heraus oder aus den Historien heraus, dass Profot schon viele Jahre Digital-Bags verkauft von der Face One. Und wir natürlich, seit der Film so ein bisschen im Hintergrund geraten ist, jetzt im Fokus steht. Also die Kamerakombination mit Face One ist im Grunde genommen, das kann sicher auch Thomas bestätigen, das Non Plus Ultra. Und du bist jetzt aktuell in Genf am Salon de la Foto. Wie ist die Stimmung dort? Ja, die Stimmung ist sehr gut. Wir sind happy. Heute ist der zweite Tag. Wir sind gestern überrennt worden. Wir haben grundsätzlich zu Mittag schon so viele Kontakte gehabt, wie vor drei Jahren die beiden Tage. Wie gesagt, es sind zwei Tage Event. Ich denke, es hat gut getan, dass wir wieder mal ein Event auf den Bein stellen, und er malen ist auch mit Vorträgen. Nachdem wir jetzt zwei Jahre 20 Pause hatten. Und was macht ihr dort? Oder wie ist Alpa vor Ort dort? Ja, also das sind unsere Geschäftsbeziehungen, unsere Partner, die mit uns quasi die Fotoausstellung durchführen. Das sind namhafte Marken. Ich fange jetzt mit Alpa, Face One, Sony ist dabei, Nikon ist dabei, Canon ist dabei, Fujifilm ist dabei. Aber auch im Druckbereich Nebsen, Papiere herstellen, wie ganz Infinity. Also eigentlich das ganze Spektrum bei der Fotografie ist heute da. Und wie reagieren die Besucher, wenn zum Beispiel jetzt gerade auf so einer Alpa-Kamera vielleicht einige noch nicht gesehen haben? Ist das etwas, das auf Interesse stoss? Ist das etwas, wo die Leute so etwas mehr reagieren? Also ich untermale das, was vorher Thomas gesagt hat. Ich sehe ihnen einfach die Menschen, die auf die Kamera zugehen. Es ist nicht einfach nur eine Kamera, die man jetzt in zwei, drei Jahren vielleicht austauschen tut, sondern es ist eine Kamera, es ist ein Produkt, das einem das Leben lang begleitet tut. Danke vielmals, Daniela. Und ich habe gehört, dass der Swiss Photo Day auch in Genf am Salon de la Foto übertragen wird. Stimmt das? Kann man das irgendwie sehen? Ja, das kann man jetzt sehen, ja. Das ist ja super, das finde ich aber ganz lässig. Danke vielmals für diesen Einblick und dass du dir da Zeit genommen hast vom Salon de la Foto, dass du mit uns heute hast, exklusiv am Swiss Photo Day 2022. Das ist wirklich sehr lässig. Wir kommen jetzt zurück ins Studio, zurück zu unseren beiden Gästen hier vor Ort, Thomas und Hans und natürlich dieser Kamera, wo ich muss sagen, ich habe mich auch schon ein bisschen verliebt. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Geschichte und über die Hintergründe dieser Kamera ein bisschen etwas erfahren. Und, Thomas, wenn du mit dieser Kamera Gast arbeiten kommst, wie ist es so? Sie sehen, ehrlich gesagt, für mich auch ein bisschen komplex aus, zum Bedienen. Ist es schwieriger mit dieser Kamera oder ist es einfacher, wenn du im Gebirge in Nepal unterwegs bist und eine Fotografie machen würdest? Ja, das wäre auch viel gefragt von Leuten, die mich mit dieser Kamera sehen. Es ist tatsächlich eigentlich viel viel einfacher, weil das Phänomenale ist an so einer Kamera, sie ist aufs Wesentliche reduziert. Also es geht um Blende, den ich am Objektiv einstelle. Ich habe einen Fokus, den ich manuell einstelle. Ich stelle die Verschlusszeit hinten dran, natürlich mit einem Digital-Back von Phase One. Das ist jetzt der IQ4 mit 150 Megapixel, der angesteuert ist und ausgelöst wird mit einem elektronischen Verschluss. Man setzt die Verschlusszeit fest. Und das sind eigentlich die drei Sachen, um was, dass es darauf ankommt. Schluss und endlich nachher. Und was eine solche Kamera dann auch speziell macht, jetzt gerade zum Beispiel dieses Modell. Das ist, ich sage jetzt mal das Flaggschiff, eines der Flaggschiffe von Alpa. Die Panokamera, wo man wirklich die Möglichkeit hat, wenn du jetzt siehst, ist, habe ich die Möglichkeit, dass ich 35 Millimeter nach links schiften kann und ich kann 35 Millimeter hier rüber schiften. Und nachher habe ich eigentlich ohne Stativ zu verstellen oder mit, wer die Panoramaaufnahme sonst kennt, kann ich die Kamera stehen lassen und ich verschiebe den Bildsensor einfach auf die 7 cm. und habe dann eine riesengroße Möglichkeit für riesengroße Aufnahmen. Ich kann auch ganz einfach bei so einer Kamera z.B. den Back wegnehmen und ich kann dann diesen auf Hochformat drüllen. So wirst du umstellen. So wirst du umstellen. Wenn man z.B. auch den Nordeter ein Panorama machen, wo man noch in die Höhe mehr Bild hat. Und ja, man macht sehr viel einfach auch von Hand. Und das Handwerk, und das ist das, was mich auch so fasziniert. Man hat digitale Möglichkeiten. Es ist nicht einfach ein Knopf. Es ist wirklich ein Knopf. Und es hat so viele Detail, ich sehe, es hat sogar noch ein Wasserwerk drin. Und du schaffst mit dieser, du bist aber auch mega fleissig mit dieser. Letztes Jahr ist das Buch massiv rausgekommen. Genau. Und jetzt ist schon ein neues Buch da. Genau. Seit letzter Woche der Alpstein. Genau. Es ist hinter uns. Ah, es ist ausgestellt dort oben. Genau. Habe ich mega Freude gehabt, schon um 9 Uhr. Ja. Ich würde es eigentlich gerne holen und wirklich gerade anschauen. Also das hast du auch mit den Alpen geschossen. Alles. Alles. Also ich arbeite sehr viel. Und schliesslich auch in der Bergfotografie mit dieser Kamera. Was war die Inspiration, um die Berge zu fotografieren, bei diesem Neuen Buch? Ja, zum Beispiel beim Neuen Buch. Das ist ganz speziell, weil Appenzell, das Alpsteingebiet, das ist, meine Mutter kommt aus dem Appenzell. Ich bin aufgewachsen, wie man unverkennbar gehört, an meinem Dialekt in der Ostschweiz. Und natürlich die ersten Berggängerversuche. Wir konnten kaum laufen, da waren wir im Alpstein. Und ich kenne Alpstein, das ist für mich ein Haiko. Und das Buch Alpstein, das ist das erste Buch von 10 von einer Portfolioserie, die jährlich weitergeführt hat. Also du wirst die nächsten 10 Jahre noch publizieren mit Alpen und Bergen. Schön. Du künstest richtig glücklich, wenn du das sagst. Und es macht mich glücklich, dass wir auch noch ein Video davon zeigen können, wie du es schaffst. Da schauen wir doch gerade mal rein. Die Momente,... ...gesprochenen. ... ... ... ... ... Kreativität, Dremel, Freiheit. Wir suchen sie, wir lösen sie, alle von uns, auf uns selbst. Und zwar, wir sharen wir diese Momente durch stilles. Wir lassen die Welt wissen, dass wir жив sind. Es fühlt sich wohl, dass wir uns zusammen sind. Es ist wohl, weil was besser ist, als ein Dremel-Rush? Was ist besser als sich verbunden, mit der Passagion wir in den Mountainsn? Was ist besser als fühlt sich, wie die Herbeeten akzeptieren und synchronisieren? Vielleicht nur eine Sache. Wir erleben alles zusammen, auf einmal. Genau da, auf den Mountainsn. Das ist was ich, auf jeden Fall. für jeden Moment. Das ist mein Bestand. Let's climb together. Da kommen die Emotionen auf in diesem Studio von SwissFol Today. Let's climb together. Wie fest hat dich das Video widerspiegelt? Hast du das geschrieben? Ist das deine Worte? Ist das deine Vision? Das ist zusammen entstanden mit meinen Freunden, die Videofilmer sind, die mich sehr gut kennen, die wir das miteinander gemacht haben. Also das hat man jetzt nicht einfach so aufgenommen und selbst in deinen Clip verkauft, sondern das ist doch sehr deine Core. Und auch der Alpstein, meine Heimat dort. Das ist wunderschön. Und was bedeutet dir das, wenn du zusammen in den Bergen so unterwegs bist oder auch alleine? Also das ist so, ich vergleiche es immer, wenn man einem Fischer zuschaut, der fische, und der hockt und wartet. Das Schönste ist eigentlich, wenn ich in den Bergen fotografieren bin, ist es hinzugehen und es warten und einfach auch das Natur geniessen. Und das hat man die Möglichkeit, hat man genau auch mit so einem Weggefährten wie die Alpen. Aber es geht um die Performance ist da nicht die Geschwindigkeit, sondern die Performance ist da die Qualität und die Lebensqualität, nicht immer alles schnell zu machen, sondern genau das rückwärts angeschaut. Also nicht schnell, schnell, schnell. Entschleunigen. Entlangsamen. Und das sind einfach die schönsten Momente, wenn ich gehe arbeiten und gehe Bergbilder machen und einfach kann. Hans, wie wertvoll ist das eigentlich, wenn man als Hersteller von so einer Kameramarker dann auch so einen Ambassador hat, der das so sehr verkörpert und so mit Leidenschaften dahinter ist und so schöne Arbeiten auch noch macht? Ich glaube, das ist sehr wertvoll, weil das ist wirklich mehr wie nur eine Ansammlung von Materialien, schön arrangiert. Das ist viel Passion, viel Leidenschaft dahinter. Und das ist die Leidenschaft für das Gerät, für die Kamera, aber die Leidenschaft auch für die Menschen, die dahinter kulturschaffend sind, aber auch die Leidenschaft für Menschen, die uns helfen, die Kamera zu machen. Da sind ganz viele Leute involviert auch. Und das ist etwas zum Wertvollsten an der ganzen Geschichte von Alp Bayan. Und wie gesagt, wir sehen uns auch als Weggefährten von unseren Künstlern, unseren Ambassadoren, all den Menschen, die wir jetzt kennenlernen in den Workshop, das ist wirklich ganz eine geniale Sache. Ich komme ja aus der Industrie und ich habe noch nie so viel positive Feedback und schönes Feedback bekommen. Da können wir dann manchmal fast tränen, wenn man das liest. Ja, das kann ich verstehen. Also jetzt auch noch, wenn ich da bin, man wird wirklich gerade emotional. Wie ist eigentlich die Geschichte von der Kamera Marke selber von Alpa? Kannst du uns da etwas erzählen? Seit wann gibt es die? Wie ist das entstanden? Die Marke selber ist entstanden, Alpa, als eine Kamera bei einem Uhrenwerkhersteller in der Westschweiz in den 30er Jahren und das ist weitergegangen bis, wenn es mir recht ist, bis in die 70er Jahre und die Firma ist dann irgendwann Konkurs gegangen und dann im 1996 geht die Ursula Capaule und Thomas Weber die Marke recht über Null und haben mit ihrer Schaffenskraft über 26 Jahre jetzt das geschaffen, was wir jetzt hier vor uns haben. Also eine wunderschöne Fachkamera und gehört wahrscheinlich zur Weltspitze der Fachkamera, die heute auf dem Markt ist. Und wird diese Kamera auch jedes Jahr neu lanciert und immer ein besseres und neues Modell oder ist das sehr eine zeitlose Geschichte? Das ist eine zeitlose Geschichte, ja. Es hat auch so etwas Entschleunigendes an sich. Wir sind sehr heiko mit Produktionspartnern, mit Materialien. Wir geben uns da recht viel Mühe und sind sehr auf Detail aus und das ist nicht etwas, was sich einfach sehr schnell entwickelt. Das ist ein Entwicklungsprozess, der über die Zeit kommt, ja. Aber es werden ab und zu schon wieder Sachen vielleicht so ein bisschen feintuned oder neu entwickeln. Tönt ihr da auch mit den Ambassadoren zusammenarbeiten? Ja, also das ist auch die Idee, dass wir mit den Ambassadoren auch eine Markenähe haben zu den Künstlern. dass wir da direkt auch Feedback hinein bekommen. Wir haben jetzt die Pano aufgelegt, das ist wirklich ein Erfolg. Und dann haben wir die Silber Edition aufgelegt, die jetzt limitiert über 50% weltweit verkauft werden. Das sind schon immer wieder Innovationen drin, Effort und ganz, ganz viel guten Willen. Aber der Thomas testet nicht jedes Jahr eine neue Kamera. Wenn du einmal eine Alpe hast, dann hast du diese. Und du arbeitest mit dieser. Und du willst gar nicht etwas Neues. Weil sie ist einfach, da gibt es nicht 99,9%, da gibt es nur 100%. 100%. Also du hast sie seit 5 Jahren. Ja. Die Kamera. Was hast du in dieser Zeit vielleicht dazu gekauft oder ersetzt oder gewechselt? Das ist natürlich immer auch im digitalen Bereich, wo es natürlich weitere Fortschritte gibt. Ich sage jetzt, wenn wir hier im Backbereich, das ist ja das Teil, das extern ist und ein Fremdmarken ist. Hier in dem Beispiel ein Face One. Hier gibt es natürlich Verbesserungen, weil es elektronisch ist. Aber vorne sind wir mechanisch und das ist einfach so. Das bleibt und ist so. Wenn das einmal gut ist, dann ist es einfach gut und ist einfach perfekt. Und da muss man auch nicht, da ist auch noch nie etwas kaputt gegangen. Nein. Einmal hier das Gummidichtchen an dieser Schraube, und zwar, aber das ist völlig normal. Aber das fänden natürlich viele Hersteller heutzutage, nicht nur bei Kammerstern, sondern generell ist es natürlich nicht gut. Da will man, dass man jedes Jahr ein neues Produkt kauft. Aber das wollt ihr nicht. Ihr werdet die Performance wirklich als etwas anderes. Genau, es ist Teil der Tradition der Markenalpa, dass es eben eine Langlebigkeit hat. Nicht disruptiv quasi ist, sondern einfach als eine Entwicklung, die über Zeit stattfindet. Wir wollen uns die Zeit lassen, um eben das Produkt und die Tradition weiterhin so aufleben zu lassen. Und stimmt es, dass es auch wirklich in Made in Switzerland ist, die ganze Kamera? Die Kamera wird im Kanton Thurgau zwischen Kuhweiden produziert. Nein, das kann man besuchen. Absolut. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es da noch Community-Fragen wird geben. Ich winke mal. Ja! Tada! 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 Ja, genau. Auf das Stichwort genau hat es ein paar Interessenten sogar. Es fragt sogar jemand schon, ob man so eine Kamera kann am Norden testen. Gibt es die Möglichkeit, Thomas? Das kann man. Sich direkt bei der Alpa melden, sich bei mir direkt melden. Wir haben hier, wenn man ambassador ist, und ich darf das sein, und ich bin so stolz darauf, haben wir so eine nahe Beziehung, dass sich Kunden bei mir direkt melden können. Ich gehe mit ihnen fotografieren und mache Brücke nachher direkt zu der Firma. Und aber auch umgekehrt. Also da läuft das sehr familiär. Ich möchte mit dem Mikro fotografieren. Du darfst, natürlich. sehr gut, sehr cool. Eine weitere, eine analoge Alpa-Kamera, auch ein Neues. Du hast vorhin von diesem digitalen Backteil, der extern ist, gesprochen, Thomas, kann man das bei einer alten, analoge Alpa-Kamera auch auswechseln? Wird das gehen? Es kommt eben darauf an, dass ihr auch wissen, welches Modell das dann her wäre. Das ist eine offene Frage. Der grosse Vorteil, was Alpa mit sich bringt, ist, dass sie multi-hybrid ist. Also ich habe die Möglichkeit, ich kann nicht nur ein Bag hinneinander tun, ich kann verschiedene Bags hinneinander tun. Es gibt auch verschiedene Hersteller von Bags, die man kann verwenden. Wir können aber auch, und da ist Alpa einfach super stark mit verschiedenen Objektive, mit verschiedenen Objektive arbeiten. Alpa ist spezialisiert, hat verschiedene Adapter, wo man sogar auch, ich sage, das alte Hasselblatt, CV-Objektive, kann drauf tun, um mit denen arbeiten. Und die Details wirklich so da sind. Und das ist auch spannend, es ist multi-hybrid. sehr modulare Aufbaut, sehr modulare Aufbaut, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Dadurch wird also wieder langlebiger. Genau. Sehr gut. Das habe ich gestellt. Das Video, das man gesehen hat, hast du das selber gemacht, vom Alpstein? Also ich habe nicht selber das Video gedreht, das haben meine Kollegen gemacht, aber ich bin von der Produktion von A bis Z immer dabei gewesen. Cool. Okay. Man hört irgendwie auch so ein bisschen, dass er redet, also irgendwie, wie ich habe es gespürt. Da ist sehr viel Präsenz von dir drin. Danke. Sehr cool. Gut. Dann noch weg von Thomas wieder. Ein bisschen mehr wieder auf die Alp. So eine Entwicklung dieser Kamera, wie viele Stunden hat das gebraucht, Hans? Hat er da mehrere Jahre oder sagen, hey, da entwickeln wir komplett auf das kleinste Detail alles und mehrere Prototypen? Wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, das wäre zu vermessen, wenn ich jetzt einen Antwort darauf gebe, das kennen Sie ja erst seit dem Februar dieses Jahr. Okay. Aber so, wenn ich die Geschichten höre von den Vorgängern und den Mitarbeitern, die immer mit dem Team sind, da sind schon viele, viele Stunden involviert gewesen, auch viele Leute sind involviert gewesen. Und vor allem eben auch er, der die Kamera dann schlussendlich auch fertige tut, die im Kanton Thurgau zwischen den Kuhweiden natürlich. Und wie ist es noch, wenn man jetzt so eine Kamera kauft, was ist alles dabei? Wie tut man das modulär zusammenstellen oder wie funktioniert das? Weil sonst, ich kenne von Kameras einfach Body, Objektiv, Blitz, irgendwie. Wie ist das bei der Alp? Was wir von der Alp anbieten, offerieren und liefern tun, ist das Objektiv und der Kamerakörper, die Handgriffe, die Adapter und der Sucher zum Beispiel. Aber was dann auch die digitale Aufnahmetechnik im Hintergrund ist, dass jetzt das IQ4, das kommt dann, wird gekauft bei einem Phase 1. Also das, was da hinten dranhängt, das kommt noch separat von einem zu anders. Genau. Und das alles vorne und oben, das ist haltbar. Und Stativ, bis da runter auch. Ja, das haben wir auch. Dann da ist es wieder ein normales Stativ. Ja. Ja. Mega spannend. Hast du noch eine Frage von der Community? Ja, also vielleicht haben wir noch Platz für so zwei, drei, wenn es drin liegt. Wieder eine Frage an Thomas. Wo bist du auf die Kamera gestossen? Also, du hast erzählt, mit dem Zeitungsausschnitt, nach 15 Jahren. Aber wie hast du den Weg gefunden? Hast du gesagt, das Modell ist es? Ja, also das ist, ich habe das in dem Inserat gesehen und habe das, und Alp ist dann immer so der Inbegriff gewesen für die Kameras. Das ist so, wie Autofans ihre Marke haben, die einen Inbegriff haben für ein Auto. Und dann, ja, und der Weg ist dann eigentlich relativ einfach. Ich habe dann eines Tages den Alp abgelufen und dann habe ich den Hans-Peter Ochsner. Das ist so, auch ein Urgestein in der Fotografie-Szene, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, ist die Freundschaft entstanden und zito habe ich einen Alp. Wow. Spannend. Interessant. Danke vielmals. Ich glaube, es hat sicher noch viele Fragen, aber ich glaube, wir haben kein Ziel mehr. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke auch vielmals. Sehr, sehr spannend. Ich durfte die Kamera zum ersten Mal live sehen. Vielen Dank für den Besuch. Bei uns geht es gerade weiter mit dem Thema Rechts. Die juristischen Aspekte sind sehr, sehr wichtig. Es ist schlussendlich geistiges Eigentum und für Fotografen auch sehr, sehr relevant, was mit den Bildern machen und was nicht. Wie gehört einem das Bild und was fotografieren und nachher bei sich auf die eigenen Kanäle und Plattformen veröffentlichen und was nicht. Das kommt als nächstes bei uns. Jetzt aber zuerst eine kurze Werbephase. Das Schönste nach den Ferien sind die Erinnerungen an die unvergesslichen Momente. Fotobücher von bookfactory.ch Wir stehen für Schweizer Qualität und die beste Fotobücher mit Tradition. bookfactory.ch und die beste Fotobücher Musik Liefert Vorfreude frack.ch Das ist der Swiss Photo Day 2022. Herzlich willkommen zurück. Wer seine Passion, seine Leidenschaft zum Beruf macht und den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, der wird früher oder später irgendwann auch eine Website machen, wo man seine Arbeit zeigen kann, Einblicke in die Dienstleistungen geben und auch ein fotografisches Portfolio demonstrieren kann. Aber auf was muss man da achten aus juristischer Sicht? Welche Fotos darf man produzieren? Wo sollte man vielleicht nochmal nachfragen, bevor man es auf die Website online stellt? Über das reden wir mit unserem nächsten Gast, der ist uns live zugeschaltet. Es ist der Rechtsanwalt und Experte für das Recht im digitalen Raum. Es ist Martin Steiger. Grüeziwohl, Herr Steiger. Ja, hoi Silvina. Kommen Sie doch hier. Ich freue mich, wieder bei euch dabei zu sein. Perfekt, danke vielmals Martin. Du warst ja auch schon letztes Jahr bei uns dabei und hast schon Auskunft gegeben, was man machen darf und was nicht. Wir haben über die Nutzungsrechte geredet und es ist sehr, sehr spannend. Was müssen denn Fotografen machen, wenn sie ihre Website erstellen? Eventuell auch gerade Social-Media-Plattformen noch dazu. Was müssen Sie achten, wenn es dann um die Auswahl der Bilder geht? Was darf man publizieren, was nicht? Genau, das ist wichtig, dass du sagst, heute hat man ja nicht nur die Website, sondern in der Schweiz auch eine Social-Media-Präsenz, die ist häufig sogar wichtiger. Und das ganz grosse Thema in diesem Jahr, auch im nächsten Jahr, ist eigentlich der Datenschutz. In der Schweiz kommen wir noch ins Datenschutzrecht über, das wird an einigen Orten verschärft. Man folgt das auch in der Europäischen Union. Und damit kann man auch gerade sagen, Fotografinnen und Fotografen, die das schon kennen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Deutschland, die sind eigentlich fein raus, die können einfach weiterhin alles gleich machen, aber wer bis jetzt nur in der Schweiz tätig war, muss besser hinschauen. Das sind vor allem zwei Themen, man fotografiert ja häufig Personen, dass man sich also noch besser überlegt, muss ich die einwilligen, falls ja, in welcher Form, was darf ich mit den Bildern machen? Und wenn man dann online geht, auf der Website, aber auch auf der Social-Media-Plattform, dann muss man besser über den Datenschutz informieren. Also das heisst, in Zukunft brauchen wirklich alle eine Datenschutzerklärung. Also man muss eigentlich jede Person, die ich jetzt fotografieren würde, müsste ich wie eine Art Einwilligungserklärung unterschreiben lassen, dass ich das Bild publizieren darf und in welchem Umfang. Und gleichzeitig auch, wenn jemand anders mich fotografiert und ich nicht so eine Erklärung unterschreibe, dann kann ich eigentlich die Person dazu zwingen, dass sie das Foto wieder abnimmt. Das ist eigentlich richtig, was du sagst, so häufig Theorie und Praxis. Im Alltag werden ja ständig fotografiert und wir nicht immer unterschreiben und klagen. Das hat natürlich einen einfachen Grund, dass die Überschweisse, wenn wir fotografiert werden, dann können wir das vielleicht mit rüber, es ist auch wohlwollend, dann haben wir auch keinen Grund zur Klage. Aber wenn es ein bisschen weitergeht, zum Beispiel an einer Veranstaltung, man ist eine Fotografin an einer Veranstaltung, an einem Event, da wird man in Zukunft in der Schweiz noch etwas genauer anschauen, wie man damit umgeht, dass es vielleicht die Leute gibt, die nicht fotografiert werden. Macht man am Eingang ein Schild oder macht man das mit einem Badge oder so, einfach, dass man das ein bisschen besser differenzieren kann. auch, dass die Leute, die das wollen, die Möglichkeit haben, sich zu informieren, dass sie vielleicht besser wissen, was man mit diesen Bildern macht und was nicht. Man muss aber nicht immer unterschreiben. Unterschreiben ist vor allem ein Beweisthema. Im Alltag ist das häufig, gerade in der Schweiz, nicht erforderlich. Wir werden die Zukunft nicht ganz so ernst nehmen, wie jetzt in anderen Ländern. Wir sind ja nicht so klagefreudig. Zum Glück nicht. Also, wenn ich jetzt von meinen Freunden quasi ein Foto machen und das irgendwie hochladen, dann kann man immer noch einfach vielleicht fragen, damit sie auch einverstanden sind mit dem und dann das so machen. Wie sieht das aus bei Fotografen, die eine Website machen? Können sie vielleicht auf TFP-Basis mit Models shooten oder auch mit Freunden oder vielleicht mit Menschen, wo sie auf der Strasse begegnet sind, spannende Porträte? Kann man einfach sagen, hey, ist es okay, wenn ich das auf der Website veröffentliche? Kann man sich auf das verlassen oder sollte man doch besser die schriftliche Einwilligung einholen? Die Frage ist, wie viel Rechtssicherheit man will. Im Normalfall wird das gut funktionieren. Man spricht auf der Strasse an und sagt, hey, cool, können wir mal etwas machen, ein Interview oder hey, ich mache etwas für TikTok oder so, sind ihr dabei? Dann werden die Ja sagen und wenn ihnen das nicht um die Ohren fliegt, dann wird sie das auch nicht stören. Aber wenn man das vielleicht ein bisschen heikel sieht oder wenn man mehr Rechtssicherheit will, dann lässt man sich das am besten kurz bestätigen. Was macht man damit? Heutzutage ist ja auch kein Problem. Man muss nicht immer Papier haben, das jemand mit dem Kugelschreiber unterschreibt. Man kann dann mit dem Smartphone zum Beispiel etwas machen oder Informationen anzeigen. Was ich im Minimum empfehle, dass man wie so eine Kontaktmöglichkeit etabliert, also dass die fotografierten, die gefilmten Personen wissen, von wem bin ich fotografiert gefilmt worden, wo geht das online? Dass die bei dem Fall, dass sie irgendwie unglücklich sind oder dass sie sich melden können. Weil die meisten rechtlichen Probleme entstehen bei schlechter Kommunikation. Man macht also ein super Bild, ein super Video. Das ist vielleicht auch viel beliebt, dass man gedacht hat, gerade vielleicht sogar viral oder wird irgendwo Abdruck publiziert und dann klopft die Person an, die jetzt gesehen ist und sagt, so habe ich das gerade nicht gemeint oder hey, du bist jetzt irgendwie berühmt mit dem, mich kennt niemand. Also dass man dann eine Lösung finden kann. Und das funktioniert in der Schweiz zum Glück nach wie vor sehr gut. Aber eben schon die Frage, für wie heikel halten wir es, wie weit will man gehen, da muss man ein bisschen abwägen. Wirklich aber wichtig, Information, Transparenz in Zukunft mehr denn je. Also kann ich eigentlich jetzt zum Beispiel davon ausgehen, wenn jetzt genau dieser Fall passieren würde. Ich publiziere etwas und dann nachher ist die andere Person absolut nicht einverstanden und ich habe jetzt eben nicht so eine schriftliche Einwilligungserklärung. Was ist das Schlimmste, was mir könnte drohen, wenn es die Person wirklich auf alles geht? Lange es, wenn ich es einfach abnehme und lösche? Oder kann die Person wirklich noch irgendwie mir mehr Schwierigkeiten bereiten mit dem? Löschen reicht leider rechtlich gesehen nicht. Häufig reicht es und die Sache ist erledigt. Aber rechtlich gesehen reicht es eigentlich nicht, wenn der Schaden ja quasi schon angerichtet ist. Also dann kann man sagen, oh nein, ich wollte das ja nicht. Dann kann man sagen, ja jetzt vielleicht Schadenansatz genug tun. Also es geht dann allenfalls um Geld. Man könnte dann auch klagen und so weiter, vielleicht sogar strafrechtlich. Gerade mit dem neuen Datenschutzrecht, das ich erwähnt habe. Darum ist eben die Beweisthematik so wichtig. Und da haben wir heute aber einen Vorteil. Heute macht man ja sehr viele Videos. Die Fotografie basiert ja häufig auch auf Videos. Und wenn man das Ganze so filmt, dann hat man ja automatisch einen Beweis. Man kann ja zum Beispiel schon anfangen zu filmen, wenn man jetzt gerade so spontane Situationen etwas macht. Dass man einfach den Kontext dann auch sieht. Dass man sagt, ja, die Personen haben gewusst, auf was sie sich einlösen. Und dann hat man wieder schon eine viel bessere Karte. Das Problem ist häufig mehr, die ein paar wenigen Personen, die Ärger machen. Die können halt sehr anstrengend sein. Also es kostet Energie, das kostet Zeit, das kostet Geld. Man braucht vielleicht einen Anwalt mit mir, der dann hilft. Das ist mehr das Ding. Und darum ist so ein wenig gutes Gespür für Personen, die man filmt und fotografiert. Und was man dann mit der Aufnahme macht, eben sehr wichtig. Bei dir landen dann natürlich genau die Fälle, wo es dann eher zu Problemen kommt. Und sie dann dich mit konsultieren. Jetzt zurück zu der Website. Dort hat man Impressumspflicht. Was muss dort überall alles drauf kommen? Sprengt noch haben wir in der Schweiz nur eine eingeschränkte Impressumspflicht. Aber in Deutschland und so weiter geht die weiter. Also ein Impressum, das ist der Recht, ist eine gute Idee. In der Schweiz ist es eigentlich wie so ein erweitertes Telefonbuch-Eintrag. Die meisten von uns haben immer so einen Eintrag. Das heisst, man schreibt eigentlich seinen Namen an eine Firma, wenn man ein Unternehmen hat. Irgendeine X-Fotografie AG, Postadresse, Mailadresse, vielleicht eine Telefonnummer. Auch dort geht es wieder darum, dass man sieht, wer eigentlich dahinter steckt und wann kann ich kontaktieren. Für mich als Anwalt ist es übrigens super wichtig. Weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe das Problem mit so einer Website. Dann der erste Schritt ist eigentlich immer der Kontakt. Wir wollen nicht gerade loszuschlagen. Das ist viel zu aufwendig. Sondern sagt man, mit wem können wir darüber reden. In Deutschland braucht es noch ein paar Rage, aber mehr. Dann sagt man, Handelsregister-Eintag muss man erwähnen. Und wer ist da der Geschäftsführer? So Sachen. Aber die meisten haben das recht gut im Griff, eigentlich automatisch, wenn man seriös ist. Und wenn ich jetzt eine Firma habe, selbstständig bin und aber quasi ein Homeoffice habe, bin ich jetzt verpflichtet, meine Heimatadresse quasi auf dieser Website zu publizieren? Ja, eigentlich muss man schon den Sitz des Unternehmens publizieren. Da ist in der Schweiz ja allenfalls ein Handelsregister drin. Oder zumindest im Unternehmensidentifikationsnummerregister, uid.admin.ch, wer das nicht kennt. Aber ich weiss, das ist vielen unwohl. Und dann kann man andere Lösungen finden. Was einfach nicht geht, ist eine Postfachadresse. Aber man kann ein sog. Domizil haben, also an einem anderen Ort. Das kennt man dann auch so mit CO-Adressen. Oder so, wenn man mutig ist, kann man auch eine falsche Adresse nagen. Würde ich aber nicht empfehlen. Aber das ist tatsächlich ein Problem, wenn man zu Hause arbeitet und das nicht gerade auf den ersten Blick zugänglich machen will. Auch das genannte Domizil kostet halt etwas. Was für mich fast die einfachste Lösung ist, man hat vielleicht eine Kollegin, ein Kollege, der das Unternehmen hat und sagt, ah, könntest du nicht, ich komme meine Post kümmern. Das sollte dann gar kein Problem sein, wenn man heute ja nicht mehr so viel Briefpost überkommt an die offizielle Adresse. Danke vielmals Martin, das wären die Fragen von mir. Aber Thomas hat mir jetzt gerade noch Fragen aus der Community gebracht, die natürlich auch das Thema sehr, sehr brennend interessiert. Und die erste Frage ist betreffend Street-Fotografie. Wie sieht es aus, wenn man jetzt einfach nur so passiv Menschen auf dem Foto drauf hat? Ja, eigentlich haben auch alle Menschen das Recht am eigenen Bild. Und das Recht am eigenen Bild sagt ja grundsätzlich, man muss gefragt werden, ob man fotografiert oder gefilmt werden wird. Und da muss gefragt werden, ob dann die Bilder sollen veröffentlicht werden. Da ist man in der Schweiz auch eigentlich sehr streng mit der Rechtsprechung. Vor Jahren schon im Zusammenhang mit Google Street View. Ist eigentlich genau die Situation, einfach die automatisierte Street-Fotografie. Theoretisch müsste man da auch fragen. Man kann also nicht mehr sagen, ja, die sind nur Beiwerke, die sind nur ganz klein drauf. Digitalisierung, oder man kann anzoomen. Heute eine hohe Auflösung und so. Man sieht alles. Auch da ist aber wieder wichtig, Theorie und Praxis. Ich meine, man könne nicht all diese Leute fragen. Wir wollen aber auch nicht auf die wichtige Kunstform der Street-Fotografie verzichten. Dort ist eigentlich meine Empfehlung, solange das wohlwollend ist und die Personen nicht im Vordergrund gerückt werden, wird es im Normalfall keine rechtliche Schwierigkeiten geben. Danke vielmals. Jemand hat auch noch gefragt, wie es aussieht mit Vertragsvorlagen. Gibt es da vielleicht irgendwie Musterverträge? Findet man die Normen, dass man das einfach ausdrücken kann und dann quasi so absichern kann? Im Bereich der Fotografie gibt es ja freulichweise online ganz viele Mustervorlagen. Was natürlich das Wichtigste ist, taugen die ihnen etwas oder taugen sie nicht. Und da ist meine Empfehlung auch als rechtlicher Laie durchlesen und sich überlegen, macht das Sinn? Versteht man es eigentlich selber? Weil das ist eigentlich ein sehr guter Test. Und das andere, was auch immer ich aufpassen muss, ist mit Vorlagen aus dem Ausland. Weil dort sind die Sachen doch ein bisschen anders geregelt. Wobei der Vorteil ist, meistens ist es strenger geregelt. Also mit einer deutschen Vorlage ist man eigentlich auch der Schweiz gut bedient. Man verpflichtet sie sich aber unnötig. Und vielleicht noch das Letzte. Sobald bei einer Vorlage irgendetwas mit Paragraphen etc. auf deutsches Recht verwiesen, sichtbar, das würde ich dann weglassen. Weil gerade wenn du nur in der Schweiz bist und dich aber verpflichtet, deutsches Recht einzuhalten, das darfst du. Aber das kann dann halt um die Ohren fliegen, bringt eigentlich nichts. Bringt nicht viel, wirklich. Gibt es da noch spezielle Rechtsschutzversicherungen für diesen Fall, wenn man jetzt gerade im Bereich Fotografie betroffen wäre? Ja, es gibt Rechtsschutzversicherungen, gerade im Bereich vom geistigen Eigentum. Die sind also heute traditionell noch mehr auf den Bilderklau und so fokussiert. Aber auch die anderen Themen, also die Datenschutzrechte am eigenen Bild, wird zunehmend abgedeckt. Dort ist halt leider das Problem, dass die letztlich Business-Angebote von den Rechtsschutzversicherungen vergleichsweise teuer sind. Dass die ja häufig keine Deckung geben, im Ernstfall. Spontan kann ich darum auch keine empfehlen, eine Rechtsschutzversicherung in der Schweiz, wo ich jetzt sage, ja die ist top, die müssen unbedingt abschliessen. Also da kann man nur sagen, gut hinschauen, eben auch lesen, was ist deckt. Man muss vielleicht den Polissen vielleicht einmal nachfragen, mit konkreten Beispielen, dass man eben auch das rüberkommt, was man braucht. Und dann nicht frustriert ist, dass man die Prämien zahlt, hohe Prämien, und dann nichts ausschaut leider. Also am besten so sich aufgeleisen, dass es gar nicht zu so einem Fall kommt und zu einem Rechtsstreit kommt und man eine Rechtsschutzversicherung braucht. Vielen lieben Dank, Martin Steiger, für die professionelle Einschätzung und auch die Informationen für uns. Das war für unsere Community sicherlich sehr, sehr wertvoll. Und ich hoffe, wir sehen das wieder am nächsten Swiss Photo Day. Merci vielmals. Ja, ich würde mich freuen Silvina, macht es gut. Weiterhin einen ganz schönen Nachmittag. Ciao, ciao, merci. Danke, tschüss, merci vielmals. Ja, liebe Community, bei uns geht es auch gerade weiter mit dem nächsten Slot. Und zwar werden wir hier vom digitalen Recht, welches wir uns jetzt ein bisschen bewegt haben, gehen wir hin zum gedruckten. Und zwar ist Corinne Hefti bei uns von der Bubu AG. Und wir reden über die Produktion von grossen Bildbändern und Buchprojekten. Es geht gerade weiter. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist dann eher im Offset-Druck. Das sind dann Auflagen, ich würde schätzen, so ab 1'000 Exemplare. Die sehen die in der Machart dann häufig ein bisschen standardisiert aus. Das einfach darum, weil aufwendige Handarbeiten, wenn du 5'000 Exemplare zum Umsetzen hast, natürlich sehr kostspielig dann wird. Okay, also es macht wirklich Sinn. Eher so quasi für die individuellen Sachen. Die sind dann so ein bisschen mehr quasi handgemacht. Wer kommt vor allem zu uns? Sind das vor allem Fotografen? Sind das vielleicht auch einfach Leute, die Fotos schon haben, die vielleicht ihre Hochzeitsbilder in ein schönes, grosses Buch verwandeln möchten? Ja, also es ist einerseits der Privatkund, der bei Bookfactory dann klassischerweise ein Fotobuch umsetzt in einer Menge von 1'000 Exemplaren. Oder an Weihnachten vielleicht dann plötzlich drei Kalender bestellt, noch für Grosseltern und für Gotti-Götti. Das ist der Bereich Bookfactory. Der Bereich, wo dann die Fotografen zu uns kommen, sind dann im kleineren Auflagebereich, ich sage jetzt eine 50 Stück bis 500. wo du dann eben eher auf den massgeschneiderten Scheinen bist. Oder natürlich Leute mit einem grafischen Hintergrund, auch Architekten, Leute, die halt auch die professionellen Programme wie InDesign etc. beherrschen. Und dann eher mit einem PDF zu uns kommen, wo wir dann draussen das Buch eigentlich machen. Also ganz viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Und da steckt doch viel Arbeit in so einem Buchprojekt drin. Und du hast uns ein Video mitgebracht, wo das ein bisschen zeigt, wie das so aussieht, wie das so abläuft. Und in dieses Video schauen wir euch jetzt kurz rein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn es passieren würde, sind wir sehr offen. Bei Alpen, wenn man zu viel blättert, fallen sie auseinander. Kann man sie zu einem Touch-up, zu einem Make-Ovel wieder reichen? Ja, Restaurationen machen wir tatsächlich auch. In der Regel sollten die Bücher in dieser Qualitätsliga nicht auseinanderfallen, auch nach x-maligem Auf- und Zutun. Gerade auch, wenn Kinder dran sind, wie bei einem Kinderbuch. Das muss man halten. Thomas, hast du Fragen für uns? Hoi! Bitte, nimm Platz! So, also. Liebe Corinne, die erste berührende Frage, die uns in Community schon mal interessiert. Wenn man nächste Woche ein Buch bei euch bestellen würde, reicht das noch für Weihnachten? Ja, das reicht noch. Die wichtige Frage ist, bis wann kann man noch bestellen, dass es für Weihnachten reicht? Wir arbeiten im Schichtbetrieb vor Weihnachten. Das ist für uns Hauptsaison. Okay. Und man sieht auf unserer Webseite, wenn es die Annahmeschlüsse sind von den Büchern und Broschuren. Einfach gesagt, wenn du nur ein einfaches Produkt hast, wo ein wenig weniger Arbeit dahinter ist, dann redet man vielleicht von zwei Arbeitstagen. Wenn es ein Buch ist, das aufwendiger ist, dann sind es ca. sechs Arbeitstage. Und vor Weihnachten haben wir, dank dem Schichtschaffen, sogar noch etwas kürzere Lieferfristen offeriert. Interessant. Also an Weihnachten kann niemand Serien nehmen bei euch vor Weihnachten. Vor Weihnachten nicht. Zwischendrin und nach Weihnachten schon. Nach Weihnachten schon. Nach Weihnachten. Voll Stresstempel. Eine brennende Frage, die auch noch auftaucht ist, wie kann man, ja verschiedene Qualitätsstufen, von Papier, Ticken. Wie kann das jemand herausfinden, der vor dem Computer ist? Weil es das am besten passt. Ist das einfach ein Telefon, das er machen soll? Oder wie findet ihr das? Oder wie kann er das herausfinden? Ich finde das eine gute Frage, weil er oder sie, der über uns Bücher bestellt, sind meistens Menschen, denen die Haptik eben wichtig ist. Und zu diesem Zweck haben wir so Musterboxen, wie jetzt beispielsweise die, oder auch so Musterfächer, wo eigentlich alle Materialien, die wir verwendet im Online-Geschäft, auch haptisch, dass man die bestellen und haptisch in die Hand nehmen kann. Okay. Und das ist mit einem Kostenverbund, also wir reden hier von 25 Franken, so einem Musterfächer. Aber ich persönlich finde, es lohnt sich mega, weil man online etwas bestellen und man möchte doch irgendwie wissen, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus. Und ich finde das eine sehr gute Investition für Leute, die häufiger jetzt beispielsweise PDF-to-book bestellen. Okay. Interessant. Letzte Frage. Letzte Frage. Äh... Sorry, ich habe keine Uhr ab. Bezüglich an die Regime, nein. Also. Bei Grossbestellungen, wenn gibt es Mengerabatte, ab wie viele Stücken muss man da bestellen? Ich glaube, das ist noch so eine, die reinkam ist. Ja, also ab 10 Exemplare gibt es bereits Mengerabatte. Und es ist klar, wenn man dann 5'000 Bücher bestellt, eine grössere Menge, dann sind das andere Stück Preise natürlich, aber ab 10, um diese Frage zu beantworten. Wunderbar. Ich glaube, am Weihnachtsgeschenk statt 9em Tag. Ja, es ist auch immer eine Erinnerung und schöne Momente und Fotos. Gori, danke vielmals, bist du da gewesen. Du hast uns alle schönen Bücher mitgebracht. Und Thomas, danke, hast du wieder einmal die Fragen aus der Community so gut gesammelt und gefiltert. Bei uns geht es jetzt dann gerade weiter. Und das nächste Thema ist auch sehr spannend. Es betrifft eigentlich alle Fotografen und nicht Fotografen, also fast alle. Es gibt die Leute, die nicht auf Social Media aktiv sind und die interessiert es vielleicht nicht so. Es geht um Content Creation und zwar einfach und unkompliziert auf dem Handy. Also eigentlich betrifft uns doch alle. Zuerst machen wir einen kleinen Werbelbreak. auf www.prock.ch Make Your Flow EOS R System iramau www.prock-dial desemmaß Lieferet vor Freude www.frack.ch Das ist der Swiss Photo Day 2022. Schön sind ihr dabei und jetzt haben wir ein Thema, das wirklich spannend ist für alle, weil man für das Thema nicht unbedingt immer die grosse Kamera mit dabei hat, sondern man kann coole Sachen machen, ganz einfach mit dem Handy und vielleicht mit ein paar Accessoires. Und mehr darüber erzählen wird uns unser nächste Gast, das ist Tunja Koch. Sie ist Content-Kreatorin, sie ist Joby-Ambassadorin und Spezialistin für Mobile-Content. Schön bist du da, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, merci vielmals. Du kommst aus dem journalistischen Bereich, du bist als Videojournalistin tätig gewesen und du bist dann quasi zur Content-Kreatorin geworden, du hast dich selbstständig gemacht, vor zwei Jahren und sind dort selbstständig. Wie ist es dazu gekommen? Ich fand einfach, die Geschichten, die wir im Journalismus gemacht haben, sind mega cool gewesen, aber man konnte nicht richtig dahinter gehen, aus zeitlichen Gründen auch. Und darum habe ich gefunden, ich mache mich selbstständig und gebe wie diesen Unternehmen, diesen Personen wie eine andere Plattform, eine andere Angehensweise, wo vielleicht eben die Ästhetik noch ein bisschen mehr Rolle spielt als der Inhalt. Und darum habe ich gefunden, Selbstständigkeit, um eben die Leute zu unterstützen. Und es ist ja schön, weil man hat eigentlich bei Social Media nicht mehr so lange gesagt, ja, das ist einfach so ein bisschen Wegwerf-Content oder es ist low quality oder dann auch einfach, es ist einfach Werbung und es ist einfach plump. Und so hast du eigentlich konnte deinen journalistischen Background dort hineinbringen, zum wirklich spannenden Content machen, was die Leute dann auch möchten sehen. Wenn du jetzt, wenn du unterwegs bist, also du kennst natürlich beides als Videojournalistin, Ehemalige, wann nimmst du die Kamera und wann nimmst du das Handy heute zum Filmen und Content machen? Es kommt immer ein bisschen darauf an. Natürlich, wenn ich mit einem Kunden zusammen arbeite, wo ich wie ein Event habe und Zeug und Sachen, dann nehme ich die Kamera auf jeden Fall. Dann gehe ich nicht mit dem Handy gut zu filmen, weil dort ist die Qualität des Bildes mega wichtig, weil es vielleicht auch auf einem grösseren Screen angeschaut wird als nur auf dem Handy, oder? Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel selber irgendwie in der Ferien bin oder so und sage, hey, ich will jetzt da für meinen Personal Brand irgendwie etwas aufnehmen, dann zücke ich mein Handy und mache eben, ja, bei diesem kleinen Stativ mit dem Handy-Pod noch kurz eine Aufnahme, stelle es auf, mache es gerade, dann braucht es die Kamera nicht. Also durch ganz Paris durchlaufen mit der irgendeine Kilo-Kamera nebendran, dann zücke ich das Handy. Das macht nicht so Spass, wenn es der Weekend-Trip ist oder die Ferien ist privat und dann hat man eine riesen Kamera dabei, dann tut es das auch. Also ist das so dein basic Setup, das du hast? Ja, voll. Also das kleine Stativ ist bei mir eigentlich immer in der Handtasche oder irgendwie im Rucksack, wo ich einfach zücken kann, aufstellen, eben auf den Tisch stellen, auf ein Regal, also eben, die Welt ist ein Stativ, das kennst du sicher auch, wenn man hier unterwegs ist. Oh, ich kenne das sehr gut, auch die Roller und Autos von anderen Leuten sind ein Stativ. Genau, ja. Und den Griff habe ich auch und ich habe den Gorilla-Pod. Ah, cool. Ja, dann bist du noch ein bisschen flexibler. Dann kannst du noch einen Asch hängen, ja. Ja, voll. Okay, ja, ich bin bei dir, okay. Also das ist so ein bisschen... Und dort kann man natürlich auch noch drehen, oder? Ja, voll. Also kannst du hinten drehen, damit es quer wird. Und du kannst auch die Neigung, also du kannst es wie... Ja. Ja. Wirklich, dass du auch sagst, okay, statt dich irgendwie verdammt runter bücken oder so, kannst du ihn einfach bügen. Ja. Das ist mega praktisch, ja. Gimbals und so nutzt du auch, oder? Ja, voll, vor allem für Event-Sachen, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, dann brauche ich Gimbal. Genau, ja, Licht auch. Aber so fürs Handy reicht das mega. Also ich habe zwar auch einen Stabilizer, wo ich auch das Handy dran tun kann, den brauche ich auch gerne. Vor allem, wenn ich zum Beispiel am Wandern bin, weisst du, wenn es am Laufen ist, dann brauchst du ein bisschen mehr Stabilität. Aber wenn ich weiss, ich bin irgendwo in der Stadt oder so, und es muss einfach und schnell gehen, dann reicht das kleine Stativ. Und Licht, hast du auch noch etwas dabei? Licht auf jeden Fall nicht immer dabei, nein. Ich arbeite mega gerne mit natürlichem Licht. Ich bin mega für authentischen Content. Ich finde, eben gerade in der Social-Media-Welt, in der wir so viel Künstliches haben und so viel vorbereitet, finde ich, darf es auch einfach aus dem Ärmel heraus sein. Aber dann machst du nicht Content in der Nacht? Hm, gut, es gibt ja jetzt auch schon die Blitzfunktion, die dich ja dann anleuchtet. Ja, ja, und beim tiefen Licht werden die Handys auch immer besser. Ich glaube, das war eine von den Features, die neuen Handys. Und die Gelsstrasse-Lampe gibt es überall. Das ist so, ja, oder eine Kerze oder irgendetwas sonst. Oder wenn jemand anderes mit dem Handy den Blitz anmacht, ist doch auch noch so ein Kleiner. Du weißt, was ich rede, Susi. Ja, bin der, bin der. Danke. Wie deine Arme aussieht, so ein fertiges Reel, das du machst mit deinen Jobi-Produkten, das werden wir jetzt natürlich kurz anschauen. Ich bin ganz gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr cool, also man hat nur eine leichte Tasche dabei und man kann trotzdem super cool Content machen. Ja, jetzt sind sicher natürlich auch die Community hier Fragen, kann ich das auch zu Hause machen? Genau, das geht schon fast in die Richtung. Das dürfen wir sagen, das kann man alles zu Hause machen. Ja, vielleicht gerade die erste Frage, wie viele Stunden, ist das alles so Freestyle oder machst du dir auch Gedanken, also Vorbereitungen, wie sieht das bei dir aus? Ich mache mir schon ein bisschen Gedanken, gerade wenn es um Transitions geht oder die Übergänge, eben wie wenn ich jetzt mit dem Daumen über die Kamera gehe oder ein Slide mache durch einen Baum durch und dann eigentlich noch anders rauskomme. Also die Übergangssache, die überlege ich mir schon im Vorhinein, aber ganz ehrlich, vor Ort ist es immer ganz anders. Und das muss spontan sein, also das muss man aus seinem kreativen Köfferchen wieder auspacken und dann herausfinden, wo ist jetzt der beste Brickwinkel und so. Aber es ist schon sehr viel Zeit. Und wo trifft man dich auf, auf welchen Social Media Plattformen? Ist das irgendwie, sagst du nur Instagram oder ist das komplett TikTok, Instagram, Twitter und 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 und? Ich muss ganz ehrlich sein, mit TikTok bin ich noch nicht so weit. Ich bin vor allem auf Insta aktiv, auch ein bisschen auf LinkedIn. Aber Insta ist schon so ein bisschen mein Main-Kanal, wo ich auch damit aufgewachsen bin. Und wie auch jetzt mega fühlen, dass es richtig Video gegangen ist. Das ist es so lange gegangen, bis es irgendwie zu diesem Bewegtbild gekommen ist und jetzt kann ich aus diesen Erfahrungen schöpfen. Ja genau, mit diesen richtigen Filtern, so mit Rahmen und so. So ein quadratisches Bild können aufzuhalten. Ja, unfassbar. Ja voll. Noch eine kurze Frage? Ja, Frage nicht, aber Anushka Seemann hat sich den ganzen Tag auf deine Präsentation gefreut. Er denkt, ich tue das so mit dir. Das ist wunderschön. Für die Anushka. Genau. Props. Danke viel, viel Mal. Merci viel Mal, Dunja, du warst heute da und danke, dass du uns das ein bisschen nähergebracht hast. Hoffentlich auch uns nicht zuschauen, dass man wirklich mal so findet, hey, es muss nicht immer. Gerade auch in den Ferien, auch wenn man Fotograf ist, Fotografin, vielleicht möchte man einfach mal das Equipment zu Hause oder auch im Hotelzimmer. Und trotzdem hat man noch die beste Kamera, als die, die man dabei hat, kann man mit dem Handy etwas Tolles machen. Ja und Making of from Real, das kann man natürlich auch im virtuellen Messestand sehen. Alle Produkte, die du benutzt, auch, die sind natürlich auch da im offiziellen Partnershop vom Swissphotoday auf Prag.ch kann man anschauen. Eventuell gibt es noch ein gutes Angebot dort. Wir sind bald wieder zurück, danach werden wir auch noch etwas Musik hören dürfen. Zuerst gibt es aber einen kurzen Wetterbreak. Musik Wunderbar, jetzt ist die Zeit am Swiss Photo Day, wo wir ein wenig Musik hören wollen, und zwar vom Künstler Montpellier. Du musst mir den Namen von diesem Song sagen. Sigue fingiendo. Wunderschön. Bevor wir das Lied hören, möchten wir dich ein wenig kennenlernen. Du hast ja das Lied in diesem Studio aufgenommen. Wie ist das passiert? Ja, natürlich. Ich habe dieses Video in diesem Studio gefunden, weil ich es auf Internet gefunden habe. Ich fand das Studio perfekt und sehr adäquat für die Stil, die ich versuchte, wie diese Stil fängt. Wunderschön. Er sagt, er hat das Studio im Internet gefunden und findet das sehr professionell und perfekt für den Stil, den er umsetzen wollte. Und darum hat er das ausgesucht für seinen Song. Und you are happy with the result? Feliz, happy. Ich bin contento. Du bist ursprünglich aus Kuba, lebst jetzt aber in der Schweiz. Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben? Ja. Ich bin Cubano. Ich versuche immer meine Grunde an die Musik Latina und Caribe. Das ist das, was die Menschen in der Schweiz immer suchen. Wir sind Cubano. Wir sind sehr gespannt, um das zu hören. Er kommt ursprünglich aus Kuba und natürlich ist seine Musik darum durch lateinamerische, mechanische Vibes und seine Wurzeln geprägt. Und er hat auch den karibischen Rhythmus in jedem Lied mit drin. Das werden wir auf keinen Fall verpassen. Wir werden ihn mit seinem neuen Song hören. Nach einer kurzen Werbepause darf man das erleben. Das Schönste nach den Ferien sind die Erinnerungen an die unvergesslichen Momente. Fotobücher von bookfactory.ch Wir stehen für Schweizer Qualität und beste Fotobücher mit Tradition. auf www.bookfactory.ch 3 2 4 4 5 5 6 6 8 7 5 8 10 10 10 11 11 Liefert Fuhrfreude, frack.ch Der Swiss Photo Day 2022 bringt euch das musikalische Highlight. Wir hören Montilier mit seinem neuen Song live. Enjoy! Thank you. Oh, 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 oh. Sigues pensando Y todavía no ha pasado ni un mes. Yeah. Vives extrañándome Y en mis historias eres la primera que ves. Yeah Dicen que te vieron ya con otro novio. Eh. Que tus amigas están llenas de odio. Porque no paras de hablar de mí Que estás arrepentida, eso era obvio Yo te recomiendo pa' este episodio Antes que termines en un manicomio Como un boomerang tiraste mi orgullo Pero regresó tu estrés y ya yo no soy tuyo Uh, 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 uh Ahora sigue, sigue, sigue fingiendo Uh, 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 uh Porque fingirte queda bien Y a mí me queda bien seguir soltero Sigues pensándome Pero se acabó tu tiempo Ahora yo estoy en mi mejor momento Tú me obligaste a perderte Pero ahora cambio mi suerte Solo me va mejor Solo me va mejor Tú me cambiaste la mente Ahora soy mucho más fuerte Ya no siento dolor Uh, uh, uh Ahora sigue, sigue, sigue fingiendo Uh, 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 uh Porque fingirte queda bien Y a mí me queda bien seguir soltero Uh, 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 uh Ahora sigue, sigue, sigue fingiendo Uh, 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 uh Porque fingirte queda bien Y a mí me queda bien seguir soltero Y sigues Pensándome Y todavía no ha pasado ni un mes Yeah Vives Extrañándome Y en mis historias Eres la primera que ves Yeah Dicen que te vieron ya con otro novio Que tus amigas están llenas de odio ¿Por qué no paras de hablar de mí? Que estás arrepentida Eso era obvio Yo te recomiendo Pa' hacer este episodio Hasta que termines en un manicomio Como un boomerang Tiraste mi orgullo Pero regresó tu estrés Y ya yo no soy tuyo Uh, uh, uh Ahora sigue, sigue, sigue fingiendo Oh, uh, uh, uh Porque fingirte queda bien Y a mí me queda bien Seguir soltero Uh, uh, uh I'm talking to you, baby Yeah Montellier Uh, uh, uh Uh, uh, uh Porque fingirte queda bien Y a mí me queda bien Seguir soltero Danke vielmal Wow What a nice performance Thank you so much Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Ich hoffe, ihr habt es auch genossen Wie wir hier im Studio Das war der Montellier Mit seinem neuen Song Und mit diesen positiven Vibes Verabschieden wir uns jetzt Nein, noch nicht ganz Es gibt einen kleinen Networking Break Ihr könnt wieder einen Kaffee holen Euch ein bisschen austauschen Ein bisschen bei brach.ch Und dann sind wir nachher wieder zurück Und wir haben noch die letzten Highlights von heute Wir gehen in den Schlussspurt Wir haben den Fujifilm Also Moodcase heissen Und noch viel mehr Bis gerade Und dann sind wir nachher wieder eine thấy Tschüss Und dann sind wir nachher wieder Und dann sind wir nachher wieder Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist es dann auch mit der GFX geworden? Ich glaube, es wurden auch noch ein paar Bilder mitgeschickt, wie wir das digitalisiert haben. Ja, da haben wir es. Hier ist Nathanael Gauci in Narao, der das super macht. Der digitalisiert mit der GFX 100S, weil wir durch den Pixel-Shift der GFX mehr Auflösung anbringen können. Statt 100, 400 Megapixel. Oder statt 50, 200 Megapixel. Und auch akkuratere Farben. Jetzt sind wir wieder beim Spielfarben. Man sieht im Prinzip den ganzen Durchlauf. Man kann seine Kamera zum Verrossen fotografieren. Man kann es analog frönen und GFX gleichzeitig auch noch als Scanner verwenden. Und man muss auch erwähnen, dass es natürlich sehr aussergewöhnlich ist, dass man am Nachmittag schon das analoge Bild hat, das man am Morgen gemacht hat. Normalerweise geht das etwas länger. Man schiesst dann noch zuerst den Film fertig. Dann bringt man es im Kameraladen vorbei. Vielleicht kann man es auch nochmals einschicken. Und dann wird es einem teilweise schon per E-Mail zugeschickt, wie es digitalisiert wird. Aber das geht eine Weile. Und man braucht etwas Geduld. Man muss etwas länger auf das Bild warten, bis der Film entwickelt wurde. Und da haben wir es natürlich sehr, sehr schnell bekommen. Dass das überhaupt möglich ist, das ist doch eine Meisterleistung der Kollegen. Ja, also wie gesagt, der Kollege war jetzt abgeholt, hat es gebracht. Natürlich haben wir das vorab natürlich abgesichert, dass das dann auch funktioniert. Aber du hast etwas Gutes angesprochen. Wenn die Leute mit unseren GFX, mit den Mittelformatkameras arbeiten, sagen sie immer, sie arbeiten entschleunigter. Du hast Thomas Piasotto erwähnt, der auch mit einem Mittelformat arbeitet, mit mehreren sogar. Und er sagt auch, Mittelformat entschleunigt. Man macht einfach andere Bilder, obwohl es digital ist. Und so ist es auch mit den GFX-Reihen im Vergleich jetzt vielleicht mit der X-Series, die wir ja als modernes Kleinbild haben. Ich habe mega tolle News. Es gibt ja dann auch so eine wunderschöne GFX zu gewinnen bei uns im Wettbewerb. Aber zuerst möchte ich den Thomas zu uns einladen, damit er uns die Fragen der Community bringen kann. Hallo! Genau. Es gab mehrere Fragen zu den Fuji-Kameras. Die Anna von Fuji-Film hat auch schon mitgekauft. Sie hat auch einen Link dort. Und zwar ist die Frage aufgetaucht, wo man solche Kameras am besten testen kann. Wenn man jetzt noch noch testen möchte und vielleicht noch auf Weihnachten etwas machen kann. Ja, genau. Wie gesagt, entweder kann man das bei den Händlern, wo wir natürlich die Kameras verkaufen. Und die verkaufen es dann weiter. Seit neuestem haben wir auch ein Pavillon bei uns in Dielsdorf, wo man natürlich gegen eine Voranmeldung bei uns sich melden kann und sagen, ich würde gerne vorbeichauen. Das bieten wir dort an, weil wir alles ausgestellt haben. Es ist aber kein Renten-Service und es ist auch kein Laden in diesem Sinne. Aber man kann es einmal anschauen. Aber ist es schon noch wichtig, dass man so einmal testen kann oder spüren? Ja, richtig. Wir sind ja sehr nahbar. Ich glaube, das merken wir aus der Community, wenn sie sagen, ja, die sind da recht nahbar. Das ist etwas, das wir möchten, dass die Leute uns auch spüren. Dass wir nicht einfach nur Fujifilm sind und die Kameras rumschieben und dann in den Markt rein drückt. Keine Masse abfertigung. Ja, das bedingt natürlich von uns sehr viel Einsatz, aber den machen wir gerne. Cool. Wie sieht es von diesen Raunausentwicklungen aus? Kann man das selber auch etwas? Ist das etwas, was man selber auch zu Hause machen? Oder eher weniger? Ja, das kann man auch alleine zu Hause machen. Schwarz-Weiss ist vielleicht das Einfachste, was es da gibt. Da muss man auf die Temperatur schauen. Farbe kommt es darauf an, macht man negativ oder diapositiv. Die kann man dann auch noch unterscheiden. Aber es ist alles machbar. Also mit einer Dunkelkamera? Ja, eine Dunkelkamera wäre dann mehr zur Vergrösserung, aber das mit dem Entwickeln selber kann man schon am Licht machen. Natürlich ist der Film dann in so einem Druck drin, der das dann entwickelt. Okay, dann kann man mit den Loupen schauen und dann kann man das ausmachen. Und zum Digitalisieren, wie gesagt, das ist ja der Schritt, den man macht, kann man sehr gut mit der GFX im Mittelformat, da bekommt man sehr viel Dateninformationen über aus dem Film oder aber auch mit der X-H2, die das auch kann. Die kann jetzt auch Pixel shift und kommt hoch bis zu 160 Millionen Pixel. Wow. Spannend. Man kann mit dieser Kamera eigentlich dann direkt den Film digitalisieren. Ja, richtig. Also man hat eigentlich eine Kamera zum Fotografieren und wenn man noch analog freut, kann man es dann auch digitalisieren. Das ist ja perfekt. Zwei in eins. Dann muss man es eigentlich gar nicht mehr im Lade bringen. Eigentlich nicht, nein. Zum digitalisieren, zum entwickeln, wenn es jemand nicht selber machen will. Fantastisch. Okay. Interessant. Ich glaube, die letzte Frage, die ich noch ansetzen kann, hier von der Community, ist die Frage, ob ihr auch irgendwie so Partnerschaften habt für so Entwicklungszentren oder macht ihr das selber? Wie sieht das aus? Genau. Nehmen wir noch Filme an. So ist die Situation noch, dass wir Filme entwickeln, nicht bei uns in Dielsdorf. Wir machen das noch jemand anders. Aber es gibt da viele Händler, die wir zusammen kooperieren in Bern, in Zödi und so, die das machen. Okay. Und das ist auch auffindbar über eure Webseite? Ja, Filmentwicklung nicht, aber grössere Händler in diesen Städten können das gut anbieten. Es ist, glaube ich, gerade noch eine Frage reinkommen, gehöre ich aus der Regie? Kann jemand Ort empfehlen? Ja. Hat APS-C Kameras Zukunft? Ja. Bei uns auf jeden Fall, ja. Also, wir haben eine grosse Community im APS-C. Wir haben auch sehr viele Profifotografen, die sagen, genau für solche Sachen, wenn sie inkognit und so unterwegs sind. Darum hat es früher ein Kleinbild gegeben, weil niemand wollte grosse, schwere Kameras dabei haben. Ich nenne jetzt Steve McCurry und wie sie alle geheißen haben, die haben alle Kleinbild fotografiert. Dort ist es darauf angegangen, dass die Kamera wirklich klein, kompakt ist und das bieten wir mit dem APS-C an. Ich kann für uns sagen, unser APS-C wird immer Bestand haben. Weil wir nehmen das nicht einfach als Beigemüse mit, sondern das ist für uns ein alleinstehendes System, nebst unserem Mittelformat. Und darum haben wir dort wirklich kein Vollformat, weil für uns macht das keinen Sinn. Also, dass der Steve McCurry die benutzt hat, das hat mich überzeugt. Ich meine, die Bilder sind jetzt wirklich gut, die kann man auch ausstellen. Und er hat das mit Kleinbildkameras gemacht und die heutigen APS-C Kameras von uns, die kommen auf das Level, und sogar darüber, als was man im Analogen erreicht hat mit dem Kleinbild. Sehr, sehr spannend, danke vielmals. Ich glaube, nächstes Jahr wäre es cool, wenn wir in so einem kleinen Workshop machen könnten, wie wir das Bild entwickeln, so gerade live. Ich meine, es wäre sogar dunkel dahinten, das hast du gesagt, wir brauchen wir noch einmal. Aber wir können dir so einen Corner einrichten. Ja, es braucht nur Maschinen und so, die das dann macht. Aber das ist alles machbar. Alles machbar, oder? Wir haben ja schon da den Lift gehabt und alles. Also, um auf diese Frage zurückzukommen. Ja, ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause, da habe ich so ein kleines Labor eingerichtet, also ich entwickle das Zeug alles selbe. Eben, ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass es genau so ist. Hampi, danke vielmals, du bist heute da zu euch. Danke euch. Und danke für das spannende Experiment, dass wir das auch so sehen konnten. Und eben, es ist mega lässig für unsere Community, dass ihr wirklich auch so eine tolle Kammer von Fujifilm können können. Später im Web-Web, ganz am Schluss werden wir das machen. Das ist das Highlight für uns. Auf die freuen wir uns schon ganz fest, wenn wir Menschen beschenken können. Das ist besonders schön. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause, dann sind wir gerade wieder da. Wir führen heute nur noch nicht zu einem. Wir führen heute eine kleine Werbung. Das ist besonders schön. Wir hören heute noch nicht zu einem. Wir werden heute noch nicht zu einem. Wir schauen jetzt hier mal mal nach. Wir sind hier eine kleine Werbung.- Wir sind schon wieder zurück und zurück. Und unser nächster Gast ist auch schon bei mir auf dem Sofa. Wir kennen ihn auch schon von letztem Jahr. Unser Farbexperte Oliver May. Er ist schon da gewesen und hat uns die neuesten Modelle von ISO vorgestellt. Und wir gehen heute auf ein bisschen die verändernden Bedürfnisse von Fotografen und Videografen ein. Oliver, sehr schön bist du da. Was präsentierst du uns heute? Heute habe ich die neue Generation von Color Edge Monitor, die ich heute präsentiere. Sprich, der CG270X und der CG270S. Und was ist da anders als der neuen Generation? Ja, es ist ja so, dass eigentlich die grafische Industrie der letzten 10 Jahre sich stark verändert hat. Ich will zeigen, welche Bereiche wir heute mit diesen Monitoren abdecken. Dann möchte ich zeigen, was wir in diesen Monitoren für Special Features haben, damit das perfekte Bild noch perfekter ist. Und möchte auch zeigen, was wir unseren Kunden bieten können, nachdem sie ihren Monitor gekauft haben. Wir sind nicht im Stichland, wir möchten ihnen helfen, diese Monitore optimal zu brauchen. Und am Schluss möchte ich dann noch eine kurze Demo machen, um zu zeigen, wie ich das Bild mit dem Druck am Monitor abgleichen würde. Super spannend, ich freue mich schon sehr. Und bevor du in deiner Präsentation noch ein bisschen mehr darüber erzählen wirst, schauen wir doch eurem Ambassador, Christian Amman, bei seiner Arbeit kurz über die Schulter. Super. So, we just finished the first shot with Marta, our amazing ballet dancer, and the creative team. Since using a CG319X, I have radically changed my workflow. Basically, that gives me the chance to look at my images in a really high quality on the right profiles. I've also been shooting video for this project, so I will be able to look at the films here on the same screen, obviously, with the correct profiles, and I will be able to check on the final output parameters. This is one of my favorite team members, the ISOCG319X. Creativity, reliability, and consistency are really important to me with my team, and the same goes for my monitor. Das ist eine interessante Aussage, die Christian Amman da gemacht hat. Er hat auch gesagt, dass er neben dem Fotografieren auch noch ein Video machen muss. Das heisst, die Anforderungen für Fotografen haben sich eigentlich geändert. Und das Gleiche gilt für unsere ColorEdge-Monitore der neuen Generation. Die Anwendungen sind heute flexibler geworden. Wir müssen andere Bereiche abdecken. Und ja, und haben ein bisschen mehr Features. Konkret sind das zwei Monitoren. Der CG2700S für Supreme und der CG2700X für Extreme. Der Hauptunterschied liegt eigentlich in der Auflösung. Der eine ist der S ist 2K, der X ist 4K. Und ja, ich möchte eigentlich nicht über ein bisschen Beiz reden, sondern ich möchte euch zeigen, in welchen Bereichen wir heute diese Einsätze tun. So, ich habe jetzt hier vier verschiedene Bereiche. Das sind eigentlich die Hauptbereiche, die wir heute abdecken tun mit unseren Monitoren. Und für jeden von diesen Bereichen müssen wir eine individuelle Kalibrierung machen. Es fängt eigentlich an mit der klassischen Fotografie. Das ist eigentlich auch unser Hauptbereich immer noch. Das ist ja da, warum wir da sind. Fotografieren. Und dort ist es so, dass wir möchten eins zu eins können darstellen, einen Monitor für die Aufnahmen, die ich mache, dass man die Einsätze aus dem Monitor anschauen kann. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Auch Bildbearbeitung werden wir in diesem Bereich machen. Also das ist sicher ein Bereich, der weiterhin sehr wichtig ist. Dann der Druck ist ganz wichtig. Dort geht es darum, dass ich am Monitor, bevor ich etwas ausdrücke und anschauen kann, wie etwas aussieht. Das ist sogenannte Softproof. Das findet in Photoshop oder im Lightroom statt. Und dann geht es wirklich darum, Zeit zu sparen und eben vorab zu schauen, egal ob es der Offset-Druck ist oder ob es der Digital-Druck ist oder der Final-Printing. Es ist wichtig, dass ich vorher sehen kann, was ich überhaupt ausgib. Das durch Zeit sparen und Nerven natürlich und Tinten und Geld. Das heisst, das ist etwas, was sicher sehr wichtig ist, auch noch heute. Dazu zeige ich euch später noch eine Demo, wie ich den Monitor mit dem Druck optimal ableiche. Dann ein immer wichtigerer Bereich ist Video. Da müssen wir auch spezielle Kalibrierungen machen. Da gibt es einen Haufen Bereiche, wo wir die Abdecke tun. Ich sehe ein Timelapse-Video ist zum Beispiel etwas, das sicher auch Fotografen machen müssen. Dann haben wir den HDR-Bereich. Da ist es vielleicht noch wichtig, um zu wissen, unsere Monitoren, die haben ja Presets drin, für all diese Bereiche übrigens. Und HDR ist einer von denen. Und da geht es auch um hohe Helligkeiten. Und das ist etwas, was auch unsere Monitoren eine neue Generation auszeigt. Sie haben hohe Helligkeiten und hohe Kontraste, damit auch das wunderbar angezeigt wird am Monitor. Dann natürlich Bereiche wie Fernsehen, Kino und auch Internet, was auch wichtig ist, Videos für Internet. Ja, und das sind eben neue Sachen, die wir immer mehr zu Hause sind, immer mehr Leute brauchen bei unseren Monitoren. Ja, und das ist sicher etwas, das sehr wichtig ist. Ich sage nur eines, very good for Hollywood. Dann der letzte Bereich ist die Kalibrierung für Webdesign. Auch Christian Ammann und Thomas Piasotto, eben nebst Videos, nebst Fotografieren, müssen sie natürlich ihre Bilder aufs Web aufladen. Und sie wollen, bevor sie das machen, schauen, wie sieht das aus an einem Office-Monitor. Und für das, also das heisst die Leute, die zu Hause das anschauen, wie sieht das dort aus. Und für das tun sie ihren Monitor speziell kalibrieren, also den CG speziell kalibrieren, damit man sieht, wie andere Leute das überhaupt zu Hause anschauen. Also das sind alles wichtige Sachen und wichtige Bereiche. Es gibt noch ein, zwei andere Nischen, die wir mit unseren Monitoren abdecken, aber das sind wirklich die vier wichtigsten Hauptbereiche. Grosse Farbraum ist natürlich etwas sehr, 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 sehr Wichtiges, weil bei all den vier Bereichen, die wir jetzt gesehen haben, braucht man immer so einen Arbeitsfarbraum. Und die Arbeitsfarbräume, wenn man die nicht abdecken kann mit unserem Monitor, dann können wir nicht wirklich genau beachteilen, wie ein Bild überhaupt aussieht. Und da reden wir von zum Beispiel im Foto-Bereich der Adobe RGB, man redet im Druckbereich zum Beispiel von ISO Coated oder sonst irgendein Farbprofil von einem Drucker und einem Papier. Dann reden wir für den Fernseher, BT709 oder DCI-P3 für das Kino und natürlich für das Web, SRGB. Jetzt, was passiert, wenn ich einen Monitor habe, der das nicht machen kann? Also zum Beispiel einen Office-Monitor. Wir haben da ein Bild, das aufgenommen worden ist mit der Digitalkamera, die im Adobe RGB-Farberaum aufgenommen worden ist. Und wir sehen jetzt auf der rechten Seite die Farbe eins zu eins darstellbar, weil eben vor allem Grün- und Blautöne sehr dominant sind im Adobe RGB-Farberaum. Und wenn man jetzt darüber schaut, im anderen Bild, auf der linken Seite, auf der Bildhälfte, sehen wir, dass eigentlich die Bäume und das Wasser einfach ein bisschen ausgelastet sind. Das heisst, die Schwäche ist ganz klar im blau-grünen Bereich. Und eben, wenn ich keinen Colorage-Monitor habe, dann kann ich das einfach nicht eins zu eins anschauen. Jawohl, ohne eingebauten Messgeräte geht das natürlich nicht bei einem Colorage-Monitor von einem CG. Die haben das eingebaut, das ist sehr komfortabel zum Brauchen. Das heisst, wir brauchen kein externes Messgerät. Wir können das auch terminieren. Das ist ja auch der Grund, warum wir dort einen Award gewonnen haben, den sogenannten Sightech Award. Das ist eigentlich ein Oscar, den wir für das gewonnen haben. Es ist von der amerikanischen Filmindustrie verleiht worden, der Oscar für unseren Monitor. Es sind übrigens hunderte von Monitoren, die dort eingesetzt werden, im Bereich Bildbearbeitung, Videobearbeitung vor allem auch. Und hier gängten Preis Firmen, die einen signifikanten Beitrag geleistet haben, in der amerikanischen Filmindustrie. Also das ist etwas, was wirklich die Leute sehr schätzen. Es ist sehr komfortabel zum Brauchen und gehört einfach zu einem guten CG-Monitor. Und es ist auch so, dass es hochpräzise ist in der Anwendung. Ein ganz wichtiges Feature, nochmal wichtig, ist natürlich die Ausleuchtung vom Monitor. Das heisst, wenn ich an einem Bild schaffe oder an einem Video, dann möchte ich sicherstellen, dass ich eine gleichmässige, ausgeleuchte Fläche habe und nicht irgendwelche Flächen, also irgendwelche hell-dunkel Stellen, wie jetzt hier auf der linken Seite. Das ist halt ein bisschen übertrieben, aber es ist ja so, man hätte sich wirklich nach Jahren entwickeln können, dunkle, hellen Stellen, Fehler im Bild, Fehler im Monitor, Entschuldigung. Und ja, wenn man nicht kann das gewährleisten, dass es wirklich jahrelang reich bleibt, dann haben wir einfach eine Veränderung im Weiss und das darf nicht passieren. Und für das haben wir eben das Due, das das wunderbar ausgleichen tut und eben können wie ein Blatt Papier darin schaffen. Man sieht, dass die Angrie symbolisch angezeigt. Mit dem Due haben wir eine schöne Fläche, es hat keine Flecken drauf. Wenn wir uns jetzt dort bei den Bereichen anschauen, wo es die Pfeile sind, dann sehen wir dünkelere Stellen. Jetzt kann man sich fragen, ja, ist das jetzt etwas im Bild oder ist das ein Monitor? Sind das Fehler im Monitor? Jetzt muss man sagen, nein, das sind Fehler im Monitor. Und dann fängt man am Bild an, zu touchieren, wo eigentlich nichts ist. Das heisst, man verändert das Bild, das man eigentlich gar nicht sollte. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Stabilität von Farben, Bildhelligkeit und Farbtemperatur. Es ist ja so, wenn man am Morgen den Monitor einschaltet, dann ist der Monitor kühl und am Abend, wenn wir einen Ausschalter tun, ist er warm. Das heisst, Wärmeentwickler, die passiert halt über den Tag hinweg. Das bedeutet auch für den Monitor, dass er sich ändertet von der Farbe und der Farbtemperatur, vielleicht sogar Helligkeit. Und dort hat es eine spezielle Sensortechnik drin, die übrigens auch Padent ist. Da haben wir ein Padent drauf. Wo Sensoren im Monitor eingebaut sind, wo auch die Helligkeit plus Temperatur im Monitor und die Temperatur ausserhalb vom Monitor messen tut und on the fly das auskorrigieren tut. Das heisst, am Morgen, sowohl am Abend, habe ich immer das gleiche Bild und die gleiche Farbtemperatur. Ja, das ist etwas, was sicher über Jahre hinweg gleich bleibt. Das heisst, wir wissen, wenn ich heute einen Monitor kaufe, der ist auch nicht fünf Jahre, ist er immer noch genau gleich in der Farbe und in der Helligkeit. Ja, und wenn ich das nicht habe, ist das natürlich sehr unvorteilhaft mit so einem Monitor, wo die Bildbearbeitung gemacht werden muss. Dann das Tiefschwarz, ganz wichtig. Wir haben da auch wieder spezielle Technik drin. Also ihr seht, da hat es viele Features drin, die uns hilft für die Bildbeurteilung und Stabilität. Und eines von diesen Sachen ist natürlich der Schwarzwert vom Monitor. Der muss tiefschwarz sein, damit ich auch die tiefste Schwarze im Bild erkennen kann. Und bei den konventionellen Monitoren ist das Licht gräulich. Und bei unserem Colratch Monitor, bei den neuen Monitoren, sind die mit einem sogenannten Retardation-Film, das Licht zusätzlich ausblocktet und heisst dann auch, dass ich einen besseren Kontrast habe und eben ein ganz tiefes Schwarze am Monitor darstellen kann, für gute Beurteilung der Grauwerte. Ja, jetzt ist es so, dass wir haben ja eine neue Generation, auch die Laptops sind neue Generationen. Und das Problem ist natürlich, die haben immer weniger Schnittstellen. Jetzt ist es so, dass wir mit USB-C das verbinden können. Das heisst, du brauchst nur noch ein Kabel. Und dann brauchen wir den Monitor eigentlich als Hub. Also ich kann nicht USB-Peripherien anhängen. Ich war letztens mal bei einer Druckerei, die haben das super spannend gefunden, weil sie sagen, hey, ich habe nicht mehr so viele Kabel. Das ist etwas, das ich wirklich brauchen kann und haben das sehr geschätzt, dass das so ist. Und im Weiteren können wir natürlich noch die Stromversorgung über den Notebook bespeisen. Das heisst, wir haben 92, respektive 94 Watt Ladeleistung für das Notebook, was auch wieder super ist, weil da muss ich kein Ladekabel mehr haben für mein Notebook. Jawohl, auch wichtig, natürlich stabile Netzwerkverbindung. Eben mein Notebook, den ich jetzt hier habe, hat auch kein Lärm mehr. Man kann sagen, okay, das brauche ich gar nicht, aber ich kann euch sagen, in vielen Firmen ist das so, du brauchst das LAN, das brauchen wir auch. Weil ohne LAN, also wir dürfen eigentlich gar nicht mit VLAN arbeiten, weil es unsicher ist. Und das LAN ist natürlich eine sichere Sache und stabiler als VLAN. Und darum habe ich das RJ45 eingebaut bei unserem Monitor, das geht direkt rein und wird dann über das USB-C an Mac oder PC übertragen. Dann natürlich die 5-Jahre-Garantie, Vor-Ort-Garantie, das ist einzigartig auf dem Markt. Wir sind die Einzigen, die das noch haben. Das bedeutet einfach einen Investitionsschutz für den Kunden, das heisst, er kauft seinen Monitor. Und innerhalb von 5 Jahren kann er natürlich davon ausgehen, dass wenn etwas passiert, was ja sehr selten ist bei unserem Monitor, aber es kann es auch geben, dann muss er nicht den Monitor einschicken und monatelang auf seinen Monitor warten. Er bekommt einen Ersatz über 40 Stunden und danach kann er weiter arbeiten. Und das ist natürlich sehr gäbe für jemanden, der produktiv muss sein und wie gesagt nicht auf seinen Monitor verzichten. Okay, was machen wir für unseren After-Sales-Support? Also das ist auch etwas, was bei uns sehr ausprägt ist. Wir sind sehr gut im Supporten, das wissen wir. Und es ist ja so, dass wir Kunden, die unsere Monitor gekauft haben, wir wollen sie nicht einfach im Regenstall lassen, sondern wir wollen ihnen helfen, die Monitor richtig zu benutzen, optimal zu benutzen. Und da machen wir zwei Webinars jeden Monat und das eine ist der Color Navigate 7 in der Praxis und der andere ist vom Bildschirm zum Druck. Da geht es darum, wie ich meinen Monitor mit dem Druck abgleiche und ja, das sind Sachen, die sehr wichtig sind. Wie gesagt, die Leute schätzen das extrem. Wir haben immer sehr viele Zuschauer in diesen Webinars und wir haben auch viele Rückmeldungen, die sagen, hey, das ist super, dass wir diese Webinars machen und das hat mir jetzt wirklich geholfen, den Monitor an richtig zu betreiben. Da, Tipp des Tages möchte ich euch noch mitgeben. Das heisst, ich möchte eigentlich euch zeigen, an der Station, an der ich meinen CG21X habe, möchte ich euch zeigen, wie ich den Monitor mit dem Druck optimal abgleiche tue. Dazu möchte ich euch schnell den Hintergrund zeigen. Wenn ich heute zwei Papiere habe und das werdet ihr dann auch nicht sehen, das kann entweder ein hochweiser sein oder kann es schammerfarbig sein. Je nachdem, was ich für einen Druck mache, ob Kunstdruck oder Hochglanz, kann das natürlich sehr variieren. Und das Problem ist, wie Tinte lasierend ist, scheint das eigentlich durch. Das heisst, der Hintergrund scheint durch. Und das sieht man vielleicht auch schon da. Man hat auch wieder das gesehen, aber Tinte wird, also das Grau wird eher so etwas brünlich. Nicht mehr so neutral oder so weisslich, sondern brünlich. Also die Farbe ändert sich auf einem anderen Papier. Und das Gleiche am Monitor. Also das Ziel ist, meinen Monitor anzupassen auf den Papierton und dementsprechend meinen Weisspunkt, den Monitor, verändern. Und das mache ich mit dem Color Navigator und mache dann ein neues Profil für den Papierton. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Und ja, wie ich mich jetzt übergebegebe, zum Demo-Platz und zeige euch das. Und in der meantime, gibt es eine Einspielung und ich sehe noch in ein paar Sekunden. Okay, sind wir wieder da. Jetzt sitze ich hier vor meinem CG2700X. Ihr seht, das ist das Gerät. Ich will dir jetzt zeigen, ich habe jetzt hier zwei Ausdrücke drin. Das ist eigentlich der gleiche Ausdruck. Und auf der einen Seite ist es mit einem hochweissen Papier gemacht und auf der anderen Seite mit einem eher chamois-farbigen Papier. Und der Druck, also wenn ich das jetzt anschauen, hat das eins mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wenn ich jetzt hier auf den Bildschirm schaue, dann sehe ich eigentlich auch etwas. Das heißt, ich habe jetzt mein hochweissen Papier, das habe ich jetzt hier hinterlegt. Und wenn ich jetzt überall schaue, zum Chamois-Papier, hat eigentlich mit dem überhaupt nichts zu tun. Das heisst, mein Ziel ist jetzt, das anzupassen auf mein Chamois-Papier, das jetzt auf der rechten, linken Seite ist. Und für das brauche ich meinen Color Navigator, den ich jetzt schon bereits aufgestartet habe. Das hat eine spezielle Funktion, in der ich das machen kann. Und das ist die sogenannte manuelle Korrektur. Der Punkt ist aber das, bevor ich das mache, muss ich meinen Monitor kalibrieren auf 5800 Grad Kelvin. Und muss auch einen weissen Hintergrund dazu machen, damit ich beurteilen kann, wie das Weiss überhaupt aussieht. Das heisst, ich gehe jetzt hier rein, habe mein 5800 Grad Kelvin Profil bereits gemacht. Das ist jetzt ein neutraler Weisspunkt, das ist zwischen 5'000 und 6'500 Grad Kelvin. Das ist ein Mittelwert und von dort aus kann ich wunderbar mein Papierweiss anpassen. Und eben mit der Hilfe von meinem weissen Hintergrund am Bildschirm geht das wunderbar. Ich sage das euch jetzt. Hier. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, meinen Weisspunkt. Ich schiebe das jetzt mal, ich hoffe, ihr seht das. Das wird natürlich völlig anders. Es gibt auch italienische Zeitungen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht 100% okay. Aber wenn ihr das dann macht, nehmt euch die Zeit nehmen für euch. Und wie gesagt, es funktioniert wunderbar. Wenn ich das jetzt gemacht habe, kalibriere ich das jetzt auf den Weisspunkten, die ich jetzt hier eingestellt habe. Das möchte ich euch jetzt noch zeigen. Hier habe ich jetzt meinen integrierten Sensor da oben. Und kalibriere ich das jetzt eigentlich. Und ich kalibriere. Wie gesagt, der Sensor ist jetzt oben runtergekommen. Ich glaube, das sieht man jetzt hier auf dem schwarzen Hintergrund noch nicht. Ihr werdet das nachher dann sehen. Ich möchte eigentlich noch schon kurz etwas sagen. Ich habe jetzt hier einen Monitor, den ich arbeite und den ich integriere in meinen Workflow. Wenn ich einen normalen Monitor habe, wo ich das nicht mache, wo ich eigentlich immer das gleiche Bild zeigen kann. Also es hat einfach immer die gleiche Farbtemperatur, ist nicht angepasst, ist einfach immer gleich. Dann kann ich solche Sachen gar nicht machen. Das heisst, eigentlich arbeite ich nur am Monitor. Was ich jetzt da mache, ich arbeite jetzt eigentlich mit dem Monitor. Das heisst, ich arbeite meinen Monitor eigentlich in meinen Workflow integrieren. Und egal, welche Bereiche ich jetzt da mache, ich muss ihn immer individuell kalibrieren. Und eben bei dem Bereich, beim Druckbereich, ist es wichtig, dass ich das wirklich ein wenig anpassen kann. Und natürlich auch bei anderen Bereichen möchte ich Anpassungen machen. Also es nützt mir nichts, wenn ich eigentlich immer das gleiche Bild am Monitor habe für meine Workflows. Sondern ich muss wirklich mit dem Monitor arbeiten und den in meinen Workflow hineinziehen. So, jetzt ist er da fertig. Okay, jetzt stelle ich das fertig und habe jetzt hier einen gelblichen Hintergrund. Ich stelle jetzt einfach mal die Nähe, die ich jetzt da schon vorbereitet habe. Ist auch nicht viel anders. Und wenn ich jetzt mein Bild wiederhole gehe, und ich hoffe, man sieht das hier am Bildschirm, wie gut man das hier sieht, aber jetzt stelle ich hier mal mit dem Color Navigator den Weisspunkt um. Und ich glaube, das sieht man schon. Das ist mal die Seite, die ich mache. Ich stelle den Weisspunkt um. Das andere ist, ich muss natürlich einen Softproof machen. Das heisst, ich gehe jetzt da rein. Und da es ein RGB-Bild ist, muss ich jetzt mein dementsprechendes Profil nehmen, mit dem ich das ausgedrückt habe. In diesem Fall ist es jetzt ein Offset-Papier, also ein angestrichenes. Ich kann aber auch irgendein Fine Art Print sein und das dementsprechende Profil muss ich jetzt hier einsetzen. Ich habe das jetzt hier genommen. Ist er uncoated. Das ist hier. Jawohl. Ich setze das Papierweiss ein, wobei das eigentlich nur die Struktur zeigt und nicht das Papierweiss. Deshalb habe ich das ja machen müssen. Bei dem Fine Art Printing ist das genau das Gleiche. Ich muss den Weisspunkt anpassen, damit ich wirklich den gleichen Eindruck habe. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Ich gehe jetzt mal hin und her switchen. Ich sehe, da passieren gewisse Sachen. Auch hier zum Beispiel, wenn ich das Papierweiss einsetze, dann verändert sich das Bild dementsprechend im Profil. Und wenn ich jetzt einen Switch mache und gehe vom einen zum anderen, dann sieht man eigentlich recht gut, was da mit dem Bild passiert. Und so kann ich meinen Weisspunkt perfekt anpassen. So. Ich glaube, das war jetzt etwas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt gibt es vielleicht noch ein, zwei Fragen. Ja, ganz genau. Die heisst begehrten Fragen. Oh, oder was jetzt? Wie will man? Ja, komm. Nein, du siehst sonst nicht. Nein, nein, gerade hier drüben. So, wir schaffen es. Oh, jetzt kann ich auch auf den Wundern. Ja, du siehst jetzt ein bisschen mehr aus. Schauen wir mal, den Unterschied jetzt. Von dem. Ja, man sieht schon. Schön interessant. Zu dem. Ja, mega. Gell? Ja. Und das gibt einfach einen anderen Eindruck. Es ist wirklich anders. Ist es auch so mental anders, um etwas mit schöneren Farben zu arbeiten? Ja, sicher. Einfach so etwas für den Geist. Ja, weisst du, vor allem der Punkt ist, ich muss ja beurteilen, was ausgedruckt ist, bevor ich es überhaupt ausdrucke, damit ich Geld sparte. Natürlich. Man hat immer die Situation, man hat ein gelbes Papier oder ein hochweises. Also diese Situation gibt es immer. Ja, das ist klar. Was meint die Community? Ja, die Community hat so etwas technische Fragen. Einerseits, können die CG-Monitore auch im täglichen Bürogebrauch genutzt werden? Oder ist es einfach wirklich eine Empfehlung, die ein zu sein, ganz klar für Fotos, wirklich die, die es brauchen, mit der Kalibierung zu arbeiten? Ja. Also natürlich kann man die im normalen Bedarf auch brauchen, also für Excel, für Word etc. Man kann ja vielleicht auch noch einen zweiten Monitor dazu tun, aber es gibt viele Leute, die arbeiten auch mit dem für den Bürobereich definitiv. Genau. Und wie sieht es so vor der Lebensdauer her? Die Frage ist noch aufgetaucht. Ich muss kurz schauen, wo haben wir es. Man sollte man den Monitor ersetzen, Lebensdauer? Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben diese Features eingebaut, die der Monitor langlebiger macht. Also wir haben Leute behalten in 10 bis 15 Jahren, also es ist unglaublich. Also die Langlebigkeit. Die Investition lohnt sich natürlich dann, weil wenn man das ausrechnet über 10 Jahre, ist das natürlich ein Klacks. Und eben mit all diesen Features drin, sind die natürlich sehr langlebig. Das ist ja der Grund, warum wir diese Features noch eingebaut haben. Man muss eigentlich immer pro Jahr nachher rechnen, was einem braucht. Ja, genau. Also nach drei Jahren wieder rauszuschen. Genau, es gibt auch noch so coole Berechnungen, die man auf Kaffeetassen berechnen kann. Das ist dann auch die ganz interessante Frage. Oder Zigaretten. Ja, oder Zigaretten. Wie viele Zigaretten kann ich sagen. Weisst du, lieber so etwas als Zigaretten rachen, das meine ich. Weil bei gewissen, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn du nach drei Jahren denkst, das ist jetzt alt. Genau. Nein, aber das sind Sachen, die uns natürlich auszeichnen und gerade in der heutigen Zeit mit der Kurzlebigkeit, Nachhaltigkeit ist wichtig, haben wir natürlich Produkte generell bei Einzel, die sehr nachhaltig sind. Was ich noch jetzt sagen möchte, ist vielleicht kurz, wir haben noch auf den Swissphotodays eine Landingpage bei uns. Ja. Und darauf haben wir ein gedruckter Video, wo wir noch schauen können. Ich habe jetzt nicht auf Pits & Bytes gesprochen. Da haben wir die Vorstellung von den Monitoren. Wir haben in einer kurzen und einer langen Version schauen, was die Monitoren alles können. Das klingt sehr gut. Wir haben noch Platz für zwei Fragen, Thomas. Also eine wäre auch noch gewesen, ob es zum Drucken wie eine Anleitung gibt, wie du es jetzt gemacht hast. Genau. Wir haben ja gesagt, wir machen Webinars. Das ist genau das, was wir auch machen. Ich mache am nächsten Mittwoch mit dem Callenavigate ein Webinar und einen Monat später ein Drucksebinar, also Bildschirm zum Print. Und dort kann man das anschauen. Es ist eineinhalb Stunden, wir kommen im Film nachher rüber, um zu zeigen, wie ich das mache. Da geht es auch um die Farbmanagementschichten und wie ich korrekt drücke. Okay. Und die letzte Frage wäre, für was die Umrandung ist beim Monitor? Was da? Das ist natürlich eine Lichtschutzblende. Das heisst, das Streulicht von der Seite wird ausgeschnitten. Ich sehe ja, das ist leicht beflockt auf der Seite. Das ist sehr schwarz. Das tut eigentlich Streulicht, was ein Killer ist. Da drin kannst du nicht wirklich Farbbeurteilung machen. Also du brauchst die Abdeckung, um das Licht herauszuflocken. Gut. Das wären alle Fragen in dem Fall gewesen. Wunderbar. Danke vielmals, Oliver, für diesen Deep Dive mit Farbmanagementschichten. Ja, man kann es nicht anders bezeichnen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen jetzt wieder einen kleinen Werbebreak und dann sind wir wieder zurück mit einem anderen Thema, das auch wirklich für alle Menschen ausserhalb der Fotografie und Videografie spannend ist. Vor allem Selbstständige. Und zwar geht es um die Auffindbarkeit im Netz Online-Marketing. Es lohnt sich also sehr, zum dranbleiben. Bis in ein paar Minuten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 The more intuitive the camera system, the more you can just flow. Never break your flow. EOS R System. You Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wir sind schon tief im Nachmittag drin Und wir kommen zu einem ganz, ganz spannenden Thema Das uns alle brennend beschäftigt Das ist Online-Marketing Ja, wie findet man die eigene Website Wenn man fotografisch oder auch sonst irgendetwas Eigentlich Selbstständiges macht Wie ist man da auffindbar? Wie tut man sich im Netz am besten vermarkten? Und da haben wir zwei Herren bei uns Jetzt zwei Gäste auf dem Sofa Was uns da ein bisschen mehr zu erzählen Wir haben den Maik Kastner Er ist Österreicher Und er ist seit 2007 Im Online-Marketing tätig Das hätte ich nicht mit Österreich sagen, das gehört man nachher Das ist egal, aber es ist ja sehr schön Und du bist jetzt Experte für Marketing und Verkauf Und du bist Verkaufsleiter bei Heisen Ich muss betonen, seit 2007 Online-Marketing Also man kann eigentlich sagen, du kommst richtig daraus Und du bist schon eigentlich seit ziemlich früh mit dabei Viele haben das erst später entdeckt Dass man das da glaubt, wirklich ein bisschen pushen sollte Dann Andi Schmidli auch bei uns Herzlich Willkommen Du bist im Online-Marketing auch schon seit 10 Jahren Und seit 4 Jahren bei Heisen Also eigentlich seit das Schweizer Team geht Beide herzlich willkommen Es freut uns sehr, dass ihr mit uns seid am Swiss Photo Day Heisen zuerst Seit 74 Jahren gibt es diese Firma Sie ist eine deutsche Firma Familienunternehmen in der dritten Generation Und heute liegt der Fokus sehr, sehr stark Auf Beratung und Unterstützung im Bereich Online-Marketing Von 74 Jahren angefangen ist klar, das ist nicht immer so gewesen Warum der Wandel? Ja vielleicht, wenn man noch ganz kurz zur Filmengeschichte zurückgeht Also seit 1949 ist es ja gegründet worden Wir sind aktuell in der dritten Generation Am Gefühl von Ansgar Heiser Es ist immer nur ein Familienunternehmen Und man hat dann irgendwann schon in die 80er Jahre Und der Christian Heiser hat man dann einfach gesehen Also in der zweiten Generation Er war da etwas anderes wie nur Telefonbücher oder so Und hat dann ziemlich stark im Fokus auf Fachmagazin-Kleid Also mit der CT hat er dann einen kleinen Meilenstein gelegt Die gibt es bis heute noch Wir haben dann auch einen Fotografie-Ableger von dem Magazin Wo es ein paar Mal im Jahr erscheint Und haben da wirklich so eine Fachkompetenz aufgebaut Und unser jetziger Verleger Hät dann irgendwo, sagen wir mal 2000 Eis um und um Hät dann gesehen, dass die Reise halt ins Digitale geht Und hat mit der Thematik Online-Marketing Und auch mit unserer Firmenkompetenz und Stärke Die wir ja schon mitgebracht haben Da den richtigen Weg eingeschlagen Und hat dann mit der Heise-Regio-Konzept, sage ich mal Eine Marke erschaffen Unter dem Gruppendach Mit dem ist eigentlich wirklich im Dachgebiet Also Österreich, Deutschland, Schweiz Unternehmen verklebt Bis ganz groß zu den Thematiken Online-Marketing Hät dann können wir unterstützen, beraten Und auch Inputs geben Und mit denen auch wach sein Das ist eigentlich für uns Gerade in der Schweiz das Wir haben Kunden vom ersten Tag auch Die sind immer noch bei uns Und sehen da wirklich auch das Wachstum Und das, glaube ich, ist das, was die Thematik für uns so spannend macht Also ein Early Mover Und das zahlt sich aus Andi, SEO, also Search Engine Optimierung Das ist ja so ein bisschen mysteriös Saga oben, da kostet langsam immer mehr Geld Und man weiss nicht wirklich, ob man dann wirklich gefunden wird Mit dem Google-Algorithmus Verstehst du diesen Algorithmus? Was steckt da dahinter? Was ist keines? Ich wäre sehr dankbar, wenn ich den würde verstehen Nein, es ist natürlich SEO ist ein sehr komplexes Thema Viele stellen sich vor Dass man irgendwo einen Schrauben dreht Und dann ist das SEO abgeschlossen Das ist natürlich nicht der Fall SEO ist in den meisten Fällen im Prozess Aber SEO ist eigentlich nur ein Teil Wo wir Kunden dürfen beraten und auch betreuen Wir sind ja eigentlich im ganzen Online-Marketing tätig Auch mit den ganzen Google Ads Wo auch der Maik nachher etwas dazu sagt Im Bereich Websites bis hin zu Social Media Also Sie sind jetzt nicht die, die den Google-Algorithmus besser kennen als andere? Also ich persönlich würde das ein wenig vermessen finden Wenn ich das würde sagen Nein, aber der Maik ist da In dieser Materie Ich habe es sicher noch ein bisschen Ich habe es sicher noch ein bisschen Ich sehe uns immer als Generalisten Wir verstehen das große Ganze Wir wissen, wie einzelne Module oder einzelne Produkte auf andere Produkte oder Mechanismen wirken Wir wissen hin und wieder, dass es Suchmaschinen oder Social Media Portale gibt Die fleißig an dem Algorithmus drehen Und am nächsten Tag der Erfolg irgendwo im Nirvana ist Und keiner weiß im ersten Moment warum Aber, und das ist unserer Größe geschuldet auch Wir hätten die Fachkompetenz im Haus Und wenn wir merken, wir brauchen nicht mehr Dann wird einfach die Firmen oder die Unternehmung größer Also seit letztem Jahr gehört die Firma Aufgesang Das ist eine sehr bekannte deutsche SEO-Agentur Zu unserer Firmengruppe, sage ich mal Und Olaf Kapp, also jeder der im SEO-Bereich wirklich sehr klein auskennt Der kennt die Blogs von dem und 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 Der ist wirklich ein deutscher Karyfäe Der lest wiederum Google-Patente Um einen Rückschluss zu ziehen Was könnte passieren in Zukunft Also ihr kennt Die Kompetenz haben wir im Haus Ihr kennt den Algorithmus nicht besser Aber ihr habt ihr ins Boot geholt, wo ihr es am besten kennt Das finde ich gut Und ihr habt einen sogenannten Digital-Check vorbereitet Am Beispiel von einem Fotostudio, wo ihr zeigt Wie ihr für einen Kunden von euch So ein wenig quasi einen Check macht Und auch aufzeigen, wo das Verbesserungspotenzial ist Und wir zeigen einen Spot Und dann nachher können wir schauen Wie der Digital-Check genau aussieht Die mehr intuitive die Kamera-Systeme The more you can just flow Never break your flow EOS R-System So, also Wie man schon gehört hat Wir führen für Fotografen, Fotostudios Für alle, die in diesem Bereich tätig sind Machen wir einen digitalen Check Und zwar, wir machen einen Digital-Check Nicht nur von der bestehenden Webseite Weil es gibt doch auch viele Unternehmer Die auf uns zukommen Wir haben heute schon gehört Von einem oder anderen Fotografen Als Hobby gemacht hat Und sich nachher entschieden hat In dieser Branche sich selbstständig zu machen Und wir haben sowohl als auch bestehende Fotogeschäfte Fotografen, die wir betreuen Aber es gibt auch viele Die auf uns zukommen und sagen Wir starten mit einem Einen eigenen Geschäft Mit einer eigenen Firma Was braucht es? Welche Schritte nacheinander muss ich machen? Und ich glaube, wir können hier in beiden Bereichen Eigentlich die Unternehmer sehr gut beraten Das heisst, wenn wir Ich zeige dir mal schnell Einen Google-Eintrag Weil Viele Unternehmer haben das Gefühl Die Webseite ist das Ein und Alles Und im Webseitenbereich Auch sehr viel investieren Je nachdem auch finanziell Und viele vergessen auch ein bisschen Dass es eigentlich noch ein Part gibt Der vor der Webseite kommt Es gibt eine nicht ganz unbekannte Firma Die heisst Google Und ganz viel läuft heute über Google Ich glaube, das sind wir uns alle bewusst Was sich nicht ganz alle bewusst sind Ist die Möglichkeiten, die Google den Unternehmern anbietet Wir sehen hier Jetzt gerade einen Google-Business-Eintrag Viele kennen es auch noch unter Google-My-Business Die Namen werden dann immer wieder geändert Aber für mich ganz wichtig Wenn wir Unternehmer besuchen dürfen Wir machen nicht nur einen digitalen Check Von der Webseite Sondern wir schauen die ganze Datenqualität an Und die Datenqualität Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben Sprich, ich berate die Unternehmer Nicht in dem Sinne beraten Als ich ihn besuche Und sage, wir haben gute Werbeidee Ob mit Adwords oder SEO Oder wie auch immer Sondern wir machen zuerst eine komplette Analyse Und da gehört selbstverständlich Der Google-Eintrag auch dazu Martin Bauer Fotografie Ich habe ausgewählt Weil er einfach unser Nachbar ist In der Strasse Ich habe ihn kurzfristig angesprochen Darum darf ich das Mal schnell als Beispiel zeigen Ich weiss nicht, ob ihr das kennt Ich hoffe die meisten Unternehmer kennen es Ein Google-Eintrag Wie wir ihn jetzt hier sehen Vielleicht ganz kurz Hier steht jetzt Fotos ansehen Ich kann dann Da rein klicken Und entsprechend Entsprechend Entschuldigung Ich muss hier schnell zurück Gehen So Entsprechend Kann man dort natürlich Eigene Fotos hinterlegen Man kann sein Firma Logo darstellen Man kann seine Arbeit dann entsprechend darstellen Und am Schluss des Tages Und am Schluss des Tages geht es ja eigentlich darum Dass wir die Unternehmer in dieser Richtung beraten Dass wir sagen Guter Content Guter Inhalt Und das ist nicht nur auf der Webseite ein wichtiger Faktor Sondern das fängt wie gesagt auch schon bei einem Eintrag Wie Google Business an Der Google Business Eintrag Ist dann da verlinkt Wo ich automatisch auf die Webseite komme Selbstverständlich Thema Bewertungen Da habe ich immer wieder spannende Diskussionen Die einen lieb es Die anderen sagen Ich will gar keine Die Situation ist einfach so Dass man sich bewusst sein Dass potenzielle neue Kunden Bewertungen lesen Und da empfehle ich natürlich auch allen Unternehmern Schauen Dass der Bewertungen generieren können Da gibt es auch ganz spannende Möglichkeiten Wie man das machen kann Und im Optimalfall Die Bewertungen dann sogar auch Dort beantworten Das heisst Es ist für mich eigentlich auch eine Möglichkeit Wo sich jeder Unternehmer überlobe Kann freuen Aber vielleicht auch auf Kritik Auch direkt reagieren Man kann sich heute einfach nicht mehr entziehen So Weiter unten kommt jetzt hier Bei Martin Bauer nicht mehr viel Ich muss dazu sagen So hat sein Google-Eintrag ausgesehen Als ich ihn darauf angesprochen habe Und das ist einfach die Richtung Die wir mit dem Digital-Check Oder mit dem Ausdruck Datenqualität Anerzielen Das heisst Wenn ich Unternehmen besuchen Ist ganz sicher Neben dem digitalen Check Der Google-Eintrag Etwas Wo ich als erstes Ansehen will Viele Unternehmer wissen gar nicht Was kann der Google-Eintrag Und vor allem auch Warum soll ich den nützen Vielleicht auch zum zeigen Ich habe noch vorbereitet Ja, bitte Ich habe mit dem Martin Mit dem Martin geredet Und habe ihm einfach einmal die Möglichkeit Aufzeigen Was man aus einem Google-Eintrag Aus einem Google-Business-Eintrag Aus einem Google-Eintrag Und man sieht auch vielleicht jetzt Der Unterschied zu vorher Das heisst Er hat jetzt Meinem Rot Folge geleistet Er hat seine Arbeiten Entsprechend hinterlegt Ist natürlich einerseits Spannend für Potenzielle Kunden Die Möglichkeit haben Bevor sie auf der Webseite sind Bilder anzuschauen Aber auch Google Ist natürlich Daran interessiert Auch schon in den Google-Geschäftseinträgen Einen guten Content Innen zu haben Dann was ein ganz wichtiger Punkt ist Neben den Bildern Man hat die Möglichkeit Auch das wissen viele nicht Man kann bereits bei Google Gewisse Produkte Schon hinterlegen Das heisst Man kann auch hier Dienstleistungen hinterlegen Man hat natürlich auch Unternehmer, die Im Bereich Online-Shopping Sehr aktiv sind Das heisst Man kann auch schon Bereits beim Google-Business-Eintrag Direkt auf einen Online-Shop verlinken Die Möglichkeiten sind sehr Sehr vielfältig Man kann hier unter Kategorien Hinterlegen In welche Richtung Dass man Dienstleistungen anbietet Und was ich persönlich Sehr interessant finde Weil ich auch weiss Wie wichtig das ist Man kann in einem Google-Eintrag Einfach als schönes Beispiel Eine sogenannte Firmenbeschreibung hinterlegen Das heisst Man kann hier wirklich auch Google schon Das erste Signal schicken In welchem Tätigkeitsbereich Kann ich diese Dienstleistungen anbieten Und das finde ich einfach wichtig Weil ich sehe, dass viele Unternehmer Je nachdem schon Budget X ausgeben Für Google Adwords Werbung und so weiter Wo wir natürlich auch anbieten Und Kunden entsprechend beraten Aber ich finde einfach wichtig Gerade für junge Unternehmer Für Leute, die neue Firmen gründen Die wissen Ich muss mich heute Digital zeigen Ich brauche gewisse Sichtbarkeit Dass man da die richtigen Schritte Auch nacheinander macht Und nicht gerade Die grosse Kelle nimmt Sondern Dass man da gut beraten ist Wenn man die Sachen Die Sachen, die man gerüstet Auch selber Und kostenfrei machen Dass man die nützt Und das ist so ein wenig Der Auftrag, den wir haben Bei der Firma Heisen Mit den Unternehmern Gesamtheitlich beraten Und bevor wir aber In Thema Werbung Sichtbarkeit reingehen Geht es darum Dass wir wirklich Auch in dem Bereich Die ganzen Möglichkeiten Ihm aufzeigen Die man ausschöpfen kann Vielleicht wenn ich da Ganz kurz einhängen darf Was vielen nicht bewusst ist Und ich nehme jetzt Nicht an Fotograf Dass ich ihn immer Bevorher benachteiligt fühle Sondern ich nehme einfach Ein Restaurant Wenn ich ein Restaurant Zürich eingebe Umso besser Das Google Business Profil Gepflegt ist Umso besser das optimiert ist Und umso länger Dass ich damit schaffe Ist die Realität Oder die Chance Das in das Three-Pack Map-Pack Wie ja immer Das im Fach schon Genannt wird Wir nennen es einfach Kartenausschnitt Dann wird es am einfachsten Und da ist ja schon Eigentlich die lokale Suchmaschine optimiere ich Dass ich in denen Drei Dinge drin ranke Weil das kennen wir Von uns selber Von der Anwendung her Wenn ich das Taxi Das Restaurant Was auch immer suche Dann gebe ich vielleicht Spezifisch auch Ich suche ein Italiener Oder Pizzeria Oder eben ein Taxi Seiten Sondern bei den regionalen Dienstleister Interessiert mich eigentlich Eins von den drei Sachen Und da wird in der Regel Zu 8% drauf geklickt Darum Google Business Profil Wichtiger denn je Wir merken es immer wieder Wenn unsere Kunden Nach drei, vier, fünf, sechs Und das müssen auch Wie gesagt Nach der Beratung Sachen selber umsetzen Merkt man einfach Wie positiv Dass sie dann über das Gestimmt sind Sagen dann selber Das hätte man nie gedacht Dass nur die einzelnen Schräubli die Auswirkungen haben Und das ist das Und das ist das Am Ende des Tages Ich sage jetzt mal Sind die nicht präsent Weil man die einfach auch nicht kennt Aber es sind Ich sage jetzt für die Schweiz sind so plus minus 30 Portal Kartendienste sind Suchmaschinen relevant Ich würde es jetzt mal so Ausdrücken Und was wir natürlich auch machen Bei einer Analyse Ist dass wir genau Die Plattformen entsprechend Auch einmal durchscannen Und schauen ist ein Unternehmer Dort eingetragen Oder ist er nicht eingetragen Und der Punkt ist natürlich Die Daten Die sind nicht fix In Stein gemeißelt Und geschützt Die können auch immer wieder Aktualisiert werden Und das ist ein Punkt Wo ich aus meiner Erfahrung Kann sagen Wo sehr wichtig ist Für Wie der Mike auch gesagt hat In dem Kartenausschnitt In dem 3er Pack Entsprechend angezeigt zu werden Wenn man da In dem Bereich Auf diesen Plattformen Wie Nave.me Ist ein Kartendienst Navigationsdienst Ihr habt das vielleicht auch schon erlebt Ihr habt im Auto Im Navi ein Adressen eingegeben Und mir hat dann Eine sympathische Stimme gesagt Bis du dort ankommst Ist die Firma bereits geschlossen Auch das gibt natürlich Der Suchmaschine Ein positives Signal Wenn ich überall einheitliche Daten habe Und entsprechend natürlich Auch meine Webseite verlinkt ist Und darum Ist so ein Listing extrem wichtig Vielleicht noch Ganz kurz Zum sagen Regionale Auffindbarkeit Ich denke jetzt Nicht für alle Aber wenn ich mich Selbstständig mache Mit Fotografie Fotostudio Ist für mich sicher wichtig Dass ich in der Region Gut angezeigt werde Und da kann man Mit solchen Einfachen Mitteln Eigentlich schon Sehr viel erreichen Ich habe einen Fotograf Beraten Wo Ziemlich viel Investiert hat In sein Keyword Zum hier vielleicht noch Ganz kurz Etwas sagen dazu Fotostudio Und Mit Fotostudio Hat man ihn entsprechend Auch sehr gut gefunden Und In unserem Gespräch Hat sich heraus gekristallisiert Dass er eigentlich Spezialisiert ist Auf Hochzeitsfotografie Und Hochzeitsfotografie Ist entsprechend Er aber nicht gefunden worden Und hier einfach noch Ganz kurz zum zeigen Wir haben hier mal Das Suchvolumen Kurz aufgelistet Hochzeitsfotografie Wird rund 2000 Mal pro Monat In der Schweiz In Google gesucht Das mache ich in der Regel Nicht für lustig Wahrscheinlich Heurote ich Und brauche jemanden Und das sind so Die Sachen Wenn wir in die Tiefe Nach der Analyse Mit unseren Kunden Besprechen Wo gibt es gewisse Optimierungsmöglichkeiten Und wo lohnt es sich Mit dem Ziel Was natürlich der Fotograf Hat Mittel- und langfristig Nachher auch Entsprechende Gute Sichtbarkeit Zu haben Sehr gut So Meine lieben Herren Danke vielmal Für die sehr interessante Präsentation Habe ich auch noch etwas Ausnehmen Vom Marketing Oder Online Marketing Die erste Frage Was gerade auftaucht ist Nehmt ihr das so ab Wie ein Fotograf sagt Ich habe eigentlich gar keine Zeit Für das Ganze Mit dem Social Media Auftritt Heut ihr da auch Möglichkeiten Oder könnt ihr sagen Ja klar Wir übernehmen diesen Part Und du kannst weiterhin Fotografieren Das ist eigentlich unser Kerngeschäft Dass wir Sachen übernehmen Also sie nehmen einfach das Packchen ab und fertig Genau Teilweise punktuell Oder auch Full Service Also da sind wir ganz flexibel Sehr gut Ich arbeite auch mit anderen Agenturen zusammen Wenn einer sagt Du Website habe ich auch mit einer Agentur Aber ihr seid mir halt sympathisch Wie auch immer Wendt gerne Social Media etwas machen Oder eben Google brauchen wir Unterstützung Da sind wir ziemlich Sehr cool Du hast es gerade angesprochen Agenturen Wix Wix Wix.com Oder was auch immer Gibt es ja so Seiten Wo man kreieren kann Gibt es da die Möglichkeit Dass man dort mit SEO Verlinkungen machen Oder Kann man natürlich punktuell machen Bei so Baukastensystemen Ist die Problematik Die Website gehört da nicht Also Du investierst eigentlich mit SEO In ein Produkt Ja Wo du eigentlich Also wenn es Wix Irgendjemand ist nicht mehr Wird geben Wo es nicht passieren wird Aber ich sage einfach Hast du in etwas investiert Ja wo du nicht gehört Aber lange Rede kurzer Da sind ein sehr guter Baukast Gerade für Berufseinsteiger Die sagen Hey ich habe eine Zeit Warum nicht Versucht es Es ist halt ein Zeitfaktor Ja Sehr gut Und die letzte Frage Wo findet man euch im Internet Unter heise-regio-konzept.ch Sehr gut Wunderbar Dann hat das Community auch gerade gehört Und somit Danke euch für den Tag Schön seid ihr da gewesen Und ja Drücken euch auch Daumen weiterhin Ja Gute Geschäfte Danke, dass wir da sind Sehr gerne Und somit Kommen wir Zum nächsten Wertegast Moodcase Und wir gehen noch ganz kurz in den Werbeblock Das Schönste nach den Ferien Sind die Erinnerungen an die unvergesslichen Momente Fotobücher von Bookfactory.ch Wir stehen für Schweizer Qualität Und beste Fotobücher mit Tradition Bookfactory.ch DANGER DANGER Musik Liefert Vorfreude Das ist der Swiss Photo Day 2022 und es ist unglaublich, aber wir sind schon beim letzten Slot ankommen, beim letzten Thema, bei meinen letzten zwei Gästen und ich begrüsse euch ganz herzlich, Matthias Bourgeois, heute bei mir. Du hast zusammen mit deinem Kollegen Mike Trummer einen Online-Dienst Moodcase gegründet und das vereinfacht den Kunden und auch den Fotografen die Bildauswahl und die Kommunikation mit dem Kunden zusammen. Und das Ganze ist auch noch Made in Switzerland. Wir werden alles heute über das erfahren, wie das Leben und Arbeit von einem Fotografen vereinfacht und jemand, der gerade erzählen kann, wie viel einfacher, dass es das wirklich macht, ist auch noch gerade da. Der Boris Baldinger, du bist Moodcase Ambassador und du bist Fotograf für Personal Branding, du machst Kommunikation für grosse Unternehmen und du fotografierst am liebsten Menschen beruflich und privat aber auch sehr gerne bergen. Und du sagst, du möchtest das nächste Bundesratsfoto schiessen, ein höchstecktes Ziel. Über das werden wir natürlich auch noch reden. Schön sind ihr beide da. Als allererstes, Matthias, wieso bist du auf die Idee gekommen, Moodcase zu gründen? Wie hat das überhaupt angefangen? Also Mike und ich, wir sind beide in der Situation gewesen als Kunden der Fotografen und haben eigentlich das Problem erkannt, dass der Austausch mit den Bildern nicht ganz so flüssig läuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Und haben gedacht, da können wir etwas machen, da hat es Potenzial und es ist ein Markt da. Und was habt ihr dann quasi, wie sind ihr dann vorgegangen? Wie habt ihr zum Beispiel mit Ambassadoren, mit dem Boris geschaffen, um das zu entwickeln und auch weiterentwickeln, dass er wirklich abgestimmt ist auf die Bedürfnisse des Fotografen und auch des Kunden? Wir haben zuerst ein Konzept entwickelt und haben das natürlich schon mit den ersten Fotografen angeschaut, bevor wir in die Tasten gehauen haben. Und nachher ist der Boris ziemlich bald einmal dazugekommen und hat natürlich ständig das Produkt getestet und wertvolle Inputs uns geliefert und uns auch immer wieder herausfordert mit neuen Sachen, die es halt bräuchte, dass es noch besser und noch einfacher integriert werden kann. Das kann ich mir bei Boris sehr gut vorstellen. Ich kenne ihn ein bisschen, schon ein paar Mal zusammenarbeiten können. Was sind denn das zum Beispiel für Berührungspunkte, wo du gesagt hast, hey, das wäre jetzt gut, das bräuchte ich als Fotograf? Es gibt relativ viele verschiedene Tools, die man heute nutzen kann, um Bilder zu teilen. Es fährt an mit Dropbox, Google Drive etc. Aber es ist alles ein bisschen mühsam. Es gibt auch schon diverse Plattformen auf dem Markt und danach bin ich eben auf Moodcase aufmerksam geworden und habe gesehen, da hat es wahnsinnig viel Potenzial, weil sie nicht nur den Kunden und den Fotograf im Bild haben, sondern eben auch Agenturen und auch Retoucher. Also es ist eine Art Kollaborationsplattform. Und ich habe dann sehr viel Potenzial gesehen und habe dann das Tool angefangen zu testen und natürlich in einer frühen Phase ist das Tool noch nicht an dem Punkt, wo man es gerne hätte. Und dann bin ich mal mit einem Vorschlag gekommen, hey, wir können doch jetzt noch mit einer Sub-Domain arbeiten, zum Beispiel eben kunden.boris-baldinger.com. Sie gesagt, ja, eigentlich macht das noch Sinn. Dann haben sie das auf ihre Liste genommen und dann ist das trotz anfänglicher Bedenken doch sehr schnell umgesetzt worden. Und das hilft natürlich, wenn ein Tool so im Entwicklungsstadion ist, dass es eines nach dem anderen kommt und dann kann man wirklich gut betwürken. Das ist schön. Also sind wir schon im Deep-Dive über das Tool. Wir wollen natürlich sehen, wie das funktioniert und wie das es wirklich das einfacher macht, das Leben vom Fotograf. Ich kenne das mit der Bildauswahl. Das kann sehr, sehr mühsam sein, bis man dann die Bilder hat und ausgewählt hat und so. Man weiss auch gar nicht, wie, dass man das macht. Darum würde ich sagen, gehen wir doch zuerst über zu dem und über das Bundesratsfoto reden wir nachher noch. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Wir werden jetzt schnell die verschiedenen Anwendungscases vom Moodcase zeigen und dann nachher sehen wir, wie das beim Personal Branding Studio von Boris so abläuft und nachher dann die Präsentation von euch zwei vom Moodcase. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin und herumschaufe und die schöne Natur sehe, dann gibt mir das Raum und Kraft, um neue Ideen für weitere Projekte zu entwickeln. Bei einem Personal Branding Shooting ist es unheimlich wichtig, dass der Kunde sich selber gut kennt. Es ist viel Vorbereitung involviert. Es ist in diversen Unterhaltungen, sei das über das Telefon oder direkt vor Ort, in einem Kaffee zum Beispiel, wo ich mit einem Kunden das bespreche. Und nachher sind wir miteinander unterwegs. Wir haben keinen Stress. Es ist alles sehr gemütlich. Wir geniessen die Zeit miteinander. Wir lernen uns auf dem Weg besser kennen. Und so entstehen dann die Bilder, die der Kunde braucht. Hallo, mein Name ist Boris und ich komme aus Rapperswil. Warum Rapperswil? Das ist für mich der ideale Standort, wo ich schnell in Zürich bin, wo ein Hauptteil meiner Kunden herkommt, aber auch schnell in den Bergen. Ich glaube, eine von meinen Stärken ist, dass ich Menschen sehr schnell lesen, spüren und fassen kann. Das hilft mir dabei, sie genau so darzustellen, wie sie tatsächlich sind. Oft entstehen Situationen während eines Shootings, in denen man so gar nicht planen kann. Das hat auch mit dem Wetter zu tun. Das hat auch mit den Locations zu tun, die ein Kunde auswählt. Und so entstehen innerhalb von Sekunden Kompositionen, die ich mir gar nicht hätte visualisieren können. Das ist spannend aus zwei verschiedenen Gründen, weil das gleiche Shooting mit den zwei gleichen Menschen an zwei unterschiedlichen Tagen mit unterschiedlichen Wetterbedingungen kann komplett anders herauskommen. Aber trotzdem immer noch den Kunden so darstellen, wie er tatsächlich ist. Damit das Personal Branding Shooting zum Erfolg wird, ist es wichtig, dass meine Kunden offen auf das Thema zugehen, dass sie Vertrauen haben in das, was ich mache und dass sie Lust haben, mich auch ein bisschen kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass die Wichtigkeit von einem persönlichen Brand in den nächsten Jahren steigen wird. Und genau das ist es, was ich ansetzen kann. Ich helfe meinen Kunden dabei, diesen Brand zu finden, aufzubauen und in Bilder zu widerspiegeln. Hier sehen wir jetzt also die Plattform Moodcase. Und wir haben auch schon ein Projekt da. Das ist von Tomahar Gewissi, das ich Claude und Cedric porträtieren durfte. Das sind ganz klassische Businessporträte. Moodcase integriert sich perfekt in den bestehenden Workflow. Man kann mit Capture One oder Lightroom Bilder hochladen, exportieren direkt. Oder man kann, wenn man mit Photoshop arbeitet, natürlich auch Bilder direkt per Web-Upload hochladen. Apropos Upload. Moodcase unterstützt alle gängigen Bildformate, wie zum Beispiel RAW, aber auch Photoshop-Dateien und ganz neu auch diverse Videoformate. Ich möchte jetzt die Bilder, die ich hier ausgewählt und hochgeladen habe, gerne mit dem Cedric teilen. Dadurch kann ich den Knopf drücken, Projekt teilen. Ich habe die Möglichkeit, entweder einen Link oder ein E-Mail zu schicken. Im E-Mail kann ich hier die E-Mail-Adresse vom Cedric angeben. Ich kann noch einen kleinen Kommentar hinzugeben. Und ich würde gerne, dass Cedric seine Kundenauswahl machen kann. Da habe ich ein Preset, das wähle ich schnell aus und teile das jetzt. Genau. Und jetzt gehen wir den Link schnell kopieren. Und öffnen den in einem neuen Tab. Als ob Cedric den Link öffnen würde. Und dann sieht er hier den Onboarding-Dialog, was er genau machen muss. Aber wir erklären das jetzt. Und zwar kann Cedric hier jetzt die Bilder aussuchen. Indem, dass er hier durchscolt oder natürlich auch in Grossansicht so durchblättern kann. Und wählt seine Favoriten. Ich kann hier den Favoriten auswählen. Hier wird gleich der Dialog angezeigt, wie es in einer E-Mail-Adresse vorausgefüllt. Dann kann er das bestätigen, damit Boris nachher weiss, wer die Bilder auch ausgesucht hat. Und jetzt wählen wir hier noch eines, wo er direkt in die Kamera schaut. Genau. Und jetzt habt ihr hier, glaube ich, abgemacht, habt ihr zwei Bilder. Korrekt, ja. Jetzt kann er diese noch zusammenfiltern. Ah ja, genau, das ist meine Auswahl. Und klickt jetzt auf Auswahl abschliessen. Da kann er noch eine Nachricht rein schreiben. Merci vielmals, Boris. Und abschliessen. In dem Moment, wo Cedric eine Art die Auswahl abgeschlossen hat, komme ich ein E-Mail über. Und mit dem E-Mail weiss ich, okay, alles ist ready. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt einerseits direkt in der Plattform selber die Auswahl anschauen. Schauen, ob Cedric da auch wirklich noch zwei Bilder ausgewählt hat. Das hat er gemacht. Aber das Killer-Feature ist eine Art, wie, dass ich jetzt die Auswahl, wenn ich jetzt die da müsste kopieren, noch wieder einfügen ins Lightroom, das wäre ein bisschen mühsam. MoodCase ermöglicht mir mit einem Zusatz-Plugin, wo man ganz einfach installieren kann, die Auswahl aus der Plattform heraus direkt zu importieren. Dann kann man den Kunden auswählen. Dann muss man oben bei Kunden auf Tomahawk auswählen. Dann geht man auf das Portrait-Shooting. Dann sieht man gerade, dass Cedric seine Auswahl abgeschlossen hat. Ich sehe auch gerade, dass zwei Bilder drin sind und sage jetzt importieren. Und das ist jetzt wirklich mega schnell gegangen. Was das mir ermöglicht, ist, dass praktisch keine Fehler mehr passieren, dass dann der Kunde sagt, ich hätte gerne das Bild 37 oder dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Dateiennummer. Jetzt möchte ich gerne die Bilder bearbeiten. Einerseits in Lightroom, andererseits vielleicht jetzt auch im Photoshop. Wir machen es jetzt mal kurz und machen einfach eine kleine Anpassung, damit man sieht, dass da etwas passiert, ein bisschen kühler, ein bisschen heller. Synchronisieren die beiden Bilder und laden jetzt mit dem nächsten Feature, den ich wahnsinnig schätze, die Bilder nicht auf die Festplatte. Ich wähle sie jetzt an und sage exportieren. Und kann die Bilder nicht auf die Festplatte, sondern direkt auf Moodcase exportieren. Das machen wir jetzt schnell. Schauen wir mal, wie lange das geht mit dem Export. Ihr seht, das geht relativ zügig. Und wenn wir jetzt hier refreshen, jetzt haben wir es wahrscheinlich gerade gesehen, dass die Bilder aus der Favoritenliste gerade bearbeitet, dargestellt werden. Also die Bilder werden in Realtime updatet, hintendurch, die Thumbnails neu generiert mit dem, was man da exportiert hat. Und das Coole ist, der Cedric hat jetzt die Bilder bereits bei sich verfügbar und kann diese zum Beispiel downloaden. Und wenn er auf Downloaden klickt, hat er die Möglichkeit, die Bilder gerade in einer gewünschten Grösse, zum Beispiel für Social Media, zum Abeladen. Genau. Und nachdem wir eigentlich so ein bisschen die grundlegenden Geschichten von wegen Upload, Auswahl, Bearbeitung, Auslieferung der finalen Bilder angeschaut haben, gehen wir jetzt ins nächste Tool, und das ist das Review-Tool. Genau. Im Review-Tool haben wir die Möglichkeit, zum Korrekturen direkt ins Bild zu zeichnen. Hier kann ich zum Beispiel mit dem Zeichenstift direkt etwas markieren, bitte, und einen Kommentar dazu schreiben, bitte Haare entfernen. Und während jetzt hier der Matthias gerade am Tippen ist, müsst ihr mal schauen, sieht man auf der rechten Seite gerade eine To-Do-Liste. Genau. Ich mache jetzt nochmal eine Markierung, und zwar möchte ich noch einen Bildausschnitt bestimmen, dafür kann ich noch eine Rechteck reinzeichnen und sage, bitte Bild so beschneiden. Genau, und so haben wir jetzt schon zwei To-Dos auf dem Bild. Ich sehe jetzt in dieser Übersicht, was ich als Fotograf noch zu bearbeiten. oder die den Retoucher zu bearbeiten hat. Wenn ich das erledigt habe, kann ich ganz einfach die To-Dos abheckeln. Genau, da klickt man einfach drauf, und dann sieht man, dass kein Kommentar mehr vorhanden ist. Ich kann natürlich die Erledigten wieder anzeigen. Und jetzt gibt es natürlich auch manchmal eine Situation, wo man vielleicht ein wenig mehr Bilder als nur eines hat. Und für das können wir unser Workflow-Tool brauchen. Genau, zuerst zeige ich noch schnell, dass man, wenn man alle Korrekturen abgearbeitet hat, kann man hier den Status des Bildes verändern. Zum Beispiel auf Final. Jetzt ist das Bild im finalen Status. Und jetzt gehen wir zum nächsten Modul. Hier haben wir noch ein Kanban-Board implementiert, wo man eine Übersicht der Bilder in einer anderen Darstellung sieht. Hier sieht man auch schon, das Bild ist bereits jetzt auf die Spalte Final gesprungen, weil wir dort den Status verändert haben. Zusätzlich sieht man hier unten auch noch, dass das Bild zwei erledigte Kommentare von zwei vorhandenen Kommentaren hat. Und wenn man ein Projekt hat, wo jetzt einige Bilder mehr rum sind, wo es jetzt einfach wirklich viel zu bearbeiten gibt, wo viele Menschen daran arbeiten, das können eben Projektleiter sein, das können Rechanges sein, das können die Agenturen sein, gibt es zwischendurch so viel zu tun, dass ich eine Art wie jetzt den Überblick nicht ganz habe, wo habe ich jetzt die Aufgaben schon erledigt und wo nicht. Und da gibt es auch ganz einen einfachen Filter, wo ich sage, nur unerledigte Aufgaben anzeigen und zack, hat man einen Art Überblick, wo muss ich noch etwas tun, wo muss ich noch arbeiten, wo bin ich noch nicht fertig. Genau. Und im letzten Modul, das wir euch gerne noch zeigen wollen, das ist die Galerie. Genau. Unter Galerie. Dann haben wir jetzt glaube ich gerade einen kleinen Hiccup. Ja, die Internetleitung, es ist gerade im Laden. Ja, das kann passieren. Bis das mal geladen ist, kann ich euch vielleicht schon mal ein bisschen erzählen, was man alles kann machen. Mit der Galerie, es ist eine Art Plattform, wo man die Möglichkeit hat. Hallo, jetzt sind wir da. Gut. Wunderbar. Dann kopiere ich jetzt gerade den Link von der Galerie und öffne den direkt in einem neuen Browserfenster, dass man den in voller Pracht sieht. Da haben wir im Vollbild das Cover-Layout. Da sehen wir den Covershot, den Boris ausgewählt hat, plus sein eigenes Logo und noch ein Titel und ein Untertitel. Und unten dran folgt dann gerade die Galerie, wo der Kunde auch wieder kann die Bilder anschauen, auch durchklicken in grosser Ansicht und besonders kann der Fotograf noch seine Social Media Links und die Webseite aufführen. Was ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, ist, dass die Galerie ein bisschen kleiner ist. Sie hat ein bisschen weniger Features, aber die Möglichkeit, zu einer Kundenauswahl machen oder das Bild direkt abzuladen, besteht auch da. Aber warum das Galerie extrem cool ist, ist, dass man sie für Events brauchen kann. Wenn man Bilder auflässt, die kann man live auflässt, kann man die Galerie gerade irgendwo zeigen, kann Bilder durchbrowsen, man kann sie als Portfolios nutzen und zum Beispiel für Hochzeiten kann man das auch buchen. Und das ganz Coole ist, dass in Galerien der Kunde am Schluss selber bestimmen kann, welche Bilder dort drin sollen dargestellt werden und welche nicht. Genau. Und zusätzlich kann der Kunde die Bilder noch als Mobile-App auf dem Handy speichern und hat immer wieder Zugriff auf die Bilder. Das war es. Mal einen groben Überblick über MoodCase. Probiert es doch gerade aus unter www.moodcase.io Danke vielmals, das war höchst spannend. Am Beispiel von Cedric, wunderbar. Sehr gut. Hast du Fragen aus der Community? Ja, und zwar gerade anschliessend, müssen Kunden auch dieses Programm haben oder genügt der Link. Ist es webbasiert? Es ist alles webbasiert und die Kunden brauchen keinen Login, weder noch irgendeine Software. Okay. Gut. Das ist schon mal sehr ausführlich, klar und deutlich. Einfach halt. Ja, einfach. Ein Ding, fertig. Vorteile, MoodCase zu anderen Plattformen, wie Pixie Set. Ein bisschen, jetzt ist es schon erläutert. Gibt es auch noch sonst etwas, was ihr noch anzufügen oder nicht klar rausstechen gegenüber den anderen? Ja, wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Es gibt viele Plattformen und wie wir uns abheben von anderen Plattformen. Wir haben uns da stark fokussiert auf Business, B2B-Lösungen. Boris kann sehr gut erzählen von dieser genennten Plattform. Er hat die vorher verwendet. Ja, genau. Also es ist wie ich habe Pixie Set vorher verwendet und habe das gebraucht. Das ist eine Plattform, die hauptsächlich für Hochzeitsfotografen entwickelt wurde. Also sie hat sich auch immer weiterentwickelt, aber da haben einfach gewisse Features gefehlt. Also vor allem die kollaborative Ebene, wo man nachher dann mit Agenturen oder eben Retouchen zusammen geschafft hat. Weil mittlerweile arbeite ich nicht mehr alle Bilder selber und bearbeite und habe so die Möglichkeit Retouchen den Zugriff zu geben. Die können auf die Radatee zugreifen, laden sie runter, können in versionierten Bildversionen das raufladen und ich kann nachher dann, wenn wir zehn verschiedene Versionen haben, habe ich auf jede Version Zugriff zu den Kunden auch. Das ist natürlich absolut fantastisch. Sehr interessant. Daten technisch, wo liegen die Daten? Mit dem arbeitet ihr zusammen oder habt ihr das selber bei euch im Büro? Nein, das ist eine häufig gestellte Frage. Unser Rechencenter ist in Amsterdam in Europa, wo das Bildrecht noch schärfer ist als in der Schweiz. Okay. Ja. Wunderbar. Ich möchte ganz zum Schluss noch über das Bundesrat-Foto reden. Entschuldige. Wie kommst du zu so einem Ziel, zu so einem Vorhaben? Also das ist jetzt nicht gerade, also es ist ein bisschen, ja, ich weiss nicht, es ist speziell. Ja, für mich ist es etwas, was ich sehr gerne beobachte. Jedes Jahr gibt es am Ende des Jahres Bundesrats-Foto. Ja. Und was man dann nachher in den Social Media Kanälen ein bisschen mitverfolgen kann, ist, dass die Hälfte wird geschämt. Die Hälfte vom Volk findet das Bild nicht gut und die andere Hälfte findet es okay. Für mich ist es jetzt eine Art wie Herausforderung, also ich habe zwei Herausforderungen oder zwei Gründe, warum ich das gerne machen würde. Nicht damit ich das Bundesratsvortig gemacht habe und kann sagen, ich habe es Bundesratsvortig gemacht, sondern einerseits möchte ich gerne mit dem Fallout lernen umgehen, was es dann gibt. Also mit der Kritik eigentlich? Mit der Kritik, mal schauen, was es mit mir macht oder wie ich daran hergehen kann. Ich würde eben das Volk auch gerne mitnehmen auf einen demokratischen Prozess, wo man in einem gewissen Rahmen kann mit... Du hast aber auch die Hälfte nicht einverstanden. Genau, wo man dann mitbestimmen kann, in welche Richtung es soll gehen, einfach eben unter gewissen Kriterien. Und ja, das ist eben der zweite Teil, also einerseits mal schauen, was macht es mit mir, wenn da irgendwie die Leute nicht zufrieden sind und der andere Teil ist, kann ich denn die Leute, die unter Umständen nicht zufrieden sind, in einem demokratischen Prozess, in dem sie ein bisschen mitbestimmen dürfen, auf die Reise mitnehmen, auf Social Media, um zu schauen, kommen wir an ein Produkt hin, wo am Ende einem Grossteil der Schweiz gefallen würde. Das klingt sehr, sehr spannend. Wir hoffen natürlich, dass du irgendwann das schaffst. Dann kannst du uns gucken und erzählen. Wäre schön, also wenn irgendjemand Kontakt hat, die unbedingt bei mir melden. Ja, ich rufe am nächsten Wochenende, nein, leider nicht. Aber es gibt etwas anderes, was ich finde, was doch gute News ist und zwar natürlich für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, zum Moodcase vielleicht mal auszuprobieren, um vielleicht ein bisschen zu schauen, ob das wirklich für euch eventuell passen würde. Ihr könnt es testen und zwar zwei Wochen lang, einen halben Monat, 14 Tage, gratis, kostenlos, den Professional Plan, also mit allen Funktionen. Genau. Könnt ihr testen mit dem Code SPD2022, also Swissphotoday 2022. könnt ihr euch anmelden auf moodcase.io und dann nachher könnt ihr den Code eingeben und dann könnt ihr es einen Monat lang, nein, nicht einen Monat, einen halben Monat lang ausprobieren. Ein halben Monat, aber mit dem Code gibt es 20% Rabatt. Mit dem, okay, und es gibt auch noch 20% Rabatt. Perfekt. Also habe ich es jetzt richtig gesagt, den Code muss man für das zwei Wochen Trial haben? Nein. Nicht? Den gibt es so wenig. Ich brauche den Code nicht für das Trial, excusei. Und ihr könnt aber dann nachher 20% sogar noch haben zum Moodcase das erste Jahr machen. Wunderbar, danke, vielmals Matthias und Boris sind da gewesen, sehr, sehr spannend. Hast du noch etwas? Ja, die Community steht schon vorhin hinter dem Bundesratsfoto von mir. Heee, so gut! Ganz ordentlich. Das finde ich schön. Also, jetzt kommt dann bald auch noch wirklich das Highlight bei uns, für mich und Thomas vor allem. Wir müssen euch gerne beschenken, wir haben ja schon den ganzen Tag immer wieder darüber gesprochen. Es kommt jetzt dann der Wettbewerb und das mal Preise im Wert von über 15'000 Franken für euch. Bleibt also unbedingt noch dran. Der letzte Werbebreak und dann kommt die grosse Verlosung. Bis gerade. Bis gerade. Bis gerade. Bis gerade. Bis gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist zwar eine Sony, aber das ist, glaube ich, nicht das Kit. Ich glaube, wir sind ausgestellt diesmal. Es hat einfach auch nicht mehr alles Platz gehabt. Nächstes Mal müssen wir den Tisch grösser machen. Das müssen wir machen. Aber ich habe einen Namen. Und zwar hat der vierte Platz Gune. Also eben, das ist die Sony Alpha und der Book Factory Guetschi. Das ist der Yannick Schoch. Herzliche Gratulation. Bravo. Applaus. Perfekt. Jetzt kommen wir zum dritten Preis. Das habe ich vorhin schon angekündigt. Das ist eben das wunderschöne MacBook Airs neue. Jetzt kommt es. Das ist Luca Montegro. Bravo. Auch hier Luca. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Du kannst dich auf das freuen. Für dich ist heute schon Weihnachten. So. Und jetzt. Ich muss wirklich schauen, dass ich da gar nicht durcheinander komme mit so vielen Preisen. Jetzt haben wir den zweiten Preis. Im Wert von dreieinhalbtausend Kranken. Wolltest du schnell sagen, was wir alles haben? Das Canon EOS R6 Paket. Also das Kit, das wir hier haben. Dann ein Mod Case Jahresabo. Das wir gerade vorher noch gehört haben. Dann ein Publisher Abo. Book Factory Gutschein. In Wert von 250 Franken. Vielen Dank. Joby Swing. Und das gute Letzte. Das Flogging Kit. Flogging Kit. Immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe den Namen. Zweiter Preis. Zweiter Preis. Zweiter Preis geht an Sabine Hartmann. Herzlichen Glückwunsch. Bravo Sabine. Für dich ist auch heute schon Weihnachten. Ja. Jetzt ist es. Sehr gut. Zweiter Preis. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es sehr interessant. Du kannst aufzählen, was alles dabei ist. Ich meine, jemand von unseren lieben Zuschauern, und ich freue mich schon sehr für diese Person, hat jetzt wirklich den grossen Preis abgeräumt. Der Hauptpreis ist sieben und halb tausend Franken. Ja, es wird heavy. Also ich würde mich ja mega freuen, dass für mich wäre das Weihnachten hoch sieben. Der Hauptpreis hat innen die Fujifilm GFX50 S2. Dann haben wir Profoto Blitz. Ah, eben der Blitz. Jetzt haben wir ihn. Der A2, wie wir heute gesehen haben. Dann haben wir ja hier noch etwas ganz grosses, da hinten dran. Und 27 Zoll. Immer schöne Farbe jetzt. Ja, eben. EIZO Monitor. Ein Flogging Kit von Bragg. Book Factory Gutschein, darf natürlich nicht fehlen. Und das gute Letzte, im Hauptpreis, noch ein Publisher Abonement. Und jetzt muss ich aber ganz ehrlich gestehen. Ich bin beim Nachnamen nicht sicher, ob wir es jetzt eventuell falsch sagen. Aber den Vornamen macht es ultra spannend. Ist sicher Mark. Und der Nachname ist Weiler oder Weiter. Ich halte jetzt bei Weiler. 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 Herzliche Gratulation. Weiler. Herzliche Gratulation. Jetzt bin ich sogar verglückt. Herzliche Gratulation. Du hast den Hauptpreis gewonnen. Unglaublich. Wow. Sehr cool. Ja. Und das war der Swiss Photo Day. Es war so ein langer Tag. So viele Programme. Und jetzt ist er fertig. Und wir haben viele glückliche Gewinner. Also auch wenn euer Name nicht darunter war. Keine Angst. Es gibt noch ganz viele weitere Preise. Wir haben aufzählt, es ist überhaupt noch nicht fertig. Und auch für die, die gar nichts gewonnen haben. Es gibt immer noch die Möglichkeit zum Beispiel Moodcast zu testen. Es gibt die Möglichkeit Promotionsangebot bei prakt.ch anzuschauen. Und wir haben auch noch jetzt zum Ende. Wenn es euch vorhin so gut gefallen hat und ihr so viele gute Feedbacks auf unsere Künstler gegeben habt, haben wir jetzt noch mal ein bisschen Musik für euch. Aber bevor es so weit ist, dürft ihr euch schon mal in eure Agenda natürlich einschreiben. Den rote Stift vorne, den dicke rote Stift und schon einschreiben. Der nächste Swiss Photo Day, der ist schon fix. Es gibt eine dritte Runde und zwar wird es den 18. November. 2023. Dann sind wir wieder da in diesen wunderschönen Studios mit wahrscheinlich noch mehr Gästen und noch mehr Preisen. Danke vielmals sind ihr heute da gewesen. Wir haben uns mega gefreut, heute das Programm für euch auf die Beide zu stellen. Und ich möchte natürlich auch noch sagen, muss man auch wirklich wichtig erwähnen. Alle Menschen hinter der Kamera, die geholfen haben, das auf die Beide zu stellen. Alle, die heute da gewesen sind, die mitgeschafft haben, die aufgestellt haben, die vorbereitet haben, die organisiert haben. All denen auch einen ganz grossen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr und wir freuen uns schon darauf. Jetzt geniessen die Musik. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Freiheit. Adrenalin. Freiheit. Wir suchen sie. 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 Und wir sharen diese Momenten durch die Stilze. Wir lassen die Welt wissen, dass wir leben. Es fühlt sich, dass wir zusammen sind. Es fühlt sich. Denn was ist besser, als ein Adrenalin-Rush? Was ist besser, als dass wir uns verbunden haben? Was ist besser, als dass wir uns verbunden haben? Was ist besser, als dass unsere Herzbeeren und synchronisieren? Vielleicht nur eine Sache. Wir erleben alles zusammen, gemeinsam. Genau dort, auf den Bergern. Das ist das, was ich mache. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für jeden Moment. Das ist mein Destin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wirkliche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017